Hallo Albtraumarmee! In der heutigen Geschichte geht es um eine alte, verlassene, inaktive Militärstation, die sich Doom Tower nennt. Im Jahr 1964 wurde sie von einem auf den anderen Tag stillgelegt und keiner kann sagen wieso. Ein Hobbyhistoriker forscht etwas nach und findet ein dunkles Geheimnis über furchtbare, grausame und dunkle Experimente. Irgendwann macht er sich auf und besucht die alte Einrichtung. Glaubt ihr, dass es wirklich solche grausamen Experimente gibt? Schreibt es in die Kommentare. Und jetzt viel Spaß! An der Davidson Avenue, eine Meile östlich der Kreuzung von Highway 164 und East Main Street, befindet sich der Eingang zum Hillcrest Park, der Heimat der heute nicht mehr existierenden Nike-Raketenbasis, die den Einwohnern von Waukesha, Wisconsin, als The Old Hillcrest Doom Tower bekannt ist. Von 1956 bis 1964 waren hier acht Ajax- und Hercules-Raketen stationiert, die eine Meile südlich der Batterie D gestartet wurden. Am heutigen Standort, der inzwischen überwuchert und heruntergekommen ist, befinden sich noch immer das Sprenggebäude, die Truppenunterkünfte, das runde Wasserreservoir und der Turm. Wenn Sie Nike Battery 74 googeln, können Sie alles darüber lesen. In den Jahren, in denen sie in Betrieb war, beherbergte sie drei Einheiten der US-Armee und am 1. August 1964 wurde sie für inaktiv erklärt. Es gibt keine Unterlagen darüber, warum dies geschah, da der Kalte Krieg offiziell erst 1991 nach dem Fall der Berliner Mauer im Jahr 89 endete. Da ich in Elm Grove wohnte, nur 15 Minuten entfernt, beschloss ich, selbst nach Antworten zu suchen. Ich wusste ja nicht, was auf mich zukommt. Ich besuchte die Bibliothek von Waukesha, um zu sehen, ob es dort noch weitere Unterlagen gibt, die über das hinausgehen, was bereits online veröffentlicht wurde. Das Gute daran, die Bibliothek aufzusuchen ist, dass man im Internet nur sehr selten Mikrofilme findet. Und auch wenn es mühsam sein mag, je weiter man gräbt, desto wahrscheinlicher wird man etwas finden. Und genau dieses Etwas habe ich gefunden. Ein Foto, datiert auf den 31. Juli 1964. Ein Tag, bevor die Anlage als inaktiv eingestuft wurde. Diese eine Tatsache fand ich merkwürdig. Normalerweise wird ein Standort, wenn er in den Ruhezustand versetzt wird, stillgelegt und nicht als inaktiv bezeichnet. Das Foto, das ich gefunden habe, zeigt die leitenden Offiziere und Techniker, die dem Standort zugeteilt waren. Nach weiteren Nachforschungen konnte ich einen Namen herausfinden. Charles Gunderson, der kommandierende Offizier der Nike-Raketenbasis. Nach weiteren Nachforschungen und einem Besuch bei der Staatsanwaltschaft fand ich heraus, dass Herr Gunderson noch am Leben war und in Waukesha lebte. Ich beschloss, ihn anzurufen. Eine müde alte Stimme nahm den Hörer ab und versuchte, so direkt wie möglich zu sein. Ist dort Charles Gunderson? Ja. Guten Tag, mein Name ist Jonathan Wilcox. Ich bin Historiker für den Südosten von Wisconsin und würde Ihnen gerne einige Fragen über die Nike Missile Site Battery 74 stellen. Nein. Es gab einen langen Moment der Stille. Ich vergewisserte mich, dass er noch da war. Mr. Gunderson? Ich hörte ein schweres Atmen am anderen Ende der Leitung. Äh, Charles, geht es Ihnen gut? Habe ich Sie zu einem schlechten Zeitpunkt erwischt? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Wie bitte? Auf Wiederhören. Er legte den Hörer auf. Ich versuchte, ihn nochmal anzurufen, aber er nahm nie wieder den Hörer ab. Jetzt machte ich mir Sorgen. Verheimlichte er mir etwas? Oder ist ihm etwas zugestoßen? Ich überprüfte die Information, die ich erhalten hatte und fuhr zu seinem Haus, um mich zu vergewissern, dass es ihm gut ging. Es war nur zwei Meilen vom Stadtzentrum von Waukesha entfernt. Das Besondere an Waukesha ist, dass es innerhalb der Stadtgrenzen keine einzige gerade Straße gibt. Die Stadt wurde um die alten heißen Quellen herumgebaut, die früher sprudelten, und Waukesha war in den späten 1800er Jahren ein Ferienort. Doch sobald die Quellen versiegten, versiegte auch das Geschäft. Und Waukesha wurde zu einer Industriestadt, in der es von Arbeitern wimmelte, die in den überall verstreuten Gießereien und Fabriken arbeiteten. Aufgrund des Stadtumrisses wurden aus zwei Meilen leicht 30 Minuten Fahrt durch Einbahnstraßen und gewundene Wege. Ich kam bei Charles' Haus an, einer unbeholfenen, sandfarbenen Backstein-Ranch an der nordwestlichen Ecke von Garfield und Wilson. Es dauerte ein paar Augenblicke, aber Charles öffnete die Tür, nachdem ich geklopft hatte. Mr. Gunderson, ich bin Jonathan Wilcox, wir... Was machen Sie denn hier? Er schrie mich an. Es tut mir leid, Sir. Sie haben ziemlich abrupt aufgelegt. Ich konnte Sie am Telefon schwer atmen hören. Ich wollte nur sicher gehen, dass es Ihnen gut geht. Was zum Teufel wollen Sie? Na ja, ich... Ich möchte über die alte Raketenbase sprechen. Hillcrest Park. Der Doom Tower. Ich... Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Bitte gehen Sie. Sir, ich möchte nicht neugierig sein, aber... Ich nahm eine Kopie des Fotos, das ich in der Bibliothek erworben hatte, und reichte sie ihm. Einer der Männer auf dem Foto war mit rotem Filzstift eingekreist. Der Mann auf dem Foto, den ich eingekreist habe, sind Sie. Ich habe meine Nachforschungen angestellt, bevor ich hierher kam. Sie waren der kommandierende Offizier. Ich möchte nur ein paar weitere Informationen für meine Nachforschungen bekommen. Charles sah das Foto an, und seine Augen wurden feucht, und seine Hände begannen zu zittern. Er schaute zu mir auf und schüttelte den Kopf. Warum? Warum konntest du das nicht in der Vergangenheit lassen? Er zog sich in sein Haus zurück und verschwand um eine Ecke, wobei er die Tür offen ließ. Ich stand draußen und war über seine Worte verwirrt, als ich plötzlich einen Schuss von drinnen hörte. Ich riss die Tür auf und spähte um die Ecke, um die Charles verschwunden war, um Zeuge eines grauenhaften Anblicks zu werden. Charles hatte seinen alten Dienstrevolver aus einer Schreibtischschublade in seinem Arbeitszimmer genommen und sich eine Kugel durch die Schläfe gejagt, die sein Gehirn und seinen Schädel über ein nahegelegenes Bücherregal verteilte. Seine frische Leiche lag nun neben einer Blutlache. Seine Finger zuckten noch immer und der Geruch von Tod, Hirnmasse und Schießpulver vermischte sich nun mit dem muffigen Geruch alter Bücher und Staub zu einer üblen Aura, die mich kopfüber in das kleine gelbe Badezimmer auf der anderen Seite des Flures trieb. Ich wischte mir das Erbrochene vom Kinn, als ich wieder nach draußen stolperte und rief sofort die Polizei. Ich wurde zum Verhör festgehalten, da ich der einzige Zeuge war. Nach mehreren Stunden wurde ich entlassen, nachdem sie den Vorfall als Selbstmord deklariert hatten, und ich fuhr schweigend nach Hause. Was könnte passiert sein, dass Charles sich das Leben genommen hat? Die Fragen begannen sich zu häufen, und ich bekam keine Antworten, die sie ausräumen konnten. Am nächsten Tag begann ich mit der mühsamen Befragung von Nachbarn über Charles. Jeder, mit dem ich in der Nachbarschaft sprach, hatte nur Gutes über Charles zu sagen. Er war seit 15 Jahren Witwer und hatte im Zweiten Weltkrieg und in Korea gedient. Doch als sich Hillcrest Park und die alte Raketenbasis erwähnte, schlug die Stimmung plötzlich um. Die Gerüchte waren zahlreich und in verschiedenen Farben. Ältere Leute sagten einfach, es sei ein Relikt aus dem Kalten Krieg, als das Wettrüsten in vollem Gange war. Andere meinten, es sei ein Stützpunkt für geheimere Arbeiten. Einer behauptete sogar, dass in dem Gebäude Experimente an Kriegsverbrechern durchgeführt wurden. Ein anderer erzählte, es sei ein zweites Guantanamo. Und wieder ein anderer meinte, es sei einer der vielen Überwachungsposten, um die Amerikaner auszuspionieren. Was auch immer die wahre Natur des alten Doomtowers sein mag, ich war fest entschlossen, seine Geheimnisse zu lüften. Wenn man nicht weiß, wonach man suchen muss, kann man ihn leicht übersehen. Ein Holzschild, das von den umliegenden Bäumen und Büschen verdeckt wird, markiert den Eingang zum Hillcrest Park, in welchem der Doomtower steht. Die Zufahrt ist eine unbefestigte Straße, die eher an einen Service- oder Parkwartungseingang als an einen Park erinnert. Die Parks im Südosten von Wisconsin werden akribisch gepflegt. Und so jagte mir der Anblick solch eines Parkeingangs, der aussah, als sei er dazu bestimmt, vergessen zu werden, ein Schauer über den Rücken, und das mitten am Tag. Es sollte nicht der letzte Schauer bleiben, der mir über den Rücken läuft. Ich fuhr mit meinem Wagen langsam um die Kurve, vorbei an der alten Kaserne und dem Doomtower, und parkte mein Auto neben dem Sprenggebäude und dem Stausee. Ich stieg aus und machte ein paar Fotos von dem vernachlässigten Gelände und schmunzelte über einige der ergreifenden Graffiti. Vor allem über dasjenige, das mich anwies, wen ich anrufen sollte, wenn ich etwas Spaß wollte. Ich begann damit, die Kaserne und ihren derzeitigen Zustand zu dokumentieren. Die Tür war schon lange entfernt worden, wahrscheinlich von Vandalen oder Jugendlichen, die einen coolen Treffpunkt suchten. Wie ich schon vermutet hatte, entsprach das Innere dem Äußeren. Heruntergekommen, dunkel, schimmelig und mit Graffiti übersät. In der hinteren Ecke hörte ich ein Rascheln, aber es stellte sich nur als Eichhörnchen heraus. Ich verließ die Truppenunterkunft und dokumentierte den alten Doomtower selbst. Außer dem Eisengerüst war nicht viel davon übrig, aber etwas daran, dass er noch stand, gab mir ein unheimliches Gefühl. Von all den Dingen, die den Test der Zeit überstanden hatten, seit der Stützpunkt als inaktiv gekennzeichnet war, schien der Doomtower tatsächlich das Einzige zu sein, das dem Alter trotzte, als hätte sich jemand all die Jahre um ihn gekümmert. Er stach hervor, wie ein blaues Wunder. Die Farbe blätterte nicht ab und es gab keine Anzeichen von übermäßigem Rost oder Verfall. Ich kletterte die Leiter hinauf und die Aussicht vom Gipfel war spektakulär. Man konnte das Tal von Waukesha und fast bis zur I-43 hinuntersehen. Plötzlich hörte ich ein schwaches Echo. Wenn Sie sich die Bilder des Doomtower ansehen, werden Sie feststellen, dass es ein großes Rohr oder eine Röhre gibt, die die zentrale Stütze der Struktur ist. Zunächst dachte ich, dass es nur das sei, aber es war hohl und ich konnte den Boden nicht sehen, als ich hineinschaute. Was bedeutet, dass es ziemlich weit nach unten gegangen sein muss. Das Echo kam von tief innen. Ich bin nicht annähernd ein Naturforscher oder Tierexperte, also nahm ich natürlich an, dass es sich um irgendein Tier handelte, das sich eingeklemmt hatte, den ganzen Weg heruntergefallen war und dort auf den Tod wartete. Ich versuchte ihm keine Beachtung zu schenken, aber es hatte etwas Flehendes an sich, als ob es wusste, dass ich hier oben war und es befreien konnte. Je mehr ich ihm zuhörte, desto mehr klang es fast menschlich. Ich dachte, ich hätte das Geräusch, das ich hörte, in eine Matrix in meinem Kopf eingeordnet, aber ich schwöre bei Gott, es klang, als würde es ein Wort schreien oder so. Es klang, als würde es immer wieder Schreien. Als ich es hörte, musste ich automatisch an das Faultier aus die Goonies denken. Es war ein trauriges, feierliches Stöhnen, das an meinen Gefühlen zerrte, aber ich konnte auf keinen Fall in diese Röhre passen, also beschloss ich, dass die Natur es schon richten würde und kletterte den Turm hinunter. Als ich mich schließlich auf den Weg zum Sprengstoffgebäude machte, ließ mich ein plötzliches, vertrautes Geräusch aufschrecken. Es war eine Sirene. Ein örtlicher Polizeibeamter hatte mein Auto in der Einfahrt gesehen und wollte sich erkundigen, was ich dort zu suchen hätte. Ich erklärte ihm, wer ich war und was ich tat. Er schien einverstanden zu sein, aber technisch gesehen war dies immer noch Privatbesitz und kein öffentlicher Park. Aber Moment mal, auf dem Schild steht... Ja, ich weiß, was auf dem Schild steht, aber das Land gehört technisch gesehen einem privaten Eigentümer und wenn man sich nicht auf der eigentlichen Parkseite des Grundstücks befindet... Der Beamte deutete hinter sich, wo sich die Schaukeln und der Kinderspielplatz befanden. Wenn sie nicht dort sind, wurden wir gebeten, sie vom Grundstück zu begleiten oder sie zumindest zurück in den eigentlichen Park zu bringen. Sicher, okay. Nur so aus Neugierde. Wem gehört dieses Land? Ähm, das ist Gunderson. Charles Gunderson. Wohnt draußen auf der Wilson, beim Carroll College. Gunderson? Sie meinen wohl, wohnte? Er lebt nicht mehr. Ich war immer noch erschüttert von dem Vorfall. Was? Offenbar verbreiteten sich Nachrichten in Waukesha nicht so schnell. Wann ist Chuck gestorben? Äh, vorgestern. Ich war der Letzte, der ihn lebend gesehen hat. Sie meinen, das war der Grund für die ganze Aufregung da drüben? Ich wusste nicht, dass es der alte Chuck war. Ja, ich habe ihn nach diesem Ort gefragt und dann ist er in sein Arbeitszimmer gegangen und hat sich erschossen. Mein Gott! Was haben sie ihn gefragt? Ich habe nur gesagt, dass ich neugierig war, warum der Ort 64 einfach geschlossen wurde. Es gibt keine Erklärung in irgendeinem Bericht oder Archiv. Ich habe tagelang in der Bibliothek gelebt und versucht, eine Erklärung dafür zu finden, was hier passiert ist. Und der einzige Hinweis, den ich bekam, war Mr. Gunderson. Also rief ich ihn an und er legte auf. Da ich das Schlimmste befürchtete, fuhr ich hin, um nach ihm zu sehen. Und dann ist das alles hier passiert. Verdammt! Der Polizist stand ein Moment lang einfach nur da, tief in Gedanken versunken. Ich weiß, dass ich das bereuen werde, aber komm schon. Er ging in Richtung des Sprenggebäudes und blätterte in seinen Schlüsseln. Chuck ist nicht mehr da, um uns zu beschimpfen, weil wir unsere Arbeit nicht machen. Ich schätze, er hat uns seitdem gejagt, um sicher zu gehen, dass niemand jemals in die Nähe dieses Ortes kommt. Und als immer mehr davon zerfiel, stellte der Bürgermeister es unter Denkmalschutz und machte einen Teil davon zu einem Park. Chuck war aus irgendeinem Grund glücklich darüber. Es gefiel ihm zu wissen, dass es nicht abgerissen werden würde. Das ist der Teil, den ich nie verstanden habe. Wen würde es interessieren, wenn dieses alte, verlassene Gebäude abgerissen würde? Wie sie sagten, war hier seit den 60er Jahren niemand mehr. Der Beamte fand schließlich den Schlüssel, den er brauchte, und schloss das große Vorhängeschloss auf, das die Eingangstür des Sprenggebäudes verbarrikadierte. Sie haben eine Stunde Zeit, haben sie mich verstanden. Ich verliere deswegen nicht meinen Job. Aber verdammt, ich will auch wissen, was da drin ist. Der Beamte riss die Tür mit einem Ruck auf, und ich schlüpfte hinein. Warten Sie, hielt er mich auf und reichte mir seine Taschenlampe. Das könnten sie brauchen. Ich nahm die schwere Lampe und bedankte mich beim Beamten. Ich werde hier draußen warten. Wie ich schon sagte, sie haben eine Stunde Zeit. Wenn sie bis dahin nicht draußen sind, sind sie auf sich allein gestellt. Ich bedankte mich noch einmal, und er schloss die Tür hinter mir. Ich knipste das Licht an, hängte mir die Kamera um den Hals und schaltete mein Bluetooth-Sprachaufzeichnungsgerät ein. Mit dem Headset am Ohr konnte ich mich auf meine Umgebung konzentrieren und vorsichtshalber auf meine Schritte achten. Die Luft war stickig. Ganz und gar nicht das, was ich erwartet hatte. Ich hatte mich auf einen muffigen Keller eingestellt, in dem seit Jahren niemand mehr gewesen war, mit gelegentlichem Schimmel und Moos. Aber es lag ein eindeutiger Gestank in der Luft. Es roch nach verfaulten Eiern und einem Plumpsklo. Nicht stark, aber doch so stark, dass man es bemerkte. Ich schaute auf meine Uhr. Es war 15.23 Uhr. Ich beschloss, die Zeit mit meiner Aufnahme zu dokumentieren, um sicherzugehen, dass ich in einer Stunde wieder vor der Tür war. Ich wollte auf keinen Fall drinnen zurückgelassen werden. Der erste Raum, den ich betrat, war ein einfacher Eingangsbereich oder eine Abstellkammer, wie eine Verbindung zwischen der Garage und dem Rest des Hauses. Der Boden war mit alten Stiefeln übersät und ein oder zwei verlassene Mäntel hingen noch an den Haken an der Wand. An der gegenüberliegenden Wand hing ein verblichenes Poster von Lyndon Johnsons Wiederwahl. Gegenüber befand sich die einzige Tür, die weiter in das Gebäude führte. Die Zeit hatte den Scharnieren der Tür nicht gut getan, denn es kostete einige Mühe, sie zu öffnen. Als sie sich quietschend und kreischend dem Öffnen widersetzte, konnte ich ihren Protest bis tief in die Dunkelheit hineinhören, aus der sie mich fernhielt. Mit einem letzten, kräftigen Ruck gab die Tür schließlich nach, aber nicht leise. Die Scharniere splitterten vom Rahmen ab und die Tür fiel mit einem hallenden Krachen auf den Boden. Und die Tür fiel mit einem hallenden Krachen auf den Boden. Als das Echo zu verhallen begann, wurde es von einem vertrauten Geräusch beantwortet. Tja, es war derselbe animalische Schrei wie vorhin, als ich oben auf dem Turm war. Mir wurde schnell klar, dass das Rohr in die Mitte des Turms in einen Raum im Inneren des Sprenggebäudes führen musste. Der Schrei war intelligent und nicht nur ein fleischliches Stöhnen, als wüsste das Vieh, dass jemand oder etwas auf es zukommt. Das Heulen war nur einmal zu hören und verhallte schnell in der Schwärze des Gebäudes. Auf der anderen Seite der Tür befand sich eine Reihe von metallenen Laufstegen und Treppen, die weiter nach unten führten, als mein Licht es mir erlaubte zu sehen. Ich leuchtete mit meinem Licht herum und sah, dass sich auf der Ebene unter mir einige Türen befanden. Meine einzige Aufgabe in der mir gegebenen Stunde war es, weitere Informationen über die Geheimnisse hier zu finden. Also hoffte ich, dass sich in einem dieser Räume das Archiv der Basis befand. Meine Füße klapperten und hallten auf dem Metallboden wieder, als ich nach unten rannte. Als ich die erste der Türen erreichte, hörte ich einen dumpfen Schlag, als ob etwas Großes in großer Entfernung gegen eine Wand geprallt wäre. Mir lief es kalt den Rücken hinunter, wenn ich mir vorstellte, was groß genug gewesen wäre, um dieses Geräusch zu verursachen. Und dann hörte ich es wieder. Tja! Was auch immer es war, ich war auf jeden Fall näher dran und je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr wollte ich nicht wissen, was es war. Es heulte wieder und ich lauschte aufmerksam, um meine überaktive Fantasie zu beruhigen. Es war tief und ernst wie ein Nilpferd, aber auch irgendwie emotional. Es war verängstigt oder besorgt, oder vielleicht rief es einfach nur. Es jetzt ein drittes Mal brüllen zu hören, beruhigte meine Nerven nicht. Leise öffnete ich die Tür und schlüpfte hinein, weg von dem Metallboden auf den schimmeligen, durchweichten Teppich. Das erklärte definitiv einen Teil des Gestanks, den ich vorhin im Eingangsbereich wahrgenommen hatte. Es war stark, aber da ich schon einmal mit einem überfluteten Keller zu tun hatte, war mir der Geruch nicht fremd. Nach einer kurzen Suche mit der Taschenlampe stellte ich fest, dass ich mich in einem Gemeinschaftsraum befand. Die veralteten Möbel und die Einrichtung bestätigten, was ich sah. Als ich mich tiefer in den Raum schlich und meine Füße in den verrotteten Teppichboden drückte, sah ich etwas, das mir seltsam vorkam. Einen roten Spielball. Es war stark abgenutzt und das Etikett war vom Gebrauch völlig abgetragen worden. Ich hob ihn auf und als ich ihn umdrehte, sah ich, dass der einzige Teil des Etiketts, der nicht völlig abgenutzt war, das Produktionsdatum war 2003. Ursprünglich hatte ich gedacht, dass vielleicht ein paar Kinder im nahegelegenen Park spielten und der Ball irgendwie in die Röhre gefallen und im Gebäude gelandet war. Aber zwei Dinge brachten mich auf andere Gedanken. Erstens, von der Position des Turms und dem Winkel der Röhre aus betrachtet, hätte sich die Röhre viel tiefer im Gebäude öffnen müssen. Wie konnte der Ball also bis hierher gelangt sein? Und zweitens war die Röhre etwa halb so groß wie der Umfang des Balls. Er hätte nicht reingepasst. Ich setzte die Kugel leise ab und hörte es wieder vom Treppenhaus. Tja! Was auch immer es war, es war groß. Es war wütend und es war genau vor dem Zimmer, in dem ich mich befand. Dann kam ein donnerndes Knirschen, als ob das, was auf der anderen Seite war, gegen die Tür hämmerte. Ich stand einfach nur da. Das Blut verließ meine Arme und Beine und ließ mich an diesem einen Punkt erstarren. Es hämmerte wieder und ich machte mir in die Hose. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Kampf oder Flucht kam nicht in Gang. Ich hatte einfach zu viel Angst, um mich zu bewegen. Und plötzlich bewegte sich das, was auf der anderen Seite der Türe war und das Hämmern hörte auf. Ich stand noch ein paar Minuten da und versuchte, das zu sammeln, was von meinen Nerven noch intakt war und hoffte, dass meine Unterwäsche ein wenig trocknen würde. Ich wusste, dass ich nicht mehr viel Zeit hatte, bevor der Polizist mich im Stich lassen würde. Aber ich wollte immer noch antworten. Was war hier unten passiert, dass Charles Gunderson sich selbst umgebracht hatte und was zum Teufel war das Ding, das versuchte, hier hereinzukommen? Die einzige gute Nachricht war, dass ich den schimmeligen Teppich nicht mehr riechen konnte. Nur noch meine durchnässten Boxershorts. Ich hob wieder meine Taschenlampe und überprüfte den Raum. Auf der einen Seite befand sich eine Tür, die in den Raum zu führen schien, der sich neben diesem Zimmer befand, wenn meine Erinnerung an das Treppenhaus richtig war. Und das war sie. Ich öffnete die Tür und wurde sofort von einem neuen Geruch empfangen. Alte Bücher. Ein kurzer Lichtblitz und ich hatte es gefunden. Das Archiv der Basis. An allen Wänden standen Regale voller Aktenordner. Ich nahm einen schwarzen Ordner in die Hand, auf dessen Rücken 02-1964 stand und begann zu lesen. Dort stand, Präsident Johnson hat angeordnet, dass alle Atomraketenbasen auf dem amerikanischen Festland stillgelegt werden. Die Bedrohung durch einen Atomkrieg ist nicht mehr existent, wird aber auf einer sozialen Plattform so lange aufrechterhalten, bis sie als nicht mehr nützlich erachtet wird, um die amerikanische Öffentlichkeit zu lenken. Dieser Standort, Nike 74, wird aktiv bleiben. Nicht als Raketenstation, sondern als wissenschaftliche Einrichtung zur weiteren Erforschung der Auswirkung der nuklearen Strahlung. Ich habe die Besatzung über unsere neue Aufgabe unterrichtet und warte auf unsere erste Anweisung. C.G. C.G., dachte ich mir. Und dann dämmerte es. Charles Gunderson, der kommandierende Offizier des Stützpunkts und bis vor kurzem ein Bewohner von Waukesha, Wisconsin. Ich blätterte weiter in den Ordnern. Als nächstes stand dort. Heute beginnen wir mit unserer ersten Richtlinie. Das Führungsteam, bestehend aus mir, XO, Richard Kingford, Sergeant Major James Strauss und Staff Sergeant Thomas Faber, hat eine Probe von Schlacke erhalten, die auf den Marshall-Inseln geborgen wurde. Da der Vertrag über das begrenzte Testverbot in Kraft ist, war es schwierig, diese Probe vom Bikini-Atoll zu erhalten. Wir hoffen, dass unsere Experimente mit dem Schlamm erfolgreich sind, damit diejenigen, die dafür gestorben sind, nicht umsonst waren. C.G. Ich fuhr fort, die nächsten Einträge zu lesen, in denen sie auf die technischen Einzelheiten ihrer Experimente eingingen. 18. März 1964 Nachdem wir uns einen abgetrennten Raum am Standort gesichert hatten, um diese Experimente durchzuführen, beschlossen wir, dass wir eine Kontrolle brauchten. Wir konnten einige Versuchstiere beschaffen, um sicherzustellen, dass die Ausrüstung, die wir vor Ort hatten, unseren Anforderungen genügte. 20. März 1964 Die örtliche Hochschule hat uns einige ihrer Laborratten geliehen. Heute früh haben Jimmy und ich eine Ratte etwas von der Probe direkt in die Blutbahn injiziert. Nach fünf Minuten explodierte die Ratte plötzlich und bedeckte sowohl Jimmy als auch mich mit Eingeweiden und Rattenblut. Wir beschlossen, unser Vorgehen zu bedenken. 25. März 1964 Wir verwendeten eine Kombination aus Rattenblut, das wir einem Versuchstier entnommen hatten und mischten es mit unserer Probe, in der Hoffnung, es so zu verdünnen, dass es nicht tödlich sein würde. Beim nächsten Testobjekt dauerte es 30 Minuten, bis ihr die Haare ausfielen und sie Blasen bekam. Anstatt zu explodieren, schmolz die Kreatur einfach und hinterließ nur eine rote Pfütze und ein Sklett. 5. April 1964 Wir verdünnen die Probe weiter, aber jedes Testobjekt stirbt weiterhin. Wir brauchen vielleicht etwas, das eine stärkere Konstitution hat als Ratten. 15. April 1964 Es ist uns gelungen, einige verwilderte Katzen in der benachbarten Bauerngemeinde aufzuspüren und sie für unsere Experimente zu verwenden. Die Lebensspanne nach der Injektion ist länger als bei den Ratten, aber immer noch tödlich. Tom hat verlangt, dass wir aufhören und unser Verfahren noch einmal überdenken. Ich glaube, er hat einfach eine Schwäche für Katzen. 12. Mai 1964 Wir haben ein Serum perfektioniert, das bei allen unseren verbliebenen Testobjekten keine Todesfälle mehr verursacht. Rick hat unsere Vorgesetzten über unsere Fortschritte informiert. 7. Juni 1964 Wir haben von meinen Vorgesetzten den Befehl erhalten, unsere Ergebnisse an einem Menschen zu testen. Unser Standort war gewählt worden, weil die Explosionshalle so tief ist und die Strahlung unter Kontrolle gehalten werden kann. Alle Experimente wurden gestoppt, bis unser menschliches Subjekt an unserem Standort eintrifft. Ich erreichte eine Seite, die fleckig zu sein schien. Womit? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Das Datum war der 30. Juli 1964, zwei Tage, bevor der Stützpunkt für inaktiv erklärt wurde. Unsere Testperson sollte Graham Phelps sein, der wegen Brandstiftung verurteilt worden war. Die Versuchsperson wurde zu unserer Einrichtung gebracht und in ihre Zelle geführt, wo die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen getroffen wurden. Er wurde betäubt und in den Raum J57, der Monate zuvor mit Beton verstärkt worden war, an einen Operationsstuhl gefesselt. Das Experiment war einfach. Wir setzten die Versuchsperson zunehmenden Mengen des von uns entwickelten Strahlungsproben-Serums aus, beobachteten die Auswirkungen und maßen die Schäden. Wir begannen das Experiment, mit 100 Kubikzentimeter des Serums. Der Versuchsperson wurde die Dosis injiziert und die Wirkung trat sofort ein. Der Proband begann heftig zu krampfen, als die Strahlung durch seinen Blutkreislauf wanderte. Als nächstes begann die Haut Blasen zu werfen und zu schmelzen, so dass sichtbare, offene Wunden entstanden. Die Versuchsperson begann vor Schmerzen zu schreien und wir erhielten die Anweisung, die Versuchsperson zu diesem Zeitpunkt zu töten. Rick, Jimmy und Tom betreten den Raum, tragen Schutzanzüge und bereiten die Versuchsperson auf den Abbruch vor. Die Testperson schreit plötzlich. In diesem Moment krachte es durch die Tür, die zurück ins Treppenhaus führte und ich stand etwas gegenüber, das so furchtbar war, dass ich am ganzen Körper eine Gänsehaut bekam. Das gigantische Ding in Ermangelung eines besseren Begriffs raste mit so viel Schwung in den Archivraum, dass es das nächstgelegene Bücherregal umstürzte und damit warf es das Nächste um und das Nächste wie eine Reihe von großen, stählernen Dominosteinen und kam nun auf mich zu. Ich klemmte mir den Ordner, den ich in der Hand hielt, unter den Arm und rannte in den Gemeinschaftsraum. Die Regale prallten gegeneinander, schleuderten schmutzige, alte Bücher quer durch den Raum und wirbelten alten Staub und Schimmel in die Luft. Es waren nur 20 Fuß bis zum nächsten Raum, aber die wogene Schadstoffwolke holte mich bald ein und ich verlor mich in einem Nebel aus Schmutz und Dreck. Der Geruch war abgestanden und ich konnte Kupfer schmecken, als er meinen Mund sick hatte. Ich versuchte, zur Tür zu stolpern, aber ich muss mich verirrt haben. Anstatt kopfüber in den Gemeinschaftsraum zu rennen, prallte ich gegen etwas, das sich wie eine gepolsterte Wand anfühlte. Eine gepolsterte Wand, die nun anschwoll und sich zurückzog. Sie atmete. Der Staub begann sich endlich zu legen und ich starrte auf den Boden und versuchte, mich wieder zu orientieren. Die Wand war dunkel und wellenförmig und wogte immer noch vor und zurück. Langsam nahmen Formen Gestalt an und was dunkel und wellenförmig war, war jetzt zerfetzter Stoff und Muskeln. Ich blickte auf den Boden und was einst große Kisten gewesen zu sein schien, waren nun riesige nackte Füße, behaart und schmutzig, eingewachsene und vergilbte Nägel. Mein Kopf neigte sich nach oben und ich erkannte, dass der Stoff zerfetzte Kleidung war. Nicht irgendeine Kleidung, sondern eine abgewetzte und ausgefranste Uniform. Ich hob meinen Kopf immer noch nach oben. Die Füße führten zu den Beinen, die Beine zu den Hüften, die Hüften zu einem Torso, der zu massiven Schultern führte, einem dicken, geäderten Hals, der vom Umfang her größer war als mein Oberschenkel und als er sich nach unten beugte, um mich genau zu betrachten, ein grässliches, entstelltes, menschliches Wesen. Ein paar vereinzelte, braune Haarsträhnen bedeckten seinen massigen Kopf und sein Gesicht sah aus, als hätte er einen Kampf mit einem Rasenmäher verloren. Er starrte mich mit seinem einen guten Auge an, während das andere, das umwölkt war, in eine ganz andere Richtung blickte und er grunzte mich an. Ich spürte, wie meine Shorts wieder feucht wurden. Er schnüffelte ziellos in der Luft, als könnte er die frische Pisse in meiner Hose riechen, aber er konnte nicht genau sagen, woher sie kam. Ich wich langsam von ihm zurück, als ich sah, dass ich nur noch etwa einen Meter von der Tür entfernt war. Er drehte sich zu mir um und hielt mich davon ab, mich weiter zu bewegen. Er zog die Stirn in Falten, lehnte sich zurück und stieß ein mächtiges Brüllen aus. Ich ergriff meine Chance. Ich stürmte durch die Tür zum Gemeinschaftsraum und versuchte, zurück an die Oberfläche zu entkommen, aber als ich die Tür erreichte, die den Gemeinschaftsraum mit dem Laufstieg verbannt, war er da und hinderte mich am Weiterkommen. Ich dachte, dass es aufgrund seiner enormen Größe schwierig sein würde, durch den Raum zu kommen, den er gerade zerstört hatte, aber seine Reflexe und seine Geschicklichkeit waren elektrisch und wild. Mit einem Schwung seiner riesigen Pranke packte er mich am Hals und schleuderte mich in die Dunkelheit unter mir. Ich schrie wie ein Baby den ganzen Weg hinunter und dann wurde es schwarz. Ich wachte auf, weil ich ein Summen hörte. Ich setzte mich kerzengerade auf und keuchte, aber die Luft war faulig und ich musste mich sofort übergeben. Der Boden war matschig und pelzig. Ich sah mich um, konnte aber nicht sofort die Taschenlampe finden, die der Beamte mir gegeben hatte, bis ich mich wieder auf den weichen Boden legte und spürte, wie sich das Metallgehäuse in meine Wirbelsäule grub. Ich wischte mir den Mund am Ärmel ab, nahm die Taschenlampe in die Hand und stellte fest, dass sie noch funktionierte, obwohl ich mir wünschte, dass sie es nicht getan hätte. Als ich sie wieder einschaltete, entdeckte ich, dass der weiche Boden nichts anderes war als die verwesenden, halb aufgefressenen Leichen von tausenden von kleinen Waldtieren. Eichhörnchen, Streifenhörnchen, Kaninchen, Waschbären, Vögel und Füchse bildeten den Boden dieses Treppenhauses und ihr verwesendes Fleisch vergiftete die Luft. Ich kletterte die Treppe hinunter und vergaße meine Eile den Ordner, den ich bei meinem Abstieg dabei hatte. Schnell schwenkte ich meine Lampe hin und her und fand ihn schließlich in einem Wolfsknochen vergraben. Ich ging durch den schwammigen Sumpf aus fauligen Tierkadavern zurück. Ich spürte die Maden an meinen Beinen hochkrabbeln und die Schmeißfliegen um meinen Kopf kreisen, als ich nach unten griff und den Folianten aus den Überresten des Tieres herauszog. Die Kotze stieg in meiner Kehle wieder hoch und ich musste mich erneut übergeben. Ich rannte zurück zur Treppe, so schnell ich konnte und stieg mehrere Stufen hinauf, bevor ich mich ausruhte. Jetzt, wo ich aus dem Dreck heraus war, untersuchte ich meinen ganzen Körper auf Verletzungen und stellte überrascht fest, dass es mir, abgesehen, von ein paar Fliegenstichen und Kratzern gut ging. Während ich mich weiter sammelte, schaute ich auf die Uhr, die jetzt 17.14 Uhr anzeigte. 17.14 Uhr? Das bedeutete, dass der Officer, der auf meine Rückkehr an die Oberfläche wartete, nicht mehr da war. Ich war hier auf mich allein gestellt. Ich begann nervös, alle Möglichkeiten durchzugehen, die mich erwarteten, sobald ich wieder oben war. Hat er die Tür hinter mir verschlossen? Oder kam er wieder und wollte mich wegen Hausfriedensbruchs verhaften lassen? Und dann fing ich an, mir schlimmere Szenarien auszudenken. Woher wusste ich überhaupt, dass es derselbe Tag 17.14 Uhr war? Wie lange war ich eigentlich schon hier unten? In dieser Panik scannte man Licht zufällig, ein teilweise geöffnetes Schott, das mit Maschendraht und ein paar verrotteten Holzbrettern umzäunt war. Ich humpelte zu der Tür hinüber und begann, nach Hinweisen darauf zu suchen, wohin diese Türe führte. Neben der Tür war ein Schild an die Wand geschraubt, das mit jahrelangem Schmutz und Fäulnis überzogen war. Ich kratzte so viel ab, wie ich konnte, um ein alphanumerisches Schild freizugeben. J. 5. 7. Ich riss die Bretter und den Draht ab, so gut ich in meinem Zustand konnte. Als ich ein ausreichendes Loch in die Blockade gebohrt hatte, kroch ich durch das Schott und drückte es hinter mir zu, wobei ich mich anstrengte, das Rad des Schottes zu drehen, um die schwere Tür zu verriegeln. Erschöpft, ließ ich mich auf den feuchten Boden fallen und blieb dort einfach regungslos liegen. Als ich schließlich spürte, wie ich wieder zu mir... Als ich schließlich spürte, wie ich wieder zu Bewusstsein kam, nahm ich meine Umgebung wahr. Ich befand mich in einer Art Kontrollraum, der durch eine zerbrochene Glastrennwand in einen anderen, runden Innenraum führte. Und dann erinnerte ich mich an die Plakette an der Außenseite des Schottes. J57. Das war J57. Es war der Raum, in dem das Experiment durchgeführt wurde. In diesem Moment fiel mir ein, dass ich den Eintrag nie zu Ende gelesen hatte. Ich klappte die Mappe wieder auf und blätterte die Seiten durch, bis ich wieder an der Stelle war, an der ich aufgehört hatte. Dort las ich. Das Objekt explodierte plötzlich und bedeckte die drei Männer mit radioaktivem Blut und Eingeweiden. Laut Protokoll musste der Raum sofort versiegelt werden, um die Strahlung einzudämmen. Ich saß im Kontrollraum und musste hilflos mit ansehen, wie Rick und Tom der Strahlung erlagen und schließlich starben. Jimmys Schicksal war noch extremer und zerriss mir mein Herz. Seine Haare fielen aus und sein Körper begann sich zu verformen. Sein Gesicht rutschte von seinem Schädel, während sein Körper anschwoll. Ich konnte hören, wie sich seine Haut dehnte und seine Knochen unter der Belastung seiner Verwandlung knackten. Die ganze Zeit über schrie er um Hilfe. Seine Sprache wurde immer undeutlicher, bis sie zu unkenntlichen Lauten der Angst und des Schmerzes wurde. Als sich sein Wachstum schließlich verlangsamte, konnte ich sehen, dass er jetzt mindestens einen Meter größer war als vorher. Aber sein Körperumfang ließ es einfach nicht zu, dass er durch die Tür passte. Ich konnte sein Gesicht immer noch erkennen. Es sah immer noch aus wie Jimmy, aber die Strahlung hatte ihn zu einer wilden Bestie mutieren lassen. Er stieß seine fleischige Pranke gegen das Glas und zerschmetterte das Sichtfenster, wobei er mir das Gesicht zerschnitt. Ich floh aus dem Kontrollraum und verriegelte die Tür hinter mir, während er die ganze Zeit meinen Namen rief, damit ich ihm half. Aber aufgrund seiner Deformierung konnte sein Mund nicht mehr das richtige Charles bilden. Jetzt hörte es sich eher an wie Char. Nein, das kann nicht sein. Diese grobe Bestie, die mich gerade verfolgt hat, ist Jimmy Strauss? Dann wäre er so alt wie Mr. Gunderson. Ich warf einen weiteren Blick in den Experimentierraum. Altes Blut war auf den Glasscherben verteilt, die die innere Kammer und den Kontrollraum übersäten. Langsam schaute ich hinter das Glas, um genauer zu sehen, wie die Strahlung auf diese Männer wirkte. Die verstümmelten Überreste einer menschlichen Leiche lagen aufgespreizt auf dem Operationsstuhl in der Mitte. Die Haut von der Zeit abgetragen, so dass nichts weiter zu sehen war als ein Schädel, der mit einem Ausdruck unerträglichen Schmerzes erstarrt war. Auf dem Boden lagen zwei Menschen in primitiver Schutzkleidung. Ich kann nur vermuten, dass es sich um die Überreste von Richard Kingford und Thomas Faye behandelt, den beiden, die das Experiment nicht überlebt hatten. Ich klappte die Mappe wieder auf und las den letzten Eintrag. Das Experimentierlabor wurde versiegelt und nachdem ich den Vorfall meinen Vorgesetzten gemeldet hatte, wurde die Basis für inaktiv erklärt. In den folgenden Monaten wurde die Besatzung neu eingeteilt und die Einzelheiten des fehlgeschlagenen Experiments wurde vertuscht. Der Tod von Rick und Tom wurde als militärischer Unfall erklärt und obwohl ihre Särge leer waren, erhielten sie ein ordentliches Begräbnis. Jimmy hingegen wird ein Schicksal erleiden, das schlimmer ist als der Tod. Er ist jetzt ein Gefangener in dieser nuklearen Gruft und nur ich weiß von ihm. Das ist auch meine Strafe. Kein Mensch sollte dies alleine durchstehen müssen. Ich werde tun, was ich kann, um es Jimmy so angenehm wie möglich zu machen, bis ich von dieser Erde verschwinde. C. G. Jetzt begann alles einen Sinn zu ergeben. Warum dieses Land Mr. Gunderson gehörte, warum die Bestie Char rief. Charles war der Einzige, der es wusste und die Bestie kannte. Ich verließ den Raum und machte mich auf den Weg zurück an die Oberfläche. Ich wusste, dass James Strauss immer noch durch die dunklen Korridore streifen würde und er hatte es verdient zu erfahren, was aus seinem alten Freund geworden war. Ich befand mich zwei Stockwerke unter der Stelle, an der ich ursprünglich in die Grube geworfen worden war, als ich ihn ziellos und wütend umherstapfen hörte. Ursprünglich wäre ich erschrocken gewesen, aber jetzt war das alles durch Trauer und Mitleid ersetzt. Ich beschloss, dass ich die Sache so schnell wie möglich hinter mich bringen sollte. Ich rief in die Dunkelheit hinaus. Jimmy! Die Worte halten auf dem Beton wieder. Keine Antwort. Jimmy! Charles schickt mich! Plötzlich hörte ich leise, donnernde Schritte, die sich aus einem Korridor um das Treppenhaus herum näherten. Ich leuchtete mit meinem Licht in ihre Richtung und sah ein großes Loch in der Wand. Aus dem Inneren kam Bewegung und sie kam immer näher. Eine dicke, knollige Hand streckte sich aus dem Loch und griff sanft nach dem Rand des Lochs, gefolgt vom Rest von Jimmy. Jetzt, da ich nicht mehr um mein Leben fürchtete, konnte ich seine massive Gestalt besser einschätzen. Das Tagebuch stimmte, denn er war etwa ein Meter größer als ein normaler Mensch und so wie es aussah, hatte er sich daran gewöhnt, sich zu bücken, um in die Gänge zu passen. Seine Arme waren so dick wie Baumstämme und mit verfilztem, moosbewachsenem Haar bedeckt. Er starrte mich von der anderen Seite des Treppenhauses an, so gut er es mit einem Auge konnte, und rief traurig, Schau. Er schnupperte an der Luft und ich wusste, dass er den Unterschied wieder erkennen konnte. Wie ein Haustier, das sein Herrchen identifiziert, versuchte Jimmy herauszufinden, warum ich nicht wie Mr. Gandersen roch. Wo Charles? Wie du? Er war nur deformiert und nicht geistig behindert und er tat das Beste, was er unter den gegebenen Umständen tun konnte. Er hatte wohl gesagt, wo ist Charles? Wer bist du? Ich hielt es für das Beste, den Rest seiner Menschlichkeit auszunutzen und an sein Mitgefühl zu appellieren. Mein Name ist John Wilcox. Ich stamme aus Elm Grove. Ich bin Historiker. Bist du Jimmy Strauss? Jimmy nickte schweigend. Ich redete weiter. Weißt du, welches Jahr wir haben, Jimmy? Er sah mich eine Weile an, legte den Kopf schief und schüttelte dann, nach ein paar Sekunden seinen massigen Kopf. Ob sie es glauben oder nicht, Mr. Strauss, wir schreiben das Jahr 2010 und ich habe eine traurige Nachricht für sie. Jimmy lehnte sich an das Geländer. Sein Gesicht war voller Sorge und Besorgnis. Ihr Freund Charles ist vor ein paar Tagen gestorben. Sofort bildeten sich riesige Pfützen in den Augen des großen Monsters, die sich über sein Gesicht in die Dunkelheit ergossen. Sein Schluchzen glich den Schrein eines Bären, der in der Falle gelandet war. Er brach auf dem Boden zusammen und beklagte den Verlust seines einzigen Freundes auf der Welt. Ich wusste nicht, was ich noch sagen sollte. 40 Jahre lang war er in dieser Gruft gefangen gewesen und seine einzige Verbindung zur Außenwelt war nun weg. Was hätte man da noch sagen können? Langsam stand er auf, blickte nach oben zur Decke des Treppenhauses und wischte sich mit seinen gewaltigen Händen die Tränen weg. Er holte tief Luft und eine Ruhe überkam ihn. Fast schien er zu grinsen. Du gehst jetzt. Seine Stimme war so sanft wie er konnte und artikuliert. Dann drehte er sich mit dem Gesicht zur Wand. Er hob seine monströsen Arme über den Kopf und begann heftig gegen die Betonwand zu hämmern. Das ganze Treppenhaus wurde erschüttert und ich verlor fast das Gleichgewicht und fiel über das Geländer zurück nach unten. Diesmal brüllte er laut. Geh jetzt. Ich brauchte keine weitere Anweisung. So schnell mich meine Beine trugen, rannte ich die Laufstege und die Treppe zum Eingang hinauf. Er hämmerte weiter, bis ich hören konnte, wie sich der Stahl von seinen Stützen löste, verformte und zerbröckelte. Der jahrzehntelange Rost und Schimmel halfen Jimmy bei seinem Vorhaben. Während er weiter auf das Fundament des Treppenhauses einschlug, lösten sich Bolzen aus einem Teil des Ganges, gaben nach und stürzten in die Dunkelheit darunter. Ich rannte weiter, so gut ich konnte, denn das Metall bebte und zerfiel zusehends. Ich erreichte das obere Ende des Treppenhauses und drehte mich um, um zu sehen, wie Jimmy weiter gegen die Wände schlug. Eine Sekunde später gab es einen gewaltigen Knall, ein ohrenbetäubendes Kreischen und ich war gerade in den Eingang gesprungen, als der gesamte Laufsteg einbrach und in die tiefschwarze Tiefe stürzte und Jimmy mit sich riss. Wenige Sekunden später krachte das Metallgerüst mit einem derartig dröhnenden und ohrenbetäubenden Aufprall auf den Boden des Treppenhauses, dass es einer vulkanischen Explosion glich. Ich stand am Eingang des Treppenhauses und spähte hinunter. Ich weiß nicht, wonach ich suchte. Hoffnung? Ein märchenhaftes Ende? Ein Jimmy war tot und ich war endlich frei von diesem Gefängnis. Ich öffnete die Tür zum Sprengstoff Gebäude und sah mich von einer Schwadron von Polizeibeamten umringt und ich warf sofort meine Hände hoch und ergab mich. Der Beamte von vorhin begleitete mich zu seinem Streifenwagen, legte mir Handschellen an und zwang mich hinein. Die Fahrt zur Waukesha Police Station verlief ruhig. Und? Und was? fragte ich. Ich nehme an, sie waren die Ursache für den unglaublichen Knall, den alle oben gehört haben. Was ist denn da unten passiert? Ich war es nicht. Was? Sie waren es nicht? Wer hätte es sonst sein können? Es war Jimmy. Er hat sich verabschiedet. Hallo, meine liebe Albtraum-Mami. In der heutigen Geschichte geht es um eine junge Tänzerin, die sich um einen Job als Model bewirbt. Sie und die anderen, die sich beworben haben, sind angeblich lebende Ausstellungsstücke in einer Ausstellung, die von dem Milliardär Mr. Brinshaw für die Reichen und Mächtigen veranstaltet wird. Doch schon bald bemerken sie, dass noch viel mehr dahinter steckt. Eine ungeahnte Dunkelheit lauert auf sie. Habt ihr schon mal ein Museum besucht und dabei ein Bild gesehen, das euch irgendwie beunruhigt hat? Schreibt es in die Kommentare. Und jetzt viel Spaß! Der alte Mann nickte in Richtung des Gemäldes, eines von vielen, die die Hallen seines herrschaftlichen Hauses schmückten. Es zeigte eine junge Frau, die von den Hüften abwärts gehäutet wurde. Ihre Haut hing wie ein Mantel hinter ihr her, während sie sich einen Weg durch eine Menge verzweifelter Bauern bahnte. Sie sah friedlich aus, zufrieden damit, sich in der Bewunderung der Leute zu sonnen, selbst, als sie ihr mit gekerbten Klingen und Skalpellen die Haut von den Beinen schälten. Oh, es ist sehr, sehr seltsam, war alles, was ich zu sagen vermochte. Mr. Brinshaw lächelte wie ein amüsierter Vater. Nachdem ich über den Job gelesen hatte, hatte ich erwartet, dass er ein Fiesling aus einem Treuhand vor wäre, mit strohblondem Haar und Zähnen, die zu groß für sein Zahnfleisch waren. Aber als ich ihn kennenlernte, war ich überrascht, dass er ruhig und würdevoll, ja sogar ein wenig liebevoll war. Irgendwie war er mir dadurch noch unheimlicher. Der Künstler war mir sehr ans Herz gewachsen. Ich war sein Mäzen, aber es kann schwer sein, das zu bekommen, was man will, vor allem Geld. Ich dachte, ich würde ihn retten. Er starb noch vor der Jahrtausendwende, völlig verkrümmt, in einem Krankenhausbett und bettelte um mehr harte Schmerzmittel. Tut mir leid, das zu hören, sagte ich. Das muss es nicht. Er hat einige bemerkenswerte Gedichte geschrieben, revolutionäres Zeug, das uns ein neues Zeitalter des Spiritualismus beschert hätte, wenn er nicht das meiste davon verbrannt hätte. Er hat mir auch dieses Bild geschenkt und mich damit zu ihnen geführt. Sie meinen? Jensen hat mich darauf aufmerksam gemacht. Er bezog sich auf den seltsam aussehenden Assistenten, der mich drei Wochen zuvor vor meiner Tür um Hilfe gebeten hatte. Er war derjenige, der mich auf ihre Bewerbung aufmerksam gemacht hat. Ich habe die Ähnlichkeit zwischen ihnen und dem Gemälde als Zeichen gewertet. Ich dachte, sie hätten mich wegen meiner Erfahrung als Profi eingestellt. Oh, solche Leute haben wir hier schon. Die Gebildeten und die Qualifizierten. Aber es Qualifikationen oder gar Talent. Manchmal möchte ich den Leuten einfach eine Chance geben, das zu bekommen, was sie wollen. Wie ihr Künstler? Hat er bekommen, was er wollte? Der alte Mann lächelte wieder und dieses Mal war es nicht so väterlich. Ich nehme an, das liegt an ihnen. Es wurde erwartet, dass verbrachten, Kostüm anproben, Probeläufe, noch mehr Kostüm anproben, noch mehr Probeläufe. Stunden um Stunden verbrachten wir damit, still zu sitzen, stehen, posieren, lächeln, weinen, schnurren, brüllen, knurren. Ich war sexy, verletzlich, würdevoll, wütend, heftig, leise, kalt, warm, heiß. Am Ende des ersten Tages, als die Sonne an der Küste der Privatinsel unterging, war ich erschöpft und bereit, zusammenzubrechen. Dabei hatte die Show noch nicht einmal begonnen. Ich wusste, dass wir nicht allein waren und sei es nur, weil die anderen Darsteller ständig davon erzählten, dass sie einen Blick auf Prinz so und so oder Senator dies und das oder Baron was auch immer erhaschen konnten. Jeden Abend wurden wir für die reichen Gäste ausgestellt, die Mr. Brinshaw einfliegen ließ. Aber ich musste das ausblenden. Ich konnte es einfach. Ich konnte nicht an Prinzen und Oligarchen denken, an Leute, die die Macht hatten, mein Leben zu verändern, es aus dem Dreck zu ziehen oder es ins Nichts zu stampfen, wenn sie das Gefühl dazu hatten. Ich konnte nicht einmal an die Menschen neben mir denken, die anderen Darsteller, geschmeidig und groß und von eindringlicher Schönheit, tratschten tratschten endlos und trugen den Stress des Tages mit müheloser Anmut. Sie waren Profis, nicht wie ich, sondern wie die Menschen, die ich sein wollte, als ich jünger war. Sie waren Darsteller, Tänzer und Models, menschlicher Lehm, deren Kunstwerke verwandelt wurde, die inspirierten und erleuchteten. Es gab Fotos von ihnen in Galerien, die mehr wert waren, als mein ganzes Hab und Gut. Für unser erstes Stück trugen wir Schulabschlusskleider, nur anstelle von Mützen trugen wir Militärhelme der alten Schule. Es waren stachelige deutsche Dinger, die sicher etwas über Gewalt oder Bildung oder anderes aussagten. Ich kann nicht genau sagen was, denn der Künstler der die Veranstaltung organisierte, sprach nicht mit mir, sah mich nicht einmal an. Zwölf Stunden lang habe ich zugehört, aber nicht gesprochen, bis es endlich soweit war und wir auf eine Bühne getrieben wurden, wo ich mich in die Ecke stellen und verloren aussehen sollte. Wir waren 13 Personen, die in verschiedenen Stellen um ein zentrales Podium herum angeordnet waren. Eine junge Frau leicht 1,80 groß und mit der Statur eines viktorianischen Gespenstes wurde dann zu ihrem Platz in Mittelpunkt Weiß und Verlegenheit aber bevor ich Zeit hatte mich zu beruhigen brach plötzlich hektischer Alarm im Raum aus und alle schwarz gekleideten Assistenten Choreografen und Kostümbildner flüchteten in die entlegenen Ecken des Raumes wo sie hinter Geheimtüren verschwanden nur der Künstler blieb zurück und nahm noch einige letzte Anpassungen vor bevor die Gäste eintrafen Catherine sagte er und Gott wenn ich nicht schon tausendmal genau den gleichen Satz in der Stimme gehört habe Catherine Liebling kannst du noch ein bisschen runter rutschen nur ein bisschen bitte ich beugte meine Knie nur ganz leicht und bekam den Rücken eines jungen Mannes zu Gesicht ich war praktisch hinter ihm versteckt brillant sagte der Künstler und klatschte in die Hände und dann strömten die Gäste herein ich stieg vom Podium herunter die goldene Farbe blätterte von meiner Achselhöhle und meinem Schritt ab es war die dritte Woche die einundzwanzigste Show jeden Tag verbrachten wir sechs lange Stunden damit zu posieren oder aufzutreten als würden wir an einem Ritual teilnehmen keine Show war wie die andere und jeder Tag brachte seltsame neue Anweisungen die heutige Aufgabe bestand darin vollkommen still zu stehen ich war erschöpft zitterte und war ausgelaugt von der schieren körperlichen Anstrengung eine Pose so lächerlich lange zu halten Ilana schwebte an mir vorbei einen ganzen Kopf größer als ich und schaute nicht mal nach unten als sie auf den bewundernden Künstler zueilte andere Tänzerinnen und Tänzer unterbrachen ihre Gespräche und eilten ihr entgegen und ein schüchtern aussehender Mann von dem ich wusste dass er ein Gast war verweilte unbeholfen und wartete darauf ihre Bekanntschaft zu machen seine Filme dominierten jedes Jahr die Kinokassen aber er zappelte nervös wie ein pummeliger Teenager auf einer Comic Con sie war silbern geschminkt nur bei ihr sah es Platinfarben aus der Rest von uns war im Vergleich dazu wie schäbige Kupferfiguren dies war unsere erste Nacktshow und ich hatte keine Lust bei all den anderen zu bleiben die sich in ihrer eigenen Haut so wohl zu fühlen schienen also verließ ich eilig die Bühne und machte mich auf den Weg zu einem der Eck Ausgänge oh Ilana ich drehte mich um und er blickte Mr. Brinshaw flankiert von dem schlachsigen Jensen er schlurfte auf die Debutantin aus Edelmetall zu und nahm eine ihrer Hände in die Seine Seine Augen sahen sie mit purer Bewunderung an als wäre sie seine Lieblingstochter und Geliebte in einem was auch immer er zu ihr sagte ich konnte es nicht verstehen aber es sah aus wie ein Geheimnis zwischen zwei Liebenden es tat weh ihn so mit ihr reden zu sehen es war kindisch und dumm von mir ich wusste es damals schon aber es tat trotzdem weh ich schaute an meinen Beinen hinunter und sah wie die Farbe abblätterte und es ärgerte mich sehr dass das bei mir der Fall war aber nicht bei den anderen ich machte mich bereit zurück in die Umkleideräume zu eilen als meine Aufmerksamkeit von Mr. Brinshow erneut geweckt wurde er redete und lachte und er ließ seinen Blick über die Menge schweifen so dass ich dachte er würde sich in meine Richtung drehen aber sein Blick verweilte nicht nicht einmal für eine Sekunde er hat mich einfach nicht gesehen du suchst deinen Traumprinzen nicht wahr es war Jensen der unbeholfen lächelte als er sich neben mich auf die Stufe setzte auf der ich rauchte wir befanden uns hinter einer der vielen Küchen die auf einen mit kies gefüllten Hof hinaus ging große Häuser wirklich große Häuser ich wusste dass sie oft kleine Öffnungen wie diese hatten sie ließen natürliches Licht in die Räume tief in der Mitte des Gebäudes fallen viele der Models wollten die Gäste außerhalb der Vorstellung kennenlernen Mr. Brinshaw hat schließlich nachgegeben fügte er hinzu für Ilana fragte ich Jensen schmunzelte ich glaube er versuchte sympathisch zu wirken aber es kam nicht so rüber ich wusste nicht dass ich den ganzen Weg hierher gekommen bin um mich hinten zu verstecken es sind jetzt drei Wochen und seit der ersten bin ich die ganze Zeit außer Sicht weiter bei den Shows du tust dein bestes sagte er mit einem schlaffen Achselzucken falle ich denn irgendwie negativ auf Jensen lachte Ach es ist ein seltsamer Job Mr. Brinscher mag die Künste das hat er schon immer aber er ist wankelmütig er wird nicht jedes Mal Ilana im Zentrum haben ich bin sicher es wird einige Gelegenheiten geben dort oben zu sein Ich bin kein jugendliches Mädchen das Anerkennung braucht warum gehst du nicht rauf und zeigst ihm CEO von was auch immer deine Eier wenn das so einfach ist Oh Gott nein ich könnte da nicht drauf gehen und tun was ihr tut da oben gibt es nicht einen einzigen reifen Haaransatz ich weiß nicht ob er es gemerkt hat aber er rieb sich mit der Hand über den Kopf während er sprach sieh mal einer der Gäste hat das für dich abgegeben er reichte mir ein kleines Kärtchen auf dessen einer Seite in schwungvoller Schreibschrift mein Name stand dort stand noch du bist eine Kraft mit der man rechnen muss strahle hell Mr. Brinshaw fragte ich nein das ist nicht seine Handschrift aber jemand hat dich da oben gesehen und mochte dich ich weiß du fühlst dich ein wenig überfordert aber sei nicht hoffnungslos wir haben dich aus gutem Grund eingestellt bleib einfach am Ball in dieser Nacht konnte ich nicht schlafen also beschloss ich meine Unruhe mit einem Spaziergang um das Haus herum ein wenig zu trainieren das meiste davon stand uns offen und bei einem unserer ersten uns ermutigt durch die Hallen und Galerien zu streifen damit wir uns von seiner Privatsammlung inspirieren lassen konnten das meiste davon war etwas banal obskure Farblöcke und schwarz-weiß Fotos von nackten Frauen neben hässlichen Karikaturen und unsubtilen Aussagen zu allen möglichen Ismen jedes einzelne Stück wäre für die richtige Person Millionen wert aber nichts davon sprach mich an oder zumindest das meiste davon nicht sicher vieles davon war genau die Art von Dingen die man an den Wänden von jemandem mit zu viel Geld erwarten würde aber hin und wieder blieb ich bei einem Gemälde mit einem billigen Rahmen stehen das unbeholfen über einer Badezimmertür hing oder in einem der endlosen Flure versteckt war und es erregte meine Aufmerksamkeit ich sah türkisfarbene Ozeane mit knochenfarbener Gischt der Himmel ein sich windendes Muster aus Fraktalen das in meinen Augen schmerzte ein anderes zeigte eine Kakophonie aus zerschmetterten Augen und gebrochenen Knochen Daneben Daneben war ein Tableau von vergifteten Männern zu sehen die an ihrem Tisch zusammenbrachen während ihnen die Haut vom Körper abblätterte und sie sich an ihre violetten Gesichter klammerten Eines der schönsten zeigte ein endloses Eisfeld das nur durch einen spritzer blutigen Fels unterbrochen war Ich ging bis kurz nach Mitternacht und konzentrierte mich auf diese barocken Gemälde die so deutlich und absichtlich zurückhaltend gestaltet waren Langsam wurde mir klar dass sie eine Art geheime Ausstellung bildeten die sich zwischen all den anderen einfügte Die Gemälde waren inhaltlich unterschiedlich aber alle besaßen einen einzigartigen Geschmackssinn von dem ich wusste dass er dem Sammler gehören musste Wenn er die anderen Bilder aus einem überheblichen Bedürfnis heraus gekauft hatte um zu beeindrucken so hatte er diese zumindest aus echtem Interesse gekauft sie gefielen ihm mir gefielen sie auch Mein Lieblingsbild war ein Bild mit gespitzten Lippen die von mattem Lippenstift rot gerötet waren und fest auf die Öffnung eines Zigaretten Abschneiders gedrückt wurden Die Zungenspitze der Frau war in das Loch gepresst und die Klinge war an der Ecke des Randes schwach sichtbar Es Es noch kein Blut geflossen aber man konnte sehen wie nah die Klinge daran war die dünne Haut zu zerreißen Gott die Farbenpracht war erstaunlich und gab den seltsamen lilafarbenen ihre Erregung empfinden Weißt du wer das gemalt hat Ich drehte mich um und sah dass Ilana nervös aussah mit Tränensäcken unter ihren ungeschminkten Augen Sie sah nicht so groß aus in ihren Kutten und sie wirkte auch nicht so unangenehm Sie sah jung aus und ich milderte meinen Gesichtsausdruck und meinen Tonfall um etwas von der hässlichen Eifersucht herunter zu schlucken die ich empfand Nein Weißt du es Sie schüttelte den Kopf Sie sind in meinen Träumen Ich kann nur schwer schlafen sagte sie und kicherte nervös Wahrscheinlich ist es nur der Stress Immer im Mittelpunkt des Geschehens zu stehen ist nicht einfach sagte ich Die Aufmerksamkeit macht mir nichts aus Ich glaube es liegt an diesem Ort Hast du schon viel erkundet Viele der Türen sind verschlossen aber eine davon Könntest du etwas für mich überprüfen Sie entspannte sich ein wenig und reichte mir die Hand bevor sie mit mir im Schlepptau weiter lief sie erinnert erinnert an ein kleines Kind das erleichtert feststellt dass es nicht verloren und allein ist und ich spürte eine gewisse beklemmung als ihre Schritte langsamer wurden und wir zu einer kleinen Tür am Ende einer sehr langen Sackgasse kamen hör mal flüsterte sie bevor sie sich vorsichtig an die Tür heranschlich und den Atem anhielt sie gab mir ein Zeichen es ihr gleich zu tun und ich tat es drückte meine Brust gegen die nahegelegene Wand und lehnte mich dagegen so dass mein Ohr über den Holzpanelen schwebte da drin ist jemand murmelte sie leise ich strengte mich an um das Rauschen des Blutes in meinen Ohren zu überhören für ein paar kurze Sekunden verengte sich die Welt auf einen feinen Punkt als ich meine ganze Aufmerksamkeit auf diese Tür richtete leise so leise dass ich nicht mit Sicherheit sagen konnte ob sie überhaupt da war hörte ich ein schlurfen oder vielleicht ein scharren oder vielleicht sogar ein Fuß tritt es war so gespenstisch still mir wurde bewusst dass ich etwas so subtiles hören konnte wie das verschieben von Bettlaken oder das drehen eines körpers der sich lautlos auf einem Fuß drehte und was ist mit mir fragte ich mich was ist mit meinen ungeschickten Füßen oder das knarren meiner Knochen oder das anspann meiner Muskeln konnten sie mich auch hören ich blickte den Weg zurück den wir gekommen waren wir waren sozusagen tief in der Spinnenhöhle und ich machte mich daran mich von der Wand zu lösen und den langsamen Rückweg anzutreten Ilana tat das gleiche nur wurden wir beide aufgehalten als eine einzelne weiße Karte unter der Tür hervorglitt Ilana war bei diesem Anblick wie erstarrt ihre Augen weiteten sich und ihre Haut war so blass dass sie wie eine Porzellanpuppe aussah mir wurde klar dass ich diejenige sein musste die die Karte aufheben würde eine Kleinigkeit sagte ich mir aber die Haare auf meiner Hand standen mir trotzdem zu Berge als meine Haut dem Spalt am unteren Ende der Türe näher kam ich ich spürte einen Luftzug aber er war heiß und feucht wie der Atem von jemandem es roch nach gammeligem Fleisch und Parfüm sobald ich die Karte in der Hand hatte stand ich auf und lief los auf der Karte stand deine Freundin ist unangenehm aber es freut mich dass dir mein Bild gefallen hat mir hat keines seiner Bilder gefallen sagte Ilana kichernd und schwindelig vor Schreck wir hatten uns beide auf einer der vielen Treppen niedergelassen die sich durch das Haus schlängelten ich weiß nicht warum diese Person denkt mir würden die Bilder gefallen ich brachte es nicht übers Herz ihr zu sagen dass ich die Schrift erkannt hatte aber andererseits hatte sie automatisch angenommen dass ich die Freundin war und die Karte für sie bestimmt war und warum auch nicht liebten sie nicht alle hier hatten nicht alle ihre ganze Aufmerksamkeit auf sie gerichtet naja wer auch immer es war es hat dem jenige nicht gefallen dass du mich vielleicht solltest du das nächste mal einfach alleine gehen sie nickte zustimmend am nächsten tag redeten alle nur ich nicht Ilana war in einem plötzlichen Anfall von Aufregung gegen 5 Uhr morgens verschwunden die Leute fragten mich ob ich sie gesehen hätte aber ich verneinte immer wobei meine Hand bei jeder Frage zu der Karte in meiner Tasche wanderte es habe einen Kampf gegeben sagten einige etwas schreckliches sei in der Bibliothek passiert die dem Schlafzimmer von Mr. Brinshaw am nächsten lag einige der anderen Darsteller erwähnten sogar dass sie geschrien hätten oder sie hätten die Information aus einem der Angestellten herausbekommen was was auch immer geschehen war es hatte sich in einer abgelegenen Ecke des Anwesens abgespielt und dazu geführt dass ein orangefarbener Hubschrauber der Küstenwache auf die Privatinsel geflogen war wo Ilana mit bandagiertem Gesicht abtransportiert wurde jetzt dass ein Darsteller weniger gab konzentrierten sich alle wieder auf die eigentliche Aufgabe Der Künstler des Tages brach fast in Tränen aus als er uns herumkommandierte und die Kostümbildner anschrie an einem Nachmittag die Arbeit einer ganzen Woche zu erledigen Alles war wie im Rausch und es dauerte nicht lange bis das Geheimnis gelüftet war und wir alle auf die Bühne geholt wurden Diesmal waren wir Balletttänzer jeder von uns war mit Kunstblut beschmiert und mit Prothesen geschminkt die unsere Gesichter auf seltsame Weise entstellten Es war stickig und unangenehm und ich brauchte meine ganze Energie um mich auf die seltsame Prozession zu konzentrieren die wir um die Bühne herum machten Eine Reihe berühmter Gäste die Mr. Brinscher umworben hatte wurde uns vorgeführt und ich bin sicher dass ich ein oder zwei Gesichter erkannte sie sahen anerkennend aus Zum ersten Mal seit meiner Ankunft konnte man mich deutlich sehen Natürlich war ich nicht der Mittelpunkt aber wenigstens wurde ich nicht absichtlich versteckt Ich fixierte meine Form hielt meine Position und wechselte gemäß der vorgeschriebenen Choreografie gelegentlich von einer Pose in die andere oder führte irgendeinen vagen medizinischen Eingriff vor Diese Darbietungen waren quälend langsam und langweilig aber ich nehme an das war der Sinn der Sache ein lebendes Gemälde so hatte Jensen es beschrieben obwohl es das gar nicht war Die Tatsache dass wir lebten war bereits Teil der Pinselstriche die das Bild zu einem Ganzen machten dass wir da waren uns unwohl fühlten und erschöpft und müde waren mit Kribbeln in den Armen und Beinen darum ging es wirklich Ich war eine lebende Dekoration Als es zu Ende ging blieb ich ausnahmsweise zurück Diesmal waren keine Gäste erlaubt obwohl die Darsteller ein wenig tranken Es gelang mir mit ein paar Leuten zu sprechen und hier und da ein paar kleine Freundschaften zu schließen Einer von ihnen ein junger Mann war sogar recht charmant und offensichtlich etwas an mir interessiert Als wir nach draußen und zurück in unsere Zimmer schluften war ich waren längst vergessen zumindest bis ich mein Bett erreichte und die Bettdecke zurückzog um einen blutigen Zigarrenschneider zum Vorschein zu bringen Daneben lag ein winziger Kegel aus rosa Fleisch und ich stellte mit großem Schrecken fest dass es die Zungenspitze von jemandem war Derjenige der sie hinterlassen hatte einen Zettel beigelegt Dort stand Du hast heute Abend so gut ausgesehen Die Konkurrenz sollte sich vorsehen Wir waren nackt und froren Das bedeutete dass wir zitterten dass unsere Haut blass wurde und mit Gänsehaut übersät war Sogar unser Atem war eisig Bei dem Geld das uns gezahlt wurde wagte niemand sich zu beschweren Aber irgendetwas an diesem Schauspiel wirkte besonders entmenschlichend Ich glaube es war ein Kommentar zur Obdachlosigkeit vielleicht Der Künstler hatte erwähnt dass der Raum genau auf die Temperatur einer New Yorker Dezember Nacht klimatisiert sein musste Ich fand das lustig denn die Gäste durften Pelze tragen und heiße Tassen halten Wenn sie wirklich etwas über das Leiden lernen wollten dachte ich sollten sie das nicht tun indem sie anderen dabei zusahen Den Dennoch behielt ich solche Gedanken für mich das taten wir alle selbst nachdem der erste Darsteller zusammengebrochen war Ich war überrascht als eine Gruppe von Sanitätern hinter einem Vorhang hervortrat und sich ohne viel aufhebens um ihn kümmerte Ich wollte den Kopf drehen um nachzusehen und ich wusste dass einige der anderen das auch taten aber weder die Gäste noch das Personal reagierten Zu meiner Rechten begann einer der anderen Darsteller zu zittern Ich konnte sehen wie er darum kämpfte sich zusammen zu reißen Sein Zähneklappern war das lauteste in diesem Raum aber das Publikum war von unseren Kämpfen gefesselt worden Die träge Prozession pelz gekleideter Frauen und alter Männer mit Pfeifen verlangsamte sich und nach und nach drehten sie sich zu uns um alle Gesichter auf den zitternden jungen Mann gerichtet dessen Haut blau anlief schließlich gab er auf ein Schrei der Frustration ertönte und er begann wegzugehen bis sein Körper aufgab auch er brach zusammen sein Kopf kam der harten Bühnenkante beängstigend nah als er umkippte in meinem Kopf wusste ich dass nur noch zehn von uns übrig waren und ich schwor dass der Raum noch kälter wurde einige der anderen machten kleine Anpassungen vielleicht dachten sie dasselbe wie ich dies war eine Ausstellung über Ausdauer oder Schmerz oder etwas ähnliches man hatte es uns nur nicht gesagt doch das gehörte alles zur Ausstellung ich konnte mir beim besten Willen nicht erklären wie jemand auf diese Idee kommen konnte aber ich fragte mich was es bedeuten würde der Letzte zu sein der noch steht die einzige Person dort oben zu sein stehen und alles zur Schau stellen vielleicht nicht um bewundert zu werden sicher nicht von allen aber zumindest um anerkannt zu werden um gesehen zu werden ich glaube das haben wir alle zur gleichen Zeit erkannt es würde noch zwei Stunden dauern bis der nächste fiel ich wette das lag an der plötzlichen Entschlossenheit die durch die ersten beiden ausgelöst wurde ich wusste dass der Wettbewerb Wunder für meine Ausdauer bewirkt hatte und das tat er auch weiterhin als erst ein dann zwei und dann drei Leute zusammenbrachen oder schluchzend wegliefen unfähig noch eine weitere Sekunde in der eisigen Kälte zu ertragen es blieben sechs übrig von denen einer ich war das Publikum schienen die Mitglieder zu wechseln ohne dass sich jemand bewegte oder vielleicht machte mir die Temperatur zu schaffen inzwischen lief mir der Rotz aus der Nase und manchmal musste ich die Augen schließen um zu verhindern dass die Kälte meine Iris verbrannte manchmal musste sich einer der Darsteller anpassen um den Rotz wegzuwischen oder um zu verhindern dass eine Gliedmaße völlig nachgab einige begannen sogar sich die Arme um die Brust zu reiben schließlich hatte niemand Spielregeln aufgestellt wir hatten einfach beschlossen so lange wie möglich durchzuhalten und es schien die unausgesprochene Regel zu sein dass man nur aufgibt wenn man geht aber ich wollte die Ausstellung nicht gefährden im Gegensatz zu ihnen hielt ich so lange still bis der Schmerz so unerträglich wurde dass ich spürte wie meine Sicht zu verschwimmen drohte ich war kurz davor aufzugeben als ich einen Schwall heißer Luft spürte es war so wahnsinnig angenehm dass ich dachte es handelte sich um den Beginn einer Unterkühlung aber das erklärte nicht den Geruch Gott es war furchtbar eine magenverderbende Mischung aus Fleisch und verfaultem Obst die mich an schwirrende Fliegen und aufgedunsenes Vieh erinnerte aber es war warm es war so warm dass ich merkte wie das Gefühl in meine Arme zurückkehrte dann in meine Hände und Füße bis sogar meine Zehen und Finger vor Hitze kribbelten ein unbeholfener Blick zu den anderen zeigte dass sie zitterten und ich sah wie ein anderer in eine Pfütze aus Tränen fiel und um Hilfe schrie aber mir war warm ich fühlte mich sogar ein wenig wohl je weniger wir waren desto mehr Augen spürte ich auf mir ruhen sie waren beeindruckt das konnte ich feststellen Milliardäre und Oligarchen die die Welt beherrschten und hier sahen sie was in mir steckte ganz anders als ich es mir vorgestellt hatte war dies keine zur Schaustellung nackter Zartheit sie waren hierher gekommen um mich zu sehen und ich wusste dass ich es in mir hatte die letzte da oben zu sein natürlich kam es am Ende auf mich und nur auf mich an der letzte brach mit einem lauten Knall zusammen der von konnte das lächeln nicht unterdrücken das sich auf meinem Gesicht ausbreitete und doch war ich noch nicht fertig dies sollte eine sechsstündige Vorführung werden und ich wusste dass noch eine weitere Stunde folgen würde warum also sahen mich die Zuschauer an als würde ich mich verbeugen ein paar von ihnen sahen schon etwas mitgenommen aus das konnte ich sogar von der Bühne aus sehen ihre Pelze reichten nur für eine gewisse Zeit ich hingegen sonnte mich in der Wärme in den heißen feuchten Luftstößen die von oben auf mich herabwehten wie der Atem eines Riesen schließlich kam der Künstler heraus und verkündete dass die Vorführung zu Ende sei zum ersten Mal applaudierte das Publikum für eine unserer Darbietungen und ich wusste mit Sicherheit dass es für niemanden außer mich war du weißt was mit Ilana passiert ist nicht wahr es war ein junger Mann der zu mir sprach einer der Darsteller ich bin sicher er hatte mir schon seinen Namen gesagt wir hatten wahrscheinlich sogar geflirtet aber ich war in meinen Gedanken versunken als er mich entdeckte und ich konnte nur sagen dass er mir bekannt vorkam nein ich schüttelte den Kopf und wandte mich wieder dem Gemälde zu es zeigte ein Teenager der nackt in einer Leere schwebte den Mund so weit geöffnet dass die Haut zu reißen begann den Kopf nach hinten geworfen wie ein Vogel Baby beim Fressen von oben ergoss sich flüssiges Gold in seinen Mund floss in schimmernden Rinnsalen über seine Lippen und über sein Gesicht und seine Schultern irgendetwas an den Pinselstrichen ließ das Gold unglaublich dreidimensional aussehen als könnte man mit der Fingerspitze den Fluss unterbrechen ich glaube dir nicht antwortete er was warum nicht ich weiß es nicht ich glaube du weißt etwas was ich nicht weiß du hast vom ersten Tag an nicht hierher gepasst ich habe einen Freund gebeten dich zu überprüfen und das letzte Mal dass du professionell gearbeitet hast war 2008 seitdem hast du was gemacht Tagesjobs im Einzelhandel es ist schwer für eine Tänzerin gesehen zu werden im Moment läuft es gut für dich aber das wird nicht so bleiben weißt du wie viele Leute eine zeitgenössische Tanzschule abschließen und und eine lange erfolgreiche karriere machen es ist hart und es wird immer härter aber du bist hier und sie nicht das riecht verdächtig seit der Nacht in der sie versucht haben uns zu erfrieren habe ich das Gefühl dass das alles nicht stimmt es würde mich nicht wundern wenn es eine große show ist und du ein Teil davon bist also was willst du von mir hören ich will die Wahrheit wissen ich will wissen warum jemand wie du dort oben steht und nach einer Reihe von erfundenen Schwachsinnigkeiten die Hauptrolle spielt nur um was um uns neugierig zu machen um uns ein bisschen mehr zu verunsichern sieh doch einfach selbst sagte ich gab ihm ein Zeichen mir zu folgen und führte ihn leise zu der Tür am Ende des langen Flures in letzter Zeit hatte diese Tür die seltsame Angewohnheit immer ganz in der Nähe zu sein aber ich dachte nicht viel darüber nach ich hatte keine Ahnung was genau ich vorhatte zu tun aber er schien so zufrieden mit sich und seiner kleinen Theorie zu sein und dass ich zustimmte ihm etwas zu zeigen hatte alle seine kleinlichen Eifersüchteleien bestätigt als ich anhielt und ihn aufforderte die Tür zu öffnen ahnte er etwas obwohl es ihm wahrscheinlich schwer fiel zu sagen was da selbst ich mein eigenes Handeln nicht verstand was ist da drin fragte er ich glaube es ist derjenige für den all das hier wirklich ist er nahm das als Bestätigung einer Idee über die er schon eine Weile nachgedacht hatte und alles zögernd verließ sein Gesicht er öffnete die Tür und marschierte hinein bereit irgendwelche Antworten zu verlangen ich blieb zurück und mir stand der Mund offen angesichts dessen was ich in diesem Raum befand der junge Mann brauchte offensichtlich einige Augenblicke bis er die Signale die seine Augen empfingen irgendwo in seinem dichten Kopf registrierte ich kann es ihm nicht verdenken denke ich es machte so wenig Sinn er hätte niemals dort hineingehen dürfen es war eine gesichtslose Leere aus fernen Blautönen und kosmischem Licht es fühlte sich so unendlich groß an aber auch irgendwie intim sogar klaustrophobisch ich ertappte mich dabei wie ich zurück trat so dass die Tür den offenen Raum umrahmte und der junge Mann in der Mitte stand mit den Füßen auf gar nichts was zum Teufel mit einem mark erschütternden knall flog sein Kopf nach hinten und er begann zu zappeln sein Körper hob sich leicht an so dass seine Beine frei hingen und er versuchte mit wütenden Tritten den Boden zu finden seine Augen flackerten wie wild hin und her und ich wusste dass er nach mir suchte und hoffte dass ich ihm zu Hilfe kommen würde aber ich war wie gelähmt vor Schreck und Ehrfurcht und wunderbarer Vorfreude er schrie auf als das Gold herabfiel und in einem schimpfenden Durcheinander über sein Gesicht und seine Augen stürzte aus der Nähe erkannte ich dass es sich nicht um Farbe sondern um echtes geschmolzenes Metall handelte und Gott es war wunderschön er strampelte und heulte vor Schmerz als das Fleisch seines Gesichts und seines Oberkörpers in seinem Kokon aus kochendem Metall kochte bis seine Gliedmaßen sich verkrampften und sein Körper regungslos umfiel er war nicht tot das konnte ich daran erkennen wie er immer wieder versuchte sich umzudrehen und mich anzuschauen es war als hätte ihn etwas mit einer riesigen Faust gepackt und einfach so wurde sein Mund von einer unsichtbaren Kraft aufgerissen die so stark war dass ich hörte wie sich sein Kiefer mit einem magenverbrennenden Knall auskugelte er zappelte noch ein wenig bis schließlich sein ganzer Körper schlaff wurde er hing wie im Nichts während sich in einer schrecklichen Kaskade nach unten ergoss es war eine perfekte Nachbildung des Gemäldes sogar der Eingang hatte eine seltsame goldene Qualität angenommen angenommen und ich erkannte dass es eine perfekte Nachbildung des Rahmens des Gemäldes war ich konnte nicht sagen ob es schon immer so gewesen war oder sich irgendwie vor meinen Augen verwandelt hatte aber ich hatte keinen Zweifel daran dass das was ich sah echt war selbst als die Türöffnung zu schrumpfen schien bis sie nicht mehr als ein Fuß breit war ohne recht zu wissen warum streckte ich die Hand aus und wie von selbst krümmte sich die Perspektive und meine Finger berührten die Leinwand die Tür war verschwunden und jetzt gab es nur noch das Gemälde der Junge hing immer noch da und drehte sich langsam als ich meine Hand zurück zog bemerkte ich ein Rinnsal aus Gold das über meine Haut lief kichernd leckte ich es ab und genoss den chemischen Geschmack als ich zurückblickte war die Szene eingefroren und die stand vor einer perfekten Nachbildung des Original Gemäldes du weißt was mit Ilana passiert ist oder es war ein junger Mann der zu mir sprach einer der Darsteller ich bin sicher er hatte mir schon seinen Namen gesagt wir hatten wahrscheinlich sogar geflirtet aber ich muss gerade völlig vertieft in das Gemälde vor mir gewesen sein ich blinzelte den Drang weg zu kichern oder weg zu laufen und drehte mich zu ihm um er kam mir seltsam bekannt vor nein ich schüttelte den Kopf und konnte nicht verhindern dass ich ein schiefes lächeln auf meine Lippen legte einige Zeit später ich öffnete die Schranktür und erschrak als ich ihre Augen waren weit aufgerissen und sie wich in die Ecke zurück wie ein verwundetes Tier ich erkannte sie sofort als eine der Darstellerinnen großer Gott was machst du da drin rief ich Psst ich glaube die anderen sind schon weg sei nicht albern haben wir nicht heute eine Vorstellung die Frau sah mich an als wäre ich verrückt und ihre besorgnis wurde für einen Moment von Verwirrung überlagert weißt du überhaupt was da draußen ist was hier los ist ein Haus ein paar Gemälde ich lachte hast du dir die Bilder mal angesehen nein nein das lass ich nicht mit mir machen solltest du aber bist du nicht hierher gekommen um teil von etwas besonderem zu sein sie warf mir wieder diesen Blick zu als wäre ich eine verrückte aber bevor sie es schaffte mir irgendwelche gemeinen Worte zuzuwerfen bewegte sich etwas im Schrank hinter ihr was war das schnauzte sie und ihr Kopf flog von einer Seite zur anderen es bewegte sich wieder und ich erkannte dass es die Wand hinter ihr war ich beschloss sie zu berügen aber als ich die Hand ausstreckte berührte sie etwas kaltes und hartes wie eine Glasscheibe meine meine Finger tasteten verwirrt die Oberfläche ab während die Frau verzweifelt den winzigen Raum auseinander zog und nach dem suchte was sich bewegt hatte als sich die Wand erneut bewegte dämmerte ihr endlich was los war lasst mich raus schrie sie und wollte mich beiseite schieben aber wie ich konnten auch ihre Hände die unsichtbare Wand nicht überwinden was was zum Teufel ist das stammelte sie ihre Augen richteten sich mit brennendem Hass auf mich du du warst es die die ganze Zeit warst du es ich wusste es verdammt noch mal dass du niemals ihre Worte wurden abgeschnitten als die Wand hinter ihr ihren Rücken berührte alle Anschuldigungen fielen von ihr ab als sie gegen das Glas gedrückt wurde und sich der Druck zu verstärken begann verzweifelt tasteten ihre Hände die unsichtbare Wand ab und ich bemerkte dass ihre Fingerspitzen an den Rändern hervorlugten ich berührte sie selbst und spürte dass der Spalt nicht mehr als ein Millimeter breit war ich glaube nicht dass du da durch passt sagte ich woraufhin die Wand hinter ihr wieder näher rückte diesmal gab es ein oder zwei Knackser und die Augen des Mädchens weiteten sich sie schrie weiter aber ein weiterer schlag gegen die Wand hinter ihr und alle Geräusche verstummten nicht 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 weil sie tot war sondern einfach weil sie ihre Rippen und ihr Zwerchfell nicht genug bewegen konnte um Luft einzuziehen das wenige das noch in ihren Lungen war nutzte sie um ein leises flehen zu flüstern hilf mir das tue ich sagte ich die Wand war unerbittlich und ich wich zurück als sie wie eine pneumatische Presse durch sie hindurch drückte die Farben die gegen diese unsichtbare Oberfläche gepresst wurden begann zu erblühen während ihr körper etwas durchlief das man als postmoderne dekonstruktion bezeichnen könnte rosa und violett farbene gelbe braune und rote töne das erinnerte mich an vorgemischte Farben ich trat zurück und begann die Art und Weise zu schätzen wie die Tür das Bild einrahmte den Raum den sie definierte und zum ersten Mal überhaupt fand ich dass das Bild fehlte aber dann begann sie durch die Spalte und die Lücken an den Seiten hindurch zu sickern oh das war eine Freude wie Knete die man durch ein Spielzeug drückt sie floss aus allen vier Rändern des Rahmens heraus und auf mich zu wie eine sich kräuselnde Welle aus immer dünner werdendem stoff sie schlug auf dem boden auf und begann sich zu falten und ich trat zur seite um sie sich auftürmen zu lassen viel besser ein viel interessantes stück sagte ich von meinen füßen aus hörte ich ein piepsen und sah dass ein stück von ihr das zu mir aufblickte armes ding sie hatte immer noch solche angst sie versuchte immer noch sich zu bewegen kunst kann transformativ sein sagte ich und griff nach unten um sie zu streicheln von oben wehte ein heißer windstoß über mich hinweg der streng nach fäulnis und fleisch stank ich konnte sehen dass er zustimmte in meinem zimmer hingen mehrere bilder an der wand sie kamen mir alle sehr bekannt vor die menschen die da oben herum schwangen wenn es denn überhaupt menschen waren einige dieser fotos zeigten teile von menschen oder ihr inneres ich bewunderte die sammlung sie gehörte nicht mr brinshaw sie gehörte mir ich hatte eine karte auf der das vermerkt war es war eine schande dass nur noch so wenige darsteller übrig waren ich hätte es zu schätzen gewusst wenn ich alles hätte zeigen können eines der gemälde schwitzte ich nahm ein tuch und wischte es vorsichtig ab um die wertvolle leinwand nicht zu beschädigen es war schnell zu einem meiner lieblingsbilder geworden ich beugte mich vor und pustete darauf und kicherte als sich die haare aufstellten du bist wunderschön flüsterte ich es stöhnte ich trat zurück und sah zu den anderen mir kam der gedanke dass es bald eine weitere show geben würde und ich beschloss nachzusehen ob mich jemals jemand abholen würde in diesem stadium konnten sie es sich wirklich nicht leisten es zu vergessen die ganze sache lastete auf meinen schultern hallo rief ich und steckte meinen kopf aus der tür aber niemand antwortete ich suchte weiter und rief aber der ganze ort war verlassen kein personal kein butler kein koch kein zimmermädchen keine sekretärin keine maskenbildnerin niemand aus einer laune heraus machte ich mich auf den weg zu mr brinchors flügel weil ich dachte dass er das alles in ordnung bringen könnte und wenn er dafür offen war würde er sich auch gerne meine privatsammlung ansehen ich wollte sie ihm unbedingt zeigen ich fand ihn in seinem schlafzimmer es war ein wunderschönes himmelbett aus herrlichem eichenholz die farbe war so intensiv dass sie fast wie opal aussah auch seine begleiterin waren sehr attraktiv niemand könnte je behaupten mr brinshaw hätte einen schlechten geschmack ich wünschte nur ich wäre nicht in ihn hineingetreten als ich den raum betrat aber das licht war aus und er war einfach überall auch die frauen waren in einem etwas unruhigen zustand trotzdem war der raum voller kichern und jubel und ich musste mich damit abfinden dass mr brinshaw vorerst beschäftigt war ich verließ den raum und machte mich auf die suche nach jensen er hing im atrium seine handgelenke waren offensichtlich mit einem brieföffner aufgeschlitzt worden der auf dem boden lag er hatte einen zettel geschrieben den er in seiner tasche aufbewahrte und ich nahm ihn an mich weil ich wusste dass er für mich bestimmt war es war ziemlich schwer zu lesen mit den blutigen daumen abdrücken und der unordentlichen Handschrift aber stand in unseren wildesten träumen hätten wir das nicht erwartet ich werde nicht lügen und sagen dass wir die besten absichten hatten aber niemals das katherine du bist jetzt sicher die letzte die noch übrig ist und fragst dich was das alles sollte die beschwörung ich warf den zettel mit einer hochgezogenen augenbraue zur seite um mich brummte ich es ging nur um mich immer nur um mich ich gab Jensen einen spielerischen kleinen Schubs der ihn zum schwanken brachte dumme Gans sagte ich bevor ich wegging ich war schon an der Tür als das Seil riss und sein Körper mit einem knochenknirschenden Aufprall auf dem Marmorboden aufschlug ich mag dich die Karte flatterte aus der Dunkelheit über mir und landete in meinem Haar in letzter Zeit war es dort oben immer dunkel als würde es mich von Raum zu Raum verfolgen obwohl ich mich nicht mehr viel bewegte seit der letzten Show waren schon ein paar Wochen vergangen ich mag dich auch sagte ich ich sehe dich die Karte landete meinem Schoß die Worte ließen ein warmes flauschiges Gefühl in meinem Magen aufsteigen und ich streckte die Hand aus und hielt sie dicht an meine Brust danke ich habe meine Zeit hier genossen ich auch sie kommen ach lass sie doch sie werden immer kommen ich muss gehen aber wir brauchen das letzte Bild ein Teil von mir wollte weinen aber ich wusste auch dass es so kommen musste danach würde ich von niemandem mehr so gesehen werden wie er mich gesehen hatte ich weiß du wirst immer die beste von allen sein ein Messer fiel aus der Dunkelheit über mir und landete mit der Klinge zuerst neben mir es steckte im Holzboden und der Griff zitterte hin und her ohne nachzudenken ergriff ich es und schaute auf meine Beine hinunter in der Ferne konnte ich einen Hubschrauber hören dann begann ich zu schneiden ich weigerte mich für sie ins Detail zu gehen es war eine lächerliche Aufforderung ihnen zu sagen was passiert ist und es spielte keine Rolle wie viele wütende Leute fragten vielleicht hätten sie die Ausstellung zu schätzen gewusst aber ich konnte sehen dass sie von der Sammlung angewidert waren ich hatte in ihm eine unvergleichliche kreativität geweckt und er hatte sich beim herstellen verdrehen und umgestalten ausgetobt und einige der dinge die sie schluchzend in dem Haus fanden waren wirklich schön ein paar sind sogar ins Meer gerutscht aber das habe ich ihnen nicht erzählt sie haben mich an diesen Ort gebracht und er ist weg nun manchmal spüre ich seinen Atem auf meinen Schultern er wirft ein Auge auf mich wenn er kann da bin ich mir sicher einer der anderen Leute hier ein armer alter Mann ohne Haare der immer mit sich selbst redet fragte was passiert sei und ich erzählte ihm dass ich wie ein Licht leuchtete das gesehen und bewundert werden wollte und dass etwas dem Ruf gefolgt war ich sagte ihm dass er auch gesehen werden kann wenn er nur stark genug gesehen werden will und seine Gedanken weit genug in die Welt hinausträgt in diesem Moment verdunkelte sich der Raum über mir und er schaute nach oben und da begann sein Geschrei jetzt lassen sie mich nicht mehr aus dem Zimmer aber das Personal gibt mir immer was ich will ein Laptop das WiFi Passwort Zigaretten sogar etwas Kunst Zubehör sie müssen wohl denken dass ich gefährlich bin und wollen sich nicht mit mir anlegen wie dumm von ihnen das zu denken ich war es nicht der den alten Mann geblendet hat er hat es selbst getan aber aber ich dachte er sollte es wissen und ihr solltet es auch wissen wenn ihr gesehen werden wollt und ich meine ihr müsst es wirklich wollen dann könntet ihr seine Aufmerksamkeit erregen Hallo meine liebe Albtraumarmee in der heutigen Geschichte geht es um einen Mann namens Patrick O'Boy früher war er Verkäufer für Wasserfilter und hatte eine kleine Familie dann änderte sich alles als die Apokalypse samt der vier Reiter kam nun zieht er durch ein zerstörtes New York und führt eine Gruppe Überlebende an wir erfahren ebenso alles über den mysteriösen Mann des Friedens und enthüllen seinen Plan während Patrick um sein Überleben kämpft viel Spaß Patrick O'Boyle war der Anführer einer Gruppe von Flüchtlingen die durch ein völlig zerstörtes New York zogen der ihre war in seinem vorherigen Leben ein Verkäufer von Wasserfiltern sein Leben war geregelt angenehm und einfach er ging morgens zur Arbeit fuhr in Schulen oder Firmen und stellte ihm sein Wasser Filtersystem vor abends kam er nach hause zu seiner Frau und seinem kleinen Sohn Arthur nun hatte er weder ein Zuhause eine Frau noch einen Sohn und Er hatte in den Wochen immer wieder von Berichten und Videos über seltsame Vorkommnisse große Männer mysteriöse Reiter und furchtbare neue Krankheiten gehört hielt es aber nur für Panikmache Selbst als es hieß Dämonen wandelten auf der Erde und die sieben Herrscher der Hölle wären hier hat er es als Unsinn abgetan Dann kamen die Untoten, die Spinnen und die Schattenwesen nach New York Krieg brach auf den Straßen aus Polizisten und jeder bewaffnete Bürger versuchten, die Ungeheuer aufzuhalten Doch es war vergebens Nach einigen Tagen war klar, dass die Armee nicht kommen würde Angeblich wäre diese am anderen Ende des Landes beschäftigt Sie waren also auf sich allein gestellt Am Anfang waren es nur seine Nachbarn, ein befreundetes Ehepaar und deren Kinder, die ihm folgten Inzwischen waren es über 300 Menschen, die ihm ihr Leben anvertrauten Patrick wusste nicht, wie es zu dieser seltsamen Wendung kam Das, was er tat, war einfach in ihm Er kalkulierte Risiken, plante Routen, rationierte das Essen und befehligte die paar Soldaten und Wachen, die sie hatten Niemand zweifelte an seiner Führung Einfach war es nicht immer Einmal musste er befehlen, ein Geschwisterpaar in einem halb zerstörten Gebäude sich selbst zu überlassen Die beiden hatten wohl dort ausgeharrt, nachdem ihre Eltern ermordet wurden Sie hatten Patricks Gruppe aus dem Fenster gesehen und geschrien Sie sollen sie bitte mitnehmen Doch schreien ist in dem New York von 2024 Keine gute Idee Es ist laut Und das, was laut ist, lockt die Kreaturen an Egal, ob es die menschlichen Spinnen, die Untoten oder die Schattenwesen sind Sie alle reagieren auf Geräusche Schnell hatten sich Dutzende der Kreaturen, um das Gebäude versammelt und versuchten hineinzugelangen Patrick befahl schließlich, einfach weiterzuziehen Sie hatten vielleicht 20 Leute, die kämpfen konnten Und die würden sie alle verlieren, wenn sie sich in diesen hoffnungslosen Kampf stürzten Patrick sah, dass der Junge im Fenster weinte und seine Schwester im Arm hielt Es brach ihm das Herz Doch als Anführer durfte er das Leben zweier Kinder Nicht über das von rund 100 Kindern stellen Am nächsten Abend berichteten die Speer der Gruppe über Bewegungen in den Schatten rund um ihr Camp Sie konnten nicht ausmachen, ob es Schattenwesen, Untote oder vielleicht sogar andere Flüchtlinge waren Alle Wachen und Soldaten machten sich bereit, während der Rest der Flüchtlinge sich auf die erneute Flucht vorbereitete Wenn Dämonen oder Untote angriffen, gingen sie dabei normalerweise nicht sonderlich subtil vor Sie stöhnten, kreischten und griffen sich den ersten Menschen, deren Sichtweite kam Hier kreischte nichts und niemand Und trotzdem lag der Geruch von Gefahr in der Luft Patrick bekam ein ungutes Gefühl Etwas stimmte hier nicht Hallo, sagte ein Mann, den Patrick nicht kannte Er stand zwischen ihm und drei seiner Soldaten Zuerst wollte er ihm sagen, er solle wieder zu den anderen Flüchtlingen gehen Doch dann hielt er inne Der Mann war seltsam gekleidet Und seine Haut war so blass, dass sie fast weiß aussah Seine Augen waren stechend gelb Aus seinem Mund ragten zwei scharfe, spitze Eckzähne Ihr seid kaputt? Wir machen euch richtig Aus den Handgelenken des Mannes Fann nun ein spitzer, knochiger, schleimiger Stachel Welchem er einen der Soldaten in den Magen rammte Der seltsame Vampir war nur die Vorhut Unzählige seiner Art sprangen aus den Fenstern um die Flüchtlinge herum Und stürzten sich zuerst auf die bewaffneten Soldaten Es war ein Gemetzel Denn schon nach kurzer Zeit Gesellten sich menschliche Spinnen und die Schattenwesen dazu Sie töteten alle der Soldaten Und fraßen noch ungefähr 100 Flüchtlinge Patrick O'Boy rührten sie nicht an Er stand da und musste mit ansehen Wie alles, was er versucht hatte aufzubauen Zugrunde ging Er war unfähig, sich zu bewegen Als die Kreaturen, angeführt von einem dieser mysteriösen Reiter Die übrigen 200 wie Vieh irgendwo hintrieben Wurde Patrick klar, wieso ihn keiner angerührt hatte Er war der Anführer dieser Leute Und diese Leute sollten etwas für die tun Die das Sagen über diese Kreaturen hatten Sie würden Patrick benutzen Um die verängstigten Flüchtlinge leichter zu manipulieren Sie wurden in einen Mit Stachelmauern abgesperrten Bereich getrieben Der wohl mal Manhattan war Hier gab es furchtbare Dinge zu sehen Menschen, die an Kreuzen hingen Menschen in Käfigen Und Menschen, die dazu versklavt wurden Trümmer zu zerkleinern Und beiseite zu räumen Das war wohl das, was sie auch erwartete Dachte sich Patrick Zuerst wurden sie in eine kleine Lagerhalle gebracht Ein kleines Wesen Das Patrick ungefähr bis zu den Knien reichte Kam nach einigen Stunden hinein Es hatte ledrige Haut Mit Eitergeschwüren Und eine lange Zinkennase Ahem Darf ich um ihre Aufmerksamkeit bitten Geschätzte Sklaven Patrick und der Rest seiner Leute wussten nicht Ob sie den Kleinen ernst nehmen sollten Irgendwas sagte ihnen jedoch Dass es besser wäre Ihn nicht zu provozieren Zuerst darf ich ihnen mitteilen Dass sie morgen gegen Mittag Einer Rede der neuen Herrscher dieser Welt Der sieben Höllenfürsten Lauschen dürfen Und nun Erheben sie sich bitte Denn es ist niemand Geringeres Als der Höllenfürst Belial Der Lord der Lügen höchstpersönlich Der sie in ihrer neuen Heimat begrüßen möchte Einer seiner Leute klatschte sogar Patrick machte ihm keine Vorwürfe Ja, er wollte sich einschleimen Doch er wollte sich nur einschleimen Um zu überleben Eine gewisse Spannung machte sich unter ihnen breit Sie erwarteten eine widerliche Monströse Gestalt Die gleich die Lagerhalle betreten würde Als Belial hereinkam Wurde diese Erwartung nicht erfüllt Er hatte die Gestalt eines Menschen Trug einen teuer aussehenden Businessanzug Und hatte zur Seite gekämmtes Kurzes Haar Er sah aus wie ein attraktiver junger Börsenmakler Vielen Dank, vielen Dank Um sich die Flasche Wasser zu sichern Es war jedoch vergebens Denn er war offensichtlich nicht unter ihnen Na schön, macht ja nichts Ich habe gehört, er sei in New York Und früher oder später Kommt er zu mir Wissen Sie was? Ich bin ein großzügiger Höllenfürst Die Flasche Wasser gibt es trotzdem Für jeden Rief Belial und grinste wie ein Politiker Ein paar Menschen klatschten erneut Einige jubelten sogar Patrick war nicht überrascht Als der kleine Dämon mit einer einzigen Wasserflasche herkam Und sie auf den Boden stellte Der Höllenfürst hatte nicht gelogen Es gab eine Flasche Wasser Für jeden Belial und der kleine Verließen danach die Lagerhalle Patrick war froh Dass die Leute noch halbwegs auf ihn hörten Es gab zwar ein wenig Streit Doch er konnte alle davon überzeugen Dass es das Beste war Das wenige Wasser Unter den noch lebenden Kindern aufzuteilen Am nächsten Tag wurden sie gegen Mittag Zusammen mit Hunderten von anderen Menschen Vor eine große Bühne auf Stein geführt Es war wieder der kleine Dämon Mit der Lederhaut Der diese zuerst betrat Und nun, werte Sklaven Werden die sieben Höllenfürsten Die neuen Herrscher dieser Welt Vor euch treten Damit sie ihre neuen Untertanen begrüßen können Bitte Zeigen Sie ihren Respekt Für Belial Belial Asmordan Belphegor Eschma Tynea Asael Und unser aller erhabene Anführer Lucifer Belial und Lucifer waren die einzigen Die eine menschliche Gestalt Die eine menschliche Gestalt hatten Anders als der Lord der Lügen Trug Lucifer eine goldene, verzierte Rüstung Belphegor war ein riesiges, geflügeltes Monster Tynea war nackt Tynea war nackt, hatte eine vage menschliche Form Die eine menschliche Form Die eine menschliche Form auf der Erde haben werden. Die Hälfte von euch wird diesen Palast errichten. Die andere Hälfte wird unserer Armee als Futter dienen. Ihr entscheidet selbst, wer gefressen werden soll. Entsetzen machte sich breit. Patrick war bewusst, dass die Großzügigkeit von gestern Geschichte war. Die erwachsenen, starken Männer würden vielleicht ihr Recht auf Wasser für die Kinder opfern, doch wenn es um ihr eigenes Leben ging, würden sich sicher nur die wenigsten opfern. Es würde ein furchtbares Massaker geben. Hinter ihnen, an einem der Tore, die nach draußen führten, gab es einen kleinen Tumult. Wer stört meine Ansprache, Toriel? fragte der Herrscher der Hölle. Es war eine weitere Gruppe von Flüchtlingen. Das Seltsame jedoch war, dass diese nicht von Dämonen hergebracht wurden. Sie waren freiwillig hier. Eine junge Frau trat vor und ergriff das Wort. Wir wollten nicht respektlos sein, mein Herr. Mein Name ist Tanja und ich und meine Leute kommen, um euch uns anzuschließen. Wir wollen euch dienen und haben als Zeichen unserer Anerkennung ein Geschenk für Fürst Belial mitgebracht, den Autor Aidan Goodman. Ein paar andere Flüchtlinge, welche alle lange Lumpen trugen, stießen den Autor nach vorne. Belial begann zu grinsen und trat nach vorne. Wenn ich dich kurz unterbrechen darf, Lucy, mein Freund, ich möchte euch herzlich willkommen heißen. Ihr dürft alle beim Bau unseres Palastes helfen und bevor es soweit ist, dürfen alle, die hier anwesend sind, morgen Mittag der öffentlichen Hinrichtung von Aidan Goodman beiwohnen. Es wird ein Freudenfest. Der Autor wurde in Gewahrsam genommen und die neun Flüchtlinge wurden in eine eigene Lagerhalle geführt. Von seinem Platz aus konnte Patrick sehen, dass jeder von ihnen Wasser und sogar Brot bekam. Er war neidisch, aber auch angewidert. Sie hatten diesen Mann geopfert, um sich selbst einzuschleimen. Gott weiß, auf welch schreckliche Art man in der Hölle jemanden hinrichtete. Morgen würden sie es alle erfahren. An diesem Abend gab es ungefähr zwei Dutzend Flaschen Wasser. Patrick konnte nur zehn davon ergattern, die er unter allen Bedürftigen aufteilte. Der Rest ging an die, die sich als die Stärkeren erwiesen. Ein Vorzeichen dessen, was sie bald erwarten würde. Patrick wachte am nächsten Tag erst auf, als einige niedere Dämonen dabei waren, ihn und seine Leute wieder vor die Bühne zu bringen. Der Ihre fühlte sich schwach. Er selbst hatte kaum etwas getrunken und noch weniger gegessen. Belial war heute derjenige der Höllenfürsten, der auf der Bühne vortrat. Die anderen, selbst Lucifer, blieben im Hintergrund. Der gefallene Engel sah so aus, als würde ihn das Gebaren von Belial langweilen. Der Autor Aiden Goodman kniete gefesselt und geknebelt neben ihm. Ich danke Ihnen allen für Ihre Anwesenheit. Heute haben wir uns versammelt, um Zeuge der Strafe für Aiden Goodman zu sein. Vor langer Zeit habe ich ihm ein Angebot gemacht, doch er lehnte es ab und verriet mich. Dies hier wird ein Zeugnis dessen, was passiert, wenn man sich gegen den Lord der Lügen oder einen Höllenfürsten selbst stellt. Sehen Sie, ich habe lange überlegt, auf welche Art wir diesen Verräter zugrunde richten sollten. Wir haben in der Hölle viele Möglichkeiten dazu, glauben Sie mir. Doch das wäre nicht angemessen. Ich möchte schließlich mein Respekt den Menschen gegenüber zum Ausdruck bringen. Manch einer von ihnen mag vielleicht denken, dass wir Herrscher der Hölle das furchtbarste Übel sind, welches die Welt je gesehen hat. Doch dabei stellen sie sich selbst unter den Scheffel, präsentiert es. Ein paar Diener rollten einen goldenen, lebensgroßen Stier auf die Bühne. Belial öffnete eine Klappe aus Metall an dessen Magen, sodass alle sehen konnten, dass die Skulptur, die wohl aus Bronze war, hohl war. Dies ist ein von Menschen geschaffenes Folterinstrument, welches stets zum Tode führt. Genau genommen hat es der griechische Erzgießer Perilaos im Auftrag des sizilianischen Herrschers Phalaris von Akragas erfunden. Der Verurteilte wird durch diese Öffnung in den Bullen gesteckt. Belial zeigte erneut auf die Öffnung und riss Aiden dann den Knebel aus dem Mund. Es ist wichtig, dass unser Autor einen freien Mund hat, denn das ist Teil des Spektakels. Unter dem Stier wird dann ein Feuer entfacht, welches diesen immer weiter erhitzt. Der Verurteilte wird langsam im sizilianischen Bullen gebraten, kann sich kaum bewegen und erleidet Schmerzen, die man durchaus mit denen der Hölle vergleichen kann. Perilaos war so genial, dass er im Stier Luftschächte baute, die die Schreie des Verurteilten außen wie die Rufe eines Bullen erklingen lassen. Ist das nicht wahnsinnig? Und wenn sie jetzt denken, ja, wir Menschen sind wirklich grausam, dann darf ich noch hinzufügen, dass das erste Opfer des sizilianischen Bullen sein Erbauer Perilaos selbst war. Er hatte nichts Schlimmes getan. Phalaris von Akragas wollte das Teil lediglich testen. Wie niederträchtig, nicht wahr? Belial grinste, hörte damit jedoch auf, als er die junge Frau sah, die die Gruppe gestern angeführt hatte. Sie sah weder ängstlich noch bedauernd aus. Sie sah irgendwie kampfeslustig aus. Das ärgerte ihn. Er war gerade dabei, den Menschen aufzuzeigen, wie mordlustig, hinterhältig und brutal sie waren. Diese andere Seite der Menschen, die mutige, ehrenhafte Seite, die dieses Mädchen ausstrahlte, gefiel ihm nicht. Er wollte sie ausrotten. Die Menschen sollten sich gegenseitig misstrauen, sich hassen und bekriegen. Er wollte etwas sagen, das Mädchen ansprechen, doch dieser verfluchte Autor kam ihm zuvor. Obwohl er grün und blau geprügelt war, an mehreren offenen Wunden blutete und die ganze Nacht nicht schlafen durfte, sprach er mit starker Stimme. Du wolltest schon immer, dass ich für dich lüge, Belial. Aber so bin ich nicht. Ich sage und schreibe die Wahrheit. Und das werde ich auch jetzt. Hör gut zu, Dämon. Denn auch dies ist die Wahrheit. Heute wirst du sterben. Wenn der Autor dachte, er konnte Belial so manipulieren, dass er ihn aus Wut tötete und somit nicht mehr foltern konnte, hatte er sich geschnitten. Er würde ihn nur so hart schlagen, dass ihm alle Zähne ausfallen würden. Als der Höllenfürst ausholte, durchfuhr ein stechender Schmerz seinen Arm. Auch wenn der Pfeil ihn nicht töten konnte, war er völlig aus der Bahn geworfen. Schmerz hatte er schon lange nicht mehr gespürt. Er brauchte jedoch nur den Bruchteil einer Sekunde, um sich wieder zu sammeln. Auch seine sechs Brüder hinter ihm waren kampfbereit. Das konnte er spüren. Kurz darauf hatte er den Bogenschützen ausgemacht. Es war eine junge blonde Frau in einem Fenster, in einem der zerstörten Gebäude. Belial erkannte sie. Die Gruppe von Flüchtlingen, die von dem mutigen Mädchen angeführt wurden, warfen nun die langen Lumpen beiseite, die sie verhüllt hatten, und entblößten die verschiedensten Waffen. Es war eine Falle. Von Anfang an. Doch das war noch nicht alles. Da war der Schwertkämpfer aus Terusa, dieser Prediger und die anderen. Na schön, wenn sie den Krieg hier und jetzt beenden wollten, konnten sie das haben, dachte sich Belial. Belphegor, hilf doch unser Bruder ein wenig und amüsiere mich, befahl Luzifer. Patrick war überrascht und blieb einfach dort sitzen, wo er war. Das riesige Monstrum, das auf den Namen Belphegor hörte, hatte nur darauf gewartet. Patrick, der neben einigen Kindern aus seiner Gruppe kauerte, kam nun wieder zu sich und trieb die Kinder nun etwas zur Seite, hinter ein paar Kisten. Auch wenn es lächerlich war, musste er irgendwie versuchen, die Kinder vor dem riesigen Ungeheuer zu beschützen. Dieses breitete seine Flügel aus und stapfte auf Belial zu. Der Höllenfürst hatte nicht damit gerechnet, wie schnell Musa der Schwertkämpfer aus Terusa war. Er sprang von der Bühne aus hoch und zerfetzte Belphegor mit einem wirbelnden Schwerthieb einen seiner riesigen, lederartigen Flügel. Belial wollte seinem überraschten Bruder helfen, wurde jedoch von einem weiteren von Carinas Pfeilen getroffen. Er spürte deutlich, dass die Pfeile aus einem heiligen Baum geschnitzt waren. Die hatten sie sicherlich von diesem verfluchten Autor. Dessen Freund Axel feuerte nun mit seiner Shotgun auf den Lord der Lügen. Weitere Flüchtlinge aus ihrer Gruppe nahmen den Kampf gegen niedere Dämonen auf und richteten viel Schaden an. Lucifer jedoch war amüsiert. Das hier war nicht so schlecht. Im Gegenteil, es bot ihm eine gute Gelegenheit. Er sah, dass alle anderen Gruppen von Flüchtlingen auf dem Boden kauerten und die Schlacht beobachteten. Der Erzengel wusste genau, was sie da taten. Sie schätzten ab, ob es eine Chance gab zu gewinnen. Wenn er diesen Aufstand gleich radikal niederschlagen und alle dafür hart bestrafen würde, würde es nie wieder einen Aufstand geben. Währenddessen kämpfte der Schwertkämpfer weiter gegen den riesigen Höllenfürsten Belphegor. Er musste ihm mehrmals ausweichen und kam selbst kaum noch zu Angriffen. Das Monstrum war unglaublich schnell für seine Größe. Musa besann sich, wich einem Hieb aus und nutzte seine Position, um dem Monstrum den Daumen abzutrennen. Es schrie auf und war kurz abgelenkt. Musa sprintete auf Belphegor zu, sprang hoch und trennte ihm mit einem sauberen Hieb die linke Hand ab. Er wusste, dass sein Schwert das Ungetüm nicht töten konnte, doch der Autor hatte es mit einer Mixtur eingesalbt, die es ihm ermöglichte, jeden Dämon zu verletzen. Lucifer trat nun einige Schritte vor. Genug, brüllte er mit all seiner Macht. Er würde sich nun nicht mehr zurückhalten. Jetzt war die Zeit gekommen, den Aufstand niederzuschlagen. Die Kämpfe stoppten für einen Augenblick, als er vortrat. Der Reverend wollte eine passende Stelle aus der Bibel zitieren, als ein grüner Kreis aus Funken auf einem kleinen Gebäude links von ihnen entstand. Es war der Mann des Friedens, Jacob Lester, der heraustrat. Doch er war nicht allein. Neben ihm stand ein muskulöser, riesiger Kerl in einem Krankenschwester-Outfit mit einer Tüte über dem Kopf. Natürlich hatte er den Anstecker mit dem Smiley und der Aufschrift Team Peace an seiner Uniform. Es war seine fürsorgliche Oberschwester Festus. Mr. Richards, der treue Hausmeister des Mann des Friedens, Eddie Steve, sein treuester Soldat, Jamal, der Junge aus New Kenton und sogar sein guter, alter Freund, Alexandre Albescu, standen neben ihm. Um sie herum kamen nun hunderte der seltsamen Vampire, menschliche Spinnen und Untote zum Vorschein. Patrick verstand nicht, was all dies zu bedeuten hatte. Er wusste nur, dass er auf einen geeigneten Moment warten würde, um mit den Kindern, die hinter ihm kauerten, zu verschwinden. Wenigstens die drei konnte er retten. Dann wäre nicht alles umsonst gewesen. Aidan Goodman, der sich mit seiner guten Freundin Janice Kiebler ein paar Meter zurückgezogen hatte, musste schwer schlucken. Er hatte wirklich an ihren Sieg geglaubt. Doch das hier war einfach unmöglich. Sie würden verlieren und die Höllenfürsten würden über die Erde herrschen. Tja, da bin ich. Ich hoffe, ich bin nicht zu spät zur Party, sagte der Mann des Friedens. Lucifer lächelte. Es war gut, dass ein Diener hier war. Er erledigte solche Aufträge immer auf eine gewisse dramatische Art. Sollte er die Drecksarbeit übernehmen? Diener, erledige das für mich, sagte der Herrscher der Hölle. Sicher, sicher. Da ist nur eine Kleinigkeit, die ich vorher loswerden möchte. Ich möchte allen Anwesenden eine Kundgebung verlauten lassen. Da sie lang ist und ihr mir eh nicht zuhören werdet, habe ich hier etwas vorbereitet. Oh, ich habe so lange darauf gewartet, endlich die Wahrheit zu sagen. Keine Geheimnisse mehr. Seht selbst. Der Mann des Friedens holte einen leuchtenden rosa Stein aus seiner Tasche. Jacob Lester, der Mann des Friedens, hatte sich sehr lange auf diesen Moment vorbereitet. Patrick fühlte sofort den Schleier, der ihn umgab. Er war hypnotisiert. Er wusste nicht, dass es allen anderen, Lucifer eingeschlossen, genau so erging. Patrick O'Boyle tauchte in eine fremde Welt ein und sah nun die Vergangenheit. vom Mann des Friedens vor seinem inneren Auge. Das ungeborene Kind der Bäuerin Samira war anders. Sie und ihr Mann James hatten sich in eine Hütte in die Fochwälder zurückgezogen, denn die anderen Dorfbewohner hatten ihr gedroht, sie und ihr Kind zu vernichten. Die beiden wussten, dass ihr Kind besonders war. In Samiras Nähe passierten seltsame Dinge, seit ihr Bauch gewachsen war. Dinge verschwanden. Dinge, die keiner erkannte, tauchten plötzlich auf. Manchmal verschwanden auch Menschen. Manchmal tauchten Menschen aus dem Nichts auf, die seltsam gekleidet waren und eine fremde Sprache sprachen. Samira wusste, dass es ihr Baby war, das diese Dinge auslöste. Sie hatte es gespürt. Dieses Baby hatte eine Kraft in sich, die denen der großen Elfenzauberer gleichkamen, die vor langer Zeit in Terusa gelebt haben sollen. Als der Junge geboren wurde, taufte sein Vater ihn auf den Namen Jacob. Benannt nach seinem eigenen Großvater, der einst ein großer Krieger war. Schamanen kamen aus ganz Terusa, um das wundersame Kind zu begutachten. Manche sagten, es sei verflucht. Manche sagten, es sei etwas, das man Anomalie nenne. Einige von ihnen wollten es mitnehmen. Andere wollten es ertrinken. James und Samira beschützten ihren Jungen und behielten ihn bei sich. Zumindest, bis die Dinge außer Kontrolle gerieten. Manchmal tauchten mitten in der Nacht Kreaturen auf. Es waren kleine Kreaturen, aber sie waren scheußlich. Sie waren pechschwarz, hatten Tentakel und überall Augen. James verschwand einmal für einen Tag und kam völlig aufgelöst zurück. Er sagte, er wäre an einem finsteren Meer gewesen. Dort gäbe es tausende der Kreaturen, manche von ihnen so groß wie die Berge im Nordosten. Jacob verstand noch keine Sprache, doch er spürte, dass seine Eltern ihn zu den Schamanen geben wollten, die sie immer noch ab und zu besuchten. Das machte ihn traurig, das machte ihn wütend und es machte ihn ängstlich. Er wollte nicht zu den Schamanen. Er konnte seine Kräfte noch nicht kontrollieren, doch er hatte einen Wunsch, einen großen Wunsch. Er wollte auf keinen Fall zu den Schamanen. In der Nacht, in der sie beschlossen, ihm wegzugeben, war es das letzte Mal, dass Samira und James ihr Kind sahen. Es verschwand, ohne auch nur eine Spur zu hinterlassen. Jacob konnte nicht bewusst kontrollieren, wo seine Reise durch die verborgenen Flure hinging. Er landete bei kinderlosen Familien, in Kinderheimen oder manchmal in Krankenhäusern. Unterbewusst suchte er sich Orte, an denen er zumindest vorübergehend aufgenommen werden würde. Lange hielt sein Glück jedoch nie an. Irgendwann bemerkten die kinderlosen Paare oder die Betreuerinnen, dass etwas mit ihm nicht stimmte und bekam Angst vor ihm. Das war stets der Moment, in welchem Jacob weiterzog. Als er fünf Jahre alt war, glaubte er, seine Kräfte halbwegs kontrollieren zu können. Er lebte momentan in einem Waisenhaus, 1973, in einem New York, einer fremden Welt. Er mochte diese Welt nicht. Er kannte inzwischen viele Welten und diese gefiel ihm nicht, weil etwas, das sich Nationalsozialisten nannte, etwas, was Zweiter Weltkrieg genannt wurde, gewonnen hatte und nun über diese Welt herrschte. Er konnte sich nicht mehr an Samira und James erinnern, doch er konnte sich an das Gefühl eines Zuhauses erinnern. Und er kannte den Namen des Ortes, an den er gehörte. Terusa. Er konzentrierte sich, öffnete ein Portal und betrat den Flur zwischen den Welten. Zu dieser Zeit schloss der junge Jacob stets die Augen, wenn er einen Flur bereiste, denn die Dinge, die hier manchmal hausten, machten ihm Angst. Er navigierte, ganz nach seinem Gefühl und fand immer irgendeinen Ausgang. Das war sein Talent. Als er wieder aus dem Portal trat und die Augen öffnete, wusste er, dass er wieder in Terusa war. Er wusste jedoch nicht, dass es viele tausend Jahre nach seiner Geburt war. Zeit war sehr komplex und er verstand sie noch nicht. Jacob stand auf einer weiten Wiese und atmete die frische Landluft ein. Weiter vorne sah er ein großes Bauernhaus mit Stellen und Feldern. Da es sonst nichts gab, wo er hätte hingehen können, marschierte er zum Bauernhaus. Der Bauer war ein dicker Kerl mit langem, roten Haar und Schnurrbart. Er war überrascht, den jungen Burschen zu sehen. Als ihm klar wurde, dass er keine Eltern mehr hatte, ließ er ihn auf seiner Farm wohnen. Zuerst im Stall, später im Haus. Jacob hatte sich noch nie so wohl gefühlt wie bei der Familie Lester, die die Farm betrieb. Das Paar John und Marie hatten zwei Töchter namens Dina und Loria. Sie waren ungefähr in Jacobs Alter und die drei genossen es, zusammen zu spielen. Jacob half auf den Feldern, im Stall und in der Küche. John sah in ihm den Sohn, den er sich immer gewünscht hatte und behandelte ihn gut. Die nächsten vier Jahre waren die schönsten seines Lebens. Jacob lernte viel über Viehzucht und den Anbau von Getreide. Nebenbei trainierte er es, seine Fähigkeiten zu beherrschen. Dass er ein Gegenstand verschwinden ließ, kam nur noch sehr selten vor. Die Lesters waren seine Familie geworden und er liebte sie mehr als alles andere. Es war ein gutes Leben. Bis der Krieg kam. Die Lesters lebten abseits der großen Länder und Königreiche. Sie wussten nicht mal, wieso es Krieg gab oder wer daran beteiligt war. Doch ihre Farm lag mitten auf einer Marschroute der Soldaten, die auf dem Weg waren, einen Hafen ihrer Feinde anzugreifen. Als die hundert Mann kamen, bot Bauer Lester ihn an, alle Vorräte mitzunehmen, die sie tragen konnten. Doch das reichte ihnen nicht. Seine Männer seien nicht nur hungrig, es dürfte sie nicht nur nach Wein, sondern auch nach Frauen, sagte der General. Jacob, Dina und Loria wurden in die Stelle geschickt, nachdem das gesagt wurde. Sie durften das Haus in den nächsten zwei Tagen nicht mehr betreten. Die drei dachten, es konnte nicht mehr schlimmer kommen. Doch sie irrten sich. Die Feinde der Soldaten wurden von Spähern über ihr Schein benachrichtigt. Am dritten Tag rückten sie an und griffen die Farm an. Der Krieg war zur Farm der Lesters gekommen und Jacob hasste ihn. Durch den Spalt zwischen den beiden großen Türen konnte er sehen, wie sich die Männer mit Gewehren gegenseitig erschossen, sich mit Säbeln aufschlitzten und unbarmherzig sogar über die Leichen ihrer eigenen Männer stiegen. Loria und Dina bekamen Angst um ihre Eltern, die beide noch im Bauernhaus mit den Soldaten sein mussten. Sie hatten sie seit Tagen nicht gesehen und machten sich schreckliche Sorgen um sie. Jacob versuchte sie zu überreden, hier zu bleiben, doch seine Mühe war vergebens. Sie rannten raus. Jacob wusste nicht, was er tun sollte. Er konnte seine Kräfte nutzen, doch was brachten ihm die? Sicher, er konnte verschwinden, doch er wollte seine Familie nicht im Stich lassen. Er liebte sie. Er hatte zwar gespürt, dass er noch andere Kräfte besaß, doch er wusste nicht, wie er sie nutzen konnte. Obwohl die Soldaten und der Krieg draußen ihm furchtbare Angst einjagten, öffnete er die Türen erneut und lief den beiden Mädchen hinterher. Sie wurden bereits von zwei Soldaten in eine Ecke gedrängt. Ihr seid die Huren, die unsere Feinde hier versorgen und wahrscheinlich noch beglücken. Ihr habt euer Land verraten, rief einer der Soldaten, der ein Säbel trug, den beiden zu. Lasst sie in Ruhe, schrie Jacob. Geht nicht, Kleiner. Mit Verrätern macht man kurzen Prozess. Du bist der Nächste. Jacob wollte etwas rufen, doch er konnte nicht. Er musste zusehen, wie der Soldat sein Säbel schwang und Dina die Kehle aufschlitzte. Loria schlugen sie nieder, übergossen sie mit Öl und zündeten sie an. Am schlimmsten waren nicht die Schreie seiner Ziehschwester, sondern das Lachen der Soldaten. Wie konnten sie nur lachen, während seine Schwester unter Höllenqualen starb. Das machte ihn wütend. Sehr wütend. Er ließ seine Instinkte nun übernehmen, genau so, wie wenn er die Flure durchschritt. Jacob schloss die Augen. Er spürte das Feuer, das immer noch an Lorias totem Körper zehrte. Er nahm es, nutzte es und ließ es auf die Soldaten los. Auf alle. Er genoss die schrecklichen Schreie der Männer um ihn herum und er lachte. Er lachte, denn sie hatten auch gelacht. Als er die Augen wieder öffnete, war der Hof voller verkohlter Leichen. Manche der Soldaten lebten noch. Sie waren bis zur Unkenntlichkeit verbrannt, hoben einen Arm in seine Richtung und versuchten, den Mund zu öffnen. Das gelang ihnen jedoch nicht, denn ihr Fleisch war geschmolzen und verklebte ihren Mund. Er sah die unglaublichen Qualen in den Augen eines Soldaten und war erschrocken über das, was er da getan hatte. Es war Krieg und der Krieg hatte ihn verändert. Bevor er kam, war er friedliebend. Niemals hätte er einem anderen Menschen etwas angetan. Obwohl er vor sich selbst erschrocken war, konnte und wollte er das Leiden des Soldaten nicht beenden. Es war richtig, dass er litt, und er würde von ihm keine Erlösung bekommen. Erst jetzt fiel ihm ein, dass John und Marie noch im Haus waren. Dann wäre er zumindest nicht mehr alleine. Als er das Haus betrat, rief er nach den beiden, bekam jedoch keine Antwort. Er fand John mit einem Gewehr der Soldaten in der Küche sitzen. Sein Blick war leer und starr nach vorne gerichtet. Im Schlafzimmer, dessen Türe offen stand, sah er Marie. Sie hing nackt an einem Seil, das ihr um den Nacken gebunden war. Durch die unzähligen blauen Flecken konnte er erkennen, dass die Soldaten in den letzten Tagen unsägliche Schandtaten mit ihr getrieben hatten. Dem Geruch nach zu urteilen, ist sie bereits gestern gestorben. Jacob erschrak, als der Schuss ertönte. John hatte sich selbst den Schädel weggepustet. Niemals zuvor hatte Jacob sich so gefühlt. Er war innerlich leer. So leer, dass er nicht mal daran dachte, seine Kräfte zu benutzen, um zu reisen. Er wanderte einfach in die nächste Stadt, die er finden konnte. Irgendwann fand er dort Arbeit, Unterkunft und nach einiger Zeit sogar ein paar Freunde. Ein junger Mann namens Mördin wurde zu seinem besten Freund. Mördin hatte auch Kräfte genau wie er und wollte ihm beibringen, diese für das Gute einzusetzen. Nach drei Jahren hielt der Krieg auch hier Einzug. Mördin und er nutzten ihre Kräfte, um ihre Stadt zu verteidigen. Mördin war der Meinung, sie hätten etwas Gutes getan. Doch Jacob fragte sich wozu. Der Krieg würde wiederkommen. Er war nicht beendet. All ihre Freunde waren trotzdem in der Schlacht gestorben. Was hat es also für einen Nutzen gehabt, selbst zum Mörder zu werden? Obwohl Mördin ihn anflehte zu bleiben, öffnete Jacob ein Tor und betrat die unendlichen Flure zwischen den Welten. Er ging in eine andere Welt, in eine andere Zeit. Im Rom des 17. Jahrhunderts lebte er zehn Jahre glücklich und zufrieden. Dann begannen die Menschen, sich um Religion zu streiten. Es brach einer der schlimmsten Kriege dieser Welt aus. Er wandelte sich von einem Religionskrieg zu einem Territorialkrieg und wurde später als der Dreißigjährige Krieg bekannt. Das Grauen des Krieges hatte ihn auch hier heimgesucht. Nachdem er einige Jahre versucht hatte zu kämpfen, um den Krieg zu beenden, aber erfolglos geblieben war, verließ er diese Zeit. Er ging in andere Zeiten, in andere Welten. Doch irgendwann gab es immer Krieg. Irgendwann entschied er sich, weit in die Zukunft zu reisen, weil er hoffte, die Menschen dort wären erhabener und gutmütiger. Doch das waren sie nicht. Die Kriege in der Zukunft waren noch schlimmer. Manchmal löschten sich ganze Welten sogar selbst aus. Jacob verstand nicht, wieso der Krieg einfach nie enden wollte. Das, wonach er sich sehnte, war Frieden. Doch der hielt nie lange an. Er wurde immer besser darin, andere Welten in den Fluren zu finden. Auf seinen Reisen durch diese lernte er viel über Technologie, Magie und anderes. Er suchte gezielt nach Meistern, um von diesen zu lernen. Einige seiner Lehrmeister waren Paracelsus, Johann Georg Faust oder Basilius Valentinus. Lange blieb er bei Nikolaus Flamel, der ihm viel über Unsterblichkeit beibrachte. Auf dieser Welt lernte er jedoch am meisten von einem Mann, der sich Hermes Trismegistus nannte. Er war der Erste, dem er von seiner Flucht vor dem Krieg erzählte. Er beichtete ihm, dass der Krieg ihn ängstigte und dass er nicht verstand, wieso die Menschen so töricht waren, immer wieder neue Kriege zu beginnen. Hermes tätschelte ihm die Schulter und lächelte. Er sagte, er solle nicht so hart mit dem Menschen sein, denn es wäre nicht ihre Schuld. Es sei ein Gesetz und dieses Gesetz könne nicht gebrochen werden. Jacob wurde hellhörig. Er wollte unbedingt wissen, was das für ein Gesetz war. Hermes setzte sich zu ihm und erklärte es ihm. Das Gesetz sei simpel. Es hieß, wie oben, so unten. Dies bedeutete, dass das, was auf der höheren Ebene, also auf der Ebene des Himmels, der mächtigen Erzengel und ihren Widersachern, der Dämon aus der Hölle geschah, würde auch unten, also auf der Ebene der Menschen geschehen. Jacob verstand nicht, was dies mit den Kriegen zu tun hatte, doch Hermes Trismegistus gebot ihm, geduldig zu sein und zuzuhören. Himmel und Hölle, Gut und Böse, Licht und Schatten. Es sind Gegensätze. Diese Gegensätze sind in etwas verwickelt, das man den ewigen Krieg nennt. Es ist unumgänglich, dass dieser ewige Krieg niemals enden kann. Der Krieg, Licht gegen Schatten, wird ewig dauern, Jacob, hatte Trismegistus gesagt. Jacob fand, dass dies alles war, was dieser Mann ihn lehren konnte, und zog weiter. Er hatte neue Hoffnung geschöpft, denn nun wusste er, wieso die Kriege auf der Ebene der Menschen nicht enden konnten. Er fand in finsteren alten Welten Hexen und lernte bei diesen, wie man Dämonen beschwören konnte. Auch von diesen lernte er. Die Dämonen zeigten schon schnell besonderes Interesse an ihm. Seine Fähigkeiten würden ihn als einen der obersten Diener der Hölle positionieren, sagten sie ihm. Dort würde man etwas planen. Die Höllenfürsten, die in ihren Käfigen schlummerten, sollten befreit werden. Es gab Gerüchte über Siegel, die man brechen konnte. Darüber dachte er lange nach. Hunderte Jahre später begegnete er seinem Freund Mördin erneut. Auch dieser wollte ihn für den ewigen Krieg rekrutieren, jedoch für die andere Seite. Gemeinsam konnten sie den Krieg beenden, sagte er. Mördin verstand jedoch nicht, dass dies nicht im Bereich des Möglichen lag. Der Erschaffer dieses Universums, dieser Existenzebenen, hat es so festgelegt, dass Licht und Schatten sich ewig bekriegten. Siege wären nur temporär. Der Krieg würde immer wieder kommen. Jacob zog weiter durch die Welten und suchte nach Informationen über den Krieg. In einer Welt fand er den Priester Adrien, der ihm von den vier Reitern der Apokalypse erzählte. Er sagte ihm, dass die Reiter zwar von Gott geschaffen waren, jedoch nun für die Hölle arbeiteten. Alle dachten, dass die vier Reiter Pest, Krieg, Hunger und Tod waren. Doch das war nicht immer so. Ursprünglich hießen die Reiter Pest, Krieg, Hunger und Sieg. Der Reiter des Sieges war ihr Anführer und sorgte dafür, dass jede Hungersnot, jede Pest und jeder Krieg die Menschen am Ende dazu brachte, sich zu bessern und auf die nächste Stufe aufzusteigen. Eine dunkle Macht hat den Reiter des Sieges einst getötet und einen neuen Reiter erschaffen, den Reiter des Todes. Er nahm seinen neuen Brüdern die Augen, machte sie blind, so, dass sie ihre Katastrophen und ihre Kraft nur für seine Zwecke einsetzten. Die Hölle war stark, dachte Jacob sich. Wüsste er nicht, dass der Krieg zwischen Licht und Schatten niemals enden kann, würde er denken, dass die Hölle gewinnen würde. Und da kam es ihm. Es dauerte nur eine Sekunde, in der sein Plan, der tausende Jahre an Vorbereitung benötigen würde, sich in seinen Gedanken formierte. Es war genial und es würde funktionieren. Entgegen des Flehen seines Freundes Myrdin schloss Jacob Lester sich den Mächten der Hölle an und nannte sich fortan Mann des Friedens. Denn Frieden war sein Geschäft. Er lernte, wie man Kreaturen schuf. Er experimentierte über 15.000 Jahre lang und er schuf schließlich eine Armee, die seiner würdig war. Er stieg zu einem der größten und anerkanntesten Höllendiene auf. Die Dinge, die er tat, konnte er nur tun, weil er sich sein Gewissen von einer Hexe aus einer anderen Welt nehmen ließ. Es machte ihm damals Angst, doch es war nötig. Es war nötig, dass Jacob Lester zum Mann des Friedens wurde. Auf seinem Weg zu einem der obersten Höllendiener gründete er sein Team Peace. Traf treue Diener, die zu Freunden wurden, wie seine Oberschwester Festus, Eddie Steve, Jamal oder Mr. Richards. Das Team Peace wuchs und war mit der Armee aus Kreaturen irgendwann so groß, wie die Streitmöchte der Hölle und des Himmels selbst. Gut gegen Böse, Himmel gegen Hölle, Weiß gegen Schwarz, Engel gegen Dämonen, Licht gegen Schatten. Das war der ewige Krieg. Doch er war der Mann des Friedens. Er konnte den Krieg mit einem Male beenden. Mit einem einzigen Satz. Es würde tausende von Jahren dauern, bis er soweit wäre. Doch schließlich würde er zu seinem Ziel kommen. Er würde auf dem Gebäude stehen, auf dem er jetzt stand. Und sobald er den Satz ausgesprochen hatte, wäre der Krieg zwischen Licht und Schatten vorüber. Der Krieg, Licht gegen Schatten, konnte nicht enden. Doch der Krieg, Licht gegen Schatten, gegen Zwielicht, konnte es. Alles würde neu ausgewürfelt werden, wenn es eine neue Partei in diesem Krieg gäbe. Er würde die dritte Macht werden, das Zwielicht. Patrick kam wieder zu sich und blickte den Mann des Friedens und sein Team Peace an, die diese seltsamen Anstecker trugen. Jacob Lester sprach nun, Lucifer, Herrscher der Hölle und die Engel der hohen Himmel, von denen ich weiß, dass sie zuhören. Hiermit erkläre ich euch den Krieg. Auf sieh! Die absolute Hölle brach los, und das war die Chance, auf die Patrick gewartet hatte. Er sah, wie Lucifer selbst, der Teufel höchstpersönlich zum Kampf schritt und sich dem Mann des Friedens gegenüberstellte. Bellfigur wurde von einem jungen Schwertkämpfer in Sekunden getötet, der aus dem Nichts erschien. Die menschlichen Spinnen und Untoten gehorchten dem Mann des Friedens und stürzten sich auf den niederen Dämon. Der junge Schwertkämpfer schien den, den die anderen Musa nannten, zu kennen, und sie schienen sich nicht besonders zu mögen. Trotzdem schlossen sie sich dem Mann des Friedens an und kämpften gegen Lucifer. Als er die drei Kinder vor sich hertrieb, sah er, wie der Diener vom Mann des Friedens, der sich Eddie Steve nannte, gemeinsam mit diesem muskulösen Festus einen Dämon nach dem anderen niederschoss. Patrick nahm sich eine Waffe, die auf dem Boden lag, und blickte auf zur Bühne. Eine blonde Frau hatte dem Autor Aidan Goodman einen weißen Dolch zu geworfen, den dieser nun in Belial's Brust rammte. Patrick musste sich zwingen, sich von dem unglaublichen Schauspiel abzuwenden und sich um die Kinder zu kümmern. Wenn er sie hier rausbringen würde, würde alles gut werden. Er kannte zwar nicht mal ihre Namen, doch sie waren alles, was er hatte, und er war alles, was sie hatten. Plötzlich stand einer dieser furchtbaren Reiter vor ihnen. Während sie durch das zerstörte New York gezogen waren, waren sie ihn öfters ausgewichen. Es war die blonde, fahle Frau auf dem fahlen Pferd. Der Reiter des Todes. Sie holte mit ihrer Sense aus, hielt jedoch mitten in der Bewegung inne. In ihrer Brust klaffte nun ein Loch. Schwarzes Blut trat daraus heraus. Dann kippte sie vom Pferd. Hinter diesem kam ein Kerl zum Vorschein, der wie Clint Eastwood in einem dieser alten Westernfilme aussah. Wer, wer sind sie? fragte Patrick. Ich bin John Doe. Nehmen sie die Kinder und verschwinden sie. Schnell. John Doe. Patrick erinnerte sich an einen Teil vom Plan des Mann des Friedens. Er hatte es nur kurz gesehen, doch er war sich sicher, dass es stimmte. So, wie die Hölle den Reiter des Todes geschaffen hatte, wollte er sich einen neuen Reiter des Sieges schaffen. War das dieser John Doe? Während er mit den Kindern in Richtung des Tores rannte, sah er, wie der Cowboy dem Teufel mehrmals in die Brust schoss. Der Mann des Friedens hielt diesen mit grünen Fesseln aus Funken fest, als der junge Schwertkämpfer, Lucifer, seine beiden Schwerter durch die Brust stieß. Es gab eine unglaublich helle, weiße Explosion aus purem Licht, und Patrick erinnerte sich nur noch daran, zu rennen. Sie rannten und rannten, und irgendwann schliefen sie in einem der verlassenen Wohngebäude. Die Mächte der Hölle waren fürs Erste fort. Vielleicht würden sie wiederkommen, doch dann wären er und die Kinder nicht mehr hier, schwor Patrick sich. Der Mann des Friedens feierte mit seinem Team Peace in seinem Hauptquartier. Es gab gutes Essen und sogar etwas Musik. Die erste Schlacht hatten sie gewonnen, doch es lag noch viel Arbeit vor ihnen, wenn sie den ewigen Krieg wirklich beenden wollten. Sind sie zufrieden, Boss? fragte Eddie Steve. Er hatte gesehen, dass der Mann des Friedens besorgt aussah. Ja, ja, sicher, Eddie Steve. Wir haben uns heute gut geschlagen, doch etwas anderes macht mir Sorgen. Oder vielleicht sind es sogar zwei Dinge. Zwei Dinge, die ich spüre. Zuerst ist da dieses Gefühl, dass Lucifer nicht das oberste Übel war, das die Hölle zu bieten hatte. Und das andere ist, ich weiß auch nicht. Ich glaube, irgendwo, irgendwann, auf irgendeiner Zeitlinie passiert etwas, was niemals passieren sollte. Etwas verändert sich. Die Geschichte verändert sich. Alle Geschichten verändern sich. Eine neue Bedrohung. In der heutigen Geschichte geht es um einen Buschpiloten in Alaska. Als er zu einem Einsatz fliegt, gerät er in einen Sturm und muss mitten in der Wildnisnot landen. Dort trifft er nicht nur auf einen seltsamen Kerl in einer Forschungseinrichtung, die nicht existieren sollte. Er findet auch heraus, dass mit dem Sturm vor einer Woche noch etwas anderes, das nicht von dieser Weltstand gekommen war. Ein grauenhafter Kampf ums Überleben beginnt. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr auch schon mal mit einem Flugzeug geflogen seid und ob euch dort was Unheimliches begegnet ist. Viel Spaß mit der Geschichte. Ich bin die letzten fünf Jahre oder so als Buschpilot in Alaska geflogen. Es ist ein ziemlich guter Job für die richtige Art von Person. Es versteht sich von selbst, dass man ein ziemlich geschickter Pilot sein muss. Insbesondere von kleinen und leichten Flugzeugen. Aber darüber hinaus erfordert es auch eine besondere Art von Persönlichkeit. Menschen, die soziale Interaktion und den sicheren Komfort der Zivilisation schätzen, sollten sich nicht bewerben. Autarkie und mechanisches Geschick sind so ziemlich die Grundvoraussetzungen für diejenigen, die auf dieser Seite des Grabes bleiben wollen. Und ich würde sagen, es ist ziemlich wichtig, dass sie einen klaren Kopf haben und in Stresssituationen nicht zur Panik neigen. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich spreche nicht von Nervenkitzelsuchern oder Menschen, die keinen gesunden Respekt vor dem Tod haben. Diese Leute überleben in der Regel nicht allzu lange in diesem Geschäft. Sie enden entweder als ein weiteres Mitglied in der langen Liste vermisster Flugzeuge, die jedes Jahr um neue Einträge ergänzt wird. Oder sie lernen schnell, dass ihre Arbeitgeber nicht bereit sind, ihre teure Ausrüstung und Fracht mit jemandem zu riskieren, der nicht jede erdenkliche Vorsichtsmaßnahme ergreift, um die sichere Rückkehr des Flugzeugs zu gewährleisten. Ich will damit nur sagen, dass man in der Lage sein muss, seine Ängste beiseite zu schieben, wenn man mitten im Geschehen ist. Wenn etwas schief geht, braucht man einen klaren Kopf. Man kann immer noch kotzen oder ohnmächtig werden, wenn man wieder sicher auf dem Boden ist. Ich hatte schon einige kalte Schweißausbrüche, als ich nach einem beinahe Zusammenstoß mit dem Jenseits auf einer gefrorenen Landebahn stand. Ich komme aus Südflorida, wo ich die meiste Zeit damit verbracht habe, in einer kleinen, zweimotorigen Beachcraft-Puddlejump-Charter zu fliegen. Interessant, sicher, aber der Umgang mit Menschen war noch nie meine Stärke. Ich bin nicht gerade der gesellige Typ, erst recht nicht, wenn ich versuche zu fliegen. Wenn man vier Passagiere hat, die ein paar Meter hinter einem sitzen und erwarten, dass man auf ihrem zweistündigen Flug über die Everglades den Reiseleiter spielt, wird es schnell langweilig. Zumindest war es bei mir so. Ich schätze, für manche Leute funktioniert es. Jedenfalls rief mich ein Fliegerkumpel, mit dem ich seit Jahren nicht mehr gesprochen hatte, eines Tages aus heiterem Himmel an und bot mir einen Job bei der Busch-Charter-Firma an, mit der er in Fairbanks arbeitete. Einer ihrer Piloten hatte beschlossen, dass die harten Winter in Alaska und die Abgeschiedenheit mehr waren, als seine Nerven ertragen konnten. Also kündigte er, packte seine Koffer und ging zurück in den Süden. Um ehrlich zu sein, hatte ich nie wirklich in Erwägung gezogen, in Alaska zu arbeiten. Ich hatte immer den Eindruck, dass die meisten Busch-Piloten, die dort arbeiteten, stall, das heißt Short Take-Off and Landing, im Hinterland flogen, seit sie alt genug waren, um zu laufen. Nick versicherte mir, dass es dort oben viele angesehene Piloten gab, die aus den Lower 48 stammten. Als er mir die Gehaltszahlen nannte, brauchte ich nicht lange zu überlegen, bevor ich meine Entscheidung getroffen hatte, und zwei Wochen später stand ich im Büro meines neuen Arbeitgebers. Damals wusste ich noch nicht, welches Grauen mir bevorstand. Das ist schon eine Weile her, und obwohl es ein wenig dauerte, bis ich mich an diese Art der Buschfliegerei gewöhnt hatte, die hier verlangt wird, lebte ich mich recht schnell ein und bekam bald mein erstes Fluggerät zugewiesen, eine Dehavilland DHC-2 Beaver. Ich nannte sie Maggie, nach einem Hund, den ich als Kind hatte. Mann, was für eine Schönheit sie ist. Sie ist sonnengelb, mit schwarzen Paspeln und sieht noch genauso tadellos aus wie 1976, als sie vom Band rollte. Die Beaver ist wahrscheinlich das beste Buschflugzeug, das je den Himmel zierte, und ich bin mir ziemlich sicher, dass Maggie mich mehr als einmal vor einem dummen Fehler bewahrt hat. Wie auch immer, ich komme vom Thema ab. Zu der Zeit, als sich diese Geschichte ereignete, flog ich also schon seit etwa einem Jahr für Viking Buschcharters. Ich war gerade von einem Versorgungsflug zu einer Ranger-Station in der Nähe des Denerle zurückgekehrt, als ich über Funk einen Anruf von meinem Disponenten erhielt. Ich befand mich gerade im Hangar und trank eine heiße Tasse Kaffee, während der Mechaniker die Tundra-Reifen von Maggie aufzog und die Schwimmer austauschte, die ich für die Übergabe der Vorräte benötigt hatte. Die großen, fast cartoonhaften Reifen waren perfekt für die meisten Gebiete, in die ich zu fliegen pflegte und sorgten für eine weiche, wenn auch energische Landung. Ich freute mich darauf, in meinen Wohnwagen zurückzukehren und mich zu entspannen, vielleicht einen Film zu sehen, bevor ich einschlief, aber das Knistern meines Funkgeräts verriet mir, dass meine aufregenden Pläne für die Nacht wohl nicht aufgehen würden. Hier ist Hooper, antwortete ich und nahm einen Schluck von dem dampfenden Kaffee. Die Stimme von Buck Jacobs, antwortete durch das leichte Rauschen. Hey Hoop, wie sieht's aus bei dir? Äh, Mike arbeitet an Maggies Ausrüstung und ich wollte mich gerade auf den Heimweg machen. Was gibt es? Es gab eine kurze Pause, bevor Buck antwortete. Tut mir leid, Hoop, aber du musst eine Kehrtwende machen. Wir haben gerade einen Anruf von einer Ranger-Station in der Nähe von Birch Creek gehalten. Die haben da oben jemanden, der mit einem Braunbären zusammengestoßen ist und ziemlich übel zugerichtet ist. Ich fluchte leise vor mich hin, aber es war okay. Ich habe vor einer Weile gelernt, dass hier oben jeder hilft, wenn er gebraucht wird. Man weiß nie, wann man selbst auf der anderen Seite des Telefons steht. Können sie ihn nicht selbst rausfliegen? fragte ich, aber ich ging schon um mein Flugzeug herum zu Mike Nichols, der dort arbeitete. Negativ, Hoop. Es ist ein Notfall und wir sind der nächstgelegene Posten. Ich würde Jackie schicken, aber sie ist noch nicht von ihrer Fahrt nach Minto zurück, antwortete er. Okay, Buck, keine Sorge. Ich helfe Mike, Maggie wieder aufzurüsten und vorzubereiten. Ich sollte in einer Stunde oder so bereit sein, sagte ich. Danke, Hoop. In 15 Minuten hast du die Details in deinen Händen. Abmarsch. Und damit war mein entspannter Abend vorbei. Wie vorhergesagt, rollte ich eine Stunde später über die private Landebahn des Unternehmens. Und die Vibrationen des großen Sternmotors erzeugten ein sanftes Dröhnen, das den Innenraum erfüllte. Es war kurz vor 15 Uhr, als ich in der Luft war. Und da es Ende Februar war, wusste ich, dass es noch etwas mehr als zwei Stunden bis zum Sonnenuntergang war. Wenn alles glatt lief, sollte das genug Zeit sein, um die Ranger-Station zu erreichen, den Passagier einzuladen und vor Einbruch der Dunkelheit wieder in Fairbanks zu sein. Das Wetter war ziemlich gut, als ich aufbrach. Es herrschten knapp über 10 Grad und obwohl für den Abend Schnee gemeldet war, war der Himmel klar, als ich über die Bäume stieg und nach Nordosten zur Ranger-Station flog. Die ersten 30 Minuten verlief alles reibungslos, bevor die fernen Gewitterwolken, die ich am Horizont beobachtet hatte, sich plötzlich für mich zu interessieren schienen und viel schneller auf mich zukam, als mir lieb war. Erschwerend kam hinzu, dass ich ein leichtes Rumpeln des Motors bemerkte, das gelegentlich auftrat. Ich war mir nicht sicher, ob ich langsam einen der neuen Zylinder verlor oder ob es etwas anderes war, aber ich behielt es auf jeden Fall im Auge. Wäre ich auf einer normalen Versorgungsfahrt gewesen, hätte ich sofort umgedreht und wäre zurück nach Fairbanks geflogen, um es überprüfen zu lassen. Aber ich war mir bewusst, dass es jedem, der mit einem Grizzly aneinander geraten war, wahrscheinlich sehr schlecht ging. Mein Flug zur Birch Creek Ranger-Station könnte für diese unglückliche Seele den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. Nach einer weiteren Viertelstunde wusste ich, dass ich es nicht bis zur Ranger-Station schaffen würde. Die heranziehenden Gewitterwolken hatten mich nun eingeholt und bedeckten den Nachmittagshimmel mit einer dicken Decke aus grau-schwarzer Hässlichkeit. Ich konnte die Blitze sehen, die in regelmäßigen Abständen darin aufleuchteten und die Luft war unruhig geworden. Erschwerend kam hinzu, dass das Fehlzünden des Motors, das ich schon länger spürte, immer häufiger und heftiger wurde. Und ich war mir sicher, dass nun mehrere Zylinder auszufallen drohten. Ich schnappte mir das UKW-Funkgerät und funkte die Zentrale an. »Viking Boden! Viking 320 Foxtrot!« Buck, ich bin hier in schlechtes Wetter geraten und habe Probleme mit dem Motor bekommen. Ich fürchte, ich muss den Flug abbrechen und mich auf den Heimweg machen. Bitte informiere die Ranger-Station in Birch Creek über meine Situation. Buck widersprach nicht. Er wusste, dass sich ein Pick-up wie diesen nicht wegen ein paar Schneegestöber abbrechen würde. »Verstanden, Hub. Ich sehe mir gerade das Wetterradar an. Ich empfehle dir, deinen Kurs um 1, 8, 5 Grad zu ändern und auf 900 zu gehen, um das Schlimmste zu vermeiden.« »Viking 320 Foxtrot out«, sagte ich, neigte das Flugzeug nach rechts und begann mein Rückflug zum Flugplatz. Die Gewitterfront, die mich von links überholt hatte, war mit ihrem Anflug ebenfalls gesunken und brachte die Wolken tief und dicht. Ich drückte das Joch nach vorne, begann meinen Sinkflug zu Bucks Empfehlung und hoffte, dass mir keine verirrten Berge im Weg waren. Fünf Minuten später kämpfte ich mit dem Wind um die Kontrolle über Maggie und befand mich nun fast im Whiteout-Zustand, wobei ich mich zur Navigation fast ausschließlich auf meine Instrumente verließ. Die Turbulenzen wurden immer heftiger und warfen das Arbeitstier Buschflugzeug wie ein Drachen im Sturm umher. Mehr als einmal ließ mich das Ächzen der Flügelstreben den Verdacht aufkommen, dass der Sturm Maggie über ihre Komfortzone hinaustrieb und die Grenzen ihres Fluggerätes testete. Ich stieg weiter ab und sank auf 500 Fuß, wohl wissend, dass ich bei diesen schlechten Sichtverhältnissen mein Glück mit dem Gelände herausforderte. Die Luft war hier unten zwar etwas sauberer und die Sicht etwas besser, aber ich wurde immer noch herumgeschleudert und ich wusste, dass ich bald wieder aufsteigen musste, um die Kammlinie zu überwinden, von der ich wusste, dass sie nicht allzu weit vor mir lag. Ein nervtötendes, metallisches Geräusch über meinem Kopf lenkte meine Aufmerksamkeit kurzzeitig ab und in diesem Moment beschloss ich, einen Platz zu finden, an dem ich sie absetzen und den Sturm so gut wie möglich abwarten konnte. Die Bäume unter mir wurden jetzt in dieser Höhe sichtbar. Ihre Spitzen durchstießen die niedrige Wolkendecke und den schweren Schneefall wie geisterhafte Klauen, die aus den Tiefen eines abgrundtiefen Grabes nach mir griffen, um mich hinunterzuziehen. Das größte Problem, das ich mir jetzt stellte, war die Suche nach einem geeigneten Platz für eine sichere Landung. Ich wusste, dass der Wind mich vom Kurs abgebracht hatte, und ich kannte mich in diesem Gebiet nicht so gut aus, wie in den meisten anderen, die ich überflogen hatte. Mir waren keine Landebahnen in der Nähe bekannt, und ich betete, dass ich eine Lichtung finden würde, die groß genug war, um sie unterzubringen. Ein weiterer Motorschaden, diesmal schlimmer. Diesmal fiel das angestrengte Dröhnen des Sternmotors für eine halbe Sekunde komplett aus, bevor es wieder einsetzte. Und zum ersten Mal, seit ich nach Alaska gekommen war, wurde mir klar, dass die Möglichkeit bestand, dass ich es nicht nach Hause schaffen würde. Wenn das Triebwerk bei dem jetzt starken Rückenwind komplett ausfiel, würde meine Fluggeschwindigkeit schnell abfallen, bis einer meiner Flügel den Geist aufgab. Dann würde sich die Biwa überschlagen, und ich würde in einer unaufhaltsamen Todesspirale auf den Boden zustürzen. Es könnte Monate oder Jahre dauern, bis mein Wrack hier draußen in der Wildnis entdeckt würde. Ich überlegte, ob ich versuchen sollte, in den Wind zu drehen, um in diesem Fall so viel Fluggeschwindigkeit wie möglich zu behalten. Aber die Böen waren so stark, dass ich mich nicht traute, es zu versuchen. Vor allem nicht mit einem stotternden Motor. Ich wollte gerade die Zentrale anfunken und Buck über meine sich verschlechternde Situation informieren, als sich die dichten Wolken vor mir kurz auflösten. In diesem Moment dachte ich, ich hätte die wichtigste Lotterie meines Lebens gewonnen. Direkt vor mir, eine Viertelmeile entfernt, war die unverwechselbare, rechteckige Form einer kleinen Landebahn zu erkennen. Sie war mit Schnee bedeckt, vor dem ich hoffte, dass sie nicht zu tief lag. Aber es war meine Rettung. Eine Rettungsleine, die ich nicht abzulehnen wagte. Schnell passte ich meinen Anflug an und setzte die Klappen, als ich die Landebahn ansteuerte. Eine weitere starke Böe versuchte, mich aus der Ausrichtung auf die schmale Lichtung zu werfen, aber ich kämpfte mit Gas und Ruder, so gut ich konnte, während ich beobachtete, wie der Höhenmesser stetig zurückging, wie eine analoge Uhr, die in der Zeit rückwärts läuft. Ich griff nach dem Funkgerät, um Buck, meine Situation und meine ungefähre Position mitzuteilen, aber die nächste Böe riss mir fast das Steuer aus der linken Hand und ich ergriff sofort wieder mit beiden Händen das Steuer. Meine Flughöhe sank auf 200 Fuß. Ich war zu schnell, das wusste ich. Bei dieser Geschwindigkeit würde ich entweder ganz über die Landebahn hinausschießen und in die dichte Baumreihe prallen oder so hart auf den Boden aufschlagen, dass ich meine Ausrüstung abscheren und mir dabei wahrscheinlich das Rückgrat brechen würde. Ich konnte die Maschine nicht weiter abbremsen, weil ich sonst riskiert hätte, bei dem starken Rückenwind unter die Überziehungsgeschwindigkeit zu fallen und das hätte einen schnellen Ausflug auf den gefrorenen Boden bedeutet. 100 Fuß. Maggies Flügel tauchten jetzt unter die Baumgrenze, als ich in den langen und schmalen Streifen der Landebahn einflog, wobei die hohen Zedern und Fichten um mich herum ahnungsvoll aufragten. Der Rückenwind ließ nach, behindert durch die große Baumbarriere hinter mir und ich holte tief Luft, um den Mächten für dieses unerwartete Glück zu danken. 50 Fuß. Mit voll ausgefahrenen Klappen baute ich schnell Geschwindigkeit ab und meine Reflexe übernahmen den Übergang von meinem fast ballistischen Flug zu einem kontrollierten Abflug, für den die Biva viel besser geeignet war. 10 Fuß. Ich zog den Steuerknüppel zurück und gab kurzzeitig Gas, als mein Fahrwerk die Schneedecke küsste. Das Buschflugzeug wackelte und es setzte etwas härter auf, als mir lieb war. Ich rollte noch etwa 20 Meter weiter, bevor Maggie im knietiefen Schnee zum Stehen kam und ich war dankbar, dass ich nicht umgekippt war. Ich stellte den Motor ab, legte die Stirn auf das Steuer und versuchte, meinen Herzschlag unter Kontrolle zu bringen. Ich glaubte nicht, dass das Zittern meiner Hände etwas mit der Temperatur zu tun hatte. Das Tageslicht wurde schwächer, war aber immer noch hell genug, um mir durch Maggies Fenster einen guten Blick auf meine Umgebung zu ermöglichen. Ich befand mich in der Mitte der Landebahn, wie ich vermutete, da die Bäume auf beiden Seiten etwa gleich weit von mir entfernt zu sein schienen. Hier unten auf dem Boden waren die Bäume noch imposanter. Sie ragten zu beiden Seiten wie hohe Mauern in die Höhe und die Wälder dahinter boten tiefe Schatten, die durch den starken Schneefall, der mir weiterhin die Sicht versperrte, noch verstärkt wurden. Ich griff nach dem Funkgerät und betätigte das Mikrofon, um die Zentrale zu rufen. Ich hatte nicht viel Vertrauen, dass das UKW-Gerät die Bäume und den Gebirgskamm zwischen mir und Back durchdringen würde, aber einen Versuch war es wert. Nach einem langen Moment, zischenden Rauschens, versuchte ich es erneut, aber mit demselben Ergebnis. Es war zweifelhaft, dass ich ein Signal empfangen konnte, bis der Sturm vorüber war, und selbst dann hielt ich es für unwahrscheinlich, wenn ich Maggie nicht wieder in die Luft bekommen würde. Nach kurzem Überlegen und einem resignierten Seufzer holte ich den Notrufsender aus meiner Jackentasche und aktivierte ihn. Das Gerät würde ein Notsignal zusammen mit meinem Standort an den Überwachungsdienst senden. Ich wusste, dass es mindestens einen Tag dauern würde, bis Hilfe eintraf, aber je eher ich den Notruf absetzte, desto eher würde man mich erreichen können. Ich warf einen weiteren Blick durch die Fenster des Rumpfes nach draußen. Wenn es eine Landebahn gab, bedeutete das, dass möglicherweise jemand in der Nähe war. Ich glaubte nicht, dass es hier draußen eine Ranger-Station gab, aber es gab genug Jagdhütten und Gehöfte, so dass die Chance, einen Unterschlupf zu finden, recht groß war. Im Inneren des Flugzeugs war es immer noch warm, aber ich wusste, dass das bei diesem Wetter nicht lange so bleiben würde, vor allem, weil die Nacht nahte. Ich schnallte mich ab und kletterte durch die Sitze zurück in den Frachtraum, wo ich meinen schweren Mantel anzog und meinen Notfallrucksack schulterte. Ich schnappte mir mein Gewehr aus der Halterung hinter dem Pilotensitz, entriegelte und schwang die Frachttür auf. Ein arktischer Windstoß schlug mir ins Gesicht und ich blinzelte mit den Augen dagegen an, zog schnell meine Schutzbrille auf und die Kapuze hoch, bevor ich mich auf die schneebedeckte Landebahn fallen ließ. Ich zog die Frachttür zu und stapfte um das Heck des Flugzeugs herum, blieb in den Furchen stehen, die Maggie's Räder hinterlassen hatten und drehte mich langsam im Kreis, während ich versuchte, irgendwelche Anzeichen menschlicher Anwesenheit auszumachen. Trotz des heulenden Windes, der an meinem Mantel und meiner Kapuze zerrte, nahm ich den unverkennbaren Geruch von Waldrauch wahr und atmete erleichtert auf. Wenigstens wusste ich, dass ich hier draußen nicht allein war. Als ich meine Umgebung abtastete, fiel mein Blick auf etwas, das wie ein kleiner Geräteschuppen am westlichen Rand der Lichtung aussah, und ich bewegte mich so schnell, wie es der tiefe Schnee zuließ, in seine Richtung. Links davon entdeckte ich ein hüfthohes Geländer, das einen Weg markierte, der in die schattige Baumreihe führte, und beschleunigte mein Tempo. Ich folgte dem Weg und spürte nun die Holzplanken unter meinen Stiefeln. In den Bäumen angekommen, ließ der brutale Wind des Sturms nach, und der Schnee rieselte in langsamen, tanzenden Strudeln von den Baumkronen herab, bevor er sich mit einem gedämpften Zischen auf dem Boden niederließ, das so klang, als würde der Wald um mich herum leise ausatmen. Durch das schwache Licht der aufkommenden Dämmerung und den Schneefall konnte ich nicht viel mehr als die Bäume in meiner Nähe sehen, und ich stützte mich auf den Handlauf, um mich zu orientieren. Es dauerte noch ein paar Minuten, in denen ich mich durch den schneebedeckten Weg schleppte, bis ich das Gebäude endlich sah. Zuerst dachte ich, es sei eine Jagdhütte, einsam, inmitten des endlosen Baummeeres. Als ich näher kam, konnte ich jedoch sehen, dass es viel größer war, als ich zuerst dachte. Niedrig und breit, und von moderner Bauweise. Eine Art Schild stand zwischen zwei Holzpfosten direkt neben dem Weg, dessen Oberfläche mit Schnee und Eis bedeckt war. Ich hielt inne, um es frei zu pinseln, und war etwas überrascht, als ich den blauen Hintergrund und das Logo der Alaskan Division of Agriculture sah. Die weiße Schrift darunter wies darauf hin, dass es sich um das White River Basin Agriculture Research Center handelte. Ich hatte noch nie davon gehört, dass die ADOA Forschungszentren in der Wildnis unterhielt, aber ich nahm an, dass es nicht allzu weit hergeholt war. Das bedeutete, dass ich mich nicht einem abgelegenen Jagdlager näherte, sondern einem Regierungsposten, und das bedeutete, dass meine Überlebens- und Rettungschancen gerade erheblich gestiegen waren. Ich stieß einen Freudenschrei aus, tätschelte das Schild, als wäre es ein alter Freund, der gerade eine gute Nachricht überbracht hatte, und joggte die verbleibenden paar Meter bis zur Eingangstür des Gebäudes. Als ich mich dem Gebäude näherte, schwang die Tür jedoch plötzlich auf und warf gelbes Licht auf den weißen Schnee. Ein Mann trat aus der Tür, schulterte eine Schrotflinte und richtete sie direkt auf meinen Kopf, wobei er mich mit großen, wilden Augen aus dem Lauf anstarrte. »Bleiben Sie stehen!« schrie er mich an, wobei seine Worte in wütenden Dampfschwaden durch die eisige Luft drangen. »Kommen Sie nicht näher!«, »Halt! Warten Sie! Warten Sie nur!«, antwortete ich und nahm reflexartig die Hände hoch. »Ich bin nicht hier, um Ärger zu machen«, er machte eine Bewegung mit der Schrotflinte. »Lassen Sie das Gewehr fallen, ganz langsam. Ich warne Sie. Ich werde nicht zögern, Sie in Stücke zu schießen, wenn Sie eine plötzliche Bewegung machen.« Ich hielt meine freie Hand hoch, um zu zeigen, dass ich keine Bedrohung darstellte. Er bückte mich langsam und legte das Gewehr auf den Boden, bevor ich wieder aufstand. »Was ist hier los? Wer sind Sie? Was machen Sie hier?«, fragte er. Ich konnte sehen, wie die Mündung der Schrotflinte zitterte und befürchtete, dass er mich aus Versehen erschießen würde, nur weil er nervös war. Er trug einen Mantel, der wie eine Regierungsjacke aussah, mit einem gestickten Aufnäher auf der Schulter und hatte einen Bartwuchs von einer Woche. »Ganz ruhig, Boss«, sagte ich und versuchte, meine Stimme ruhig und gleichmäßig zu halten. »Mein Name ist Hoopa. Ich bin Pilot bei Viking Busch Charters in Fairbanks. Mein Flugzeug ist im Sturm abgestürzt und ich hatte Glück, dass ich ihre Landebahn gefunden habe, bevor ich abgestürzt bin.« Ich begann mich zu fragen, ob Glück noch das richtige Wort war. Er sah mich eine Minute lang an. Seine Augen musterten mich. »Dann«, winkte er mich erneut mit dem Gewehr zu sich. »Nimm deine Schutzbrille ab, damit ich die Augen sehen kann«, sagte er. Das überraschte mich, aber ich nickte und nahm langsam die getönten Brillen ab, wobei ich darauf achtete, keine plötzlichen Bewegungen zu machen. Er beugte sich zu mir herüber. Seine Augen waren fest auf meine gerichtet und suchten. Dann, scheinbar zufrieden, senkte er abrupt seine Waffe und nickte, als ob er sich selbst beruhigen wollte. Er ruckte mit dem Kopf zurück zur Tür und sein ganzes Verhalten änderte sich plötzlich. »Nun, Hupa, kommen Sie rein und bring das Gewehr mit. Hier draußen ist es verdammt kalt.« Mit diesen Worten drehte er sich um und ging zurück ins Haus, wobei er das Gewehr an die Innenwand neben der Tür lehnte. Jetzt noch verwirrter als zuvor griff ich nach meinem Gewehr und hob es vom verschneiten Boden auf, ohne meinen Blick von dem Mann zu nehmen. So unauffällig wie möglich betätigte ich den Hebel, lud eine Patrone und folgte ihm hinein. Es war eine bizarre Interaktion, dass ich sicher gehen wollte, dass er mich nicht nochmal überraschen würde, falls er es sich anders überlegen würde. Als ich das Gebäude betrat und die Tür hinter mir schloss, fand ich mich in einem holzgetäfelten Besucherraum wieder, mit einer Couch an der einen Wand und einem lodernden Kamin, vor dem ein paar Stühle standen, an der gegenüberliegenden. Der Mann hatte sich an einen kleinen Tisch in der Nähe des Kamins gesetzt, schenkte sich ein Glas Whisky aus einer halbleeren Flasche ein und schien nun völlig desinteressiert an meiner Anwesenheit zu sein. Ich runzelte die Stirn und schaute mich im Raum um. Abgesehen von der spärlichen Einrichtung befand sich gegenüber der Tür, durch die ich gekommen war, eine geschlossene Tür mit dem Schild, Zutritt verboten. Der Mann nahm einen großen Schluck aus seinem Glas, drehte sich wieder zu mir um und hielt mir die Whiskyflasche entgegen, um sie mir anzubieten. Ich schüttelte nur den Kopf. Das alles tut mir leid, sagte er und deutete vage auf die Tür hinter mir. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Ich bin morgen Tate, Feldforschung. Ich musterte ihn misstrauisch. Okay, morgen Tate. Haben Sie die Angewohnheit, Besucher mit einer Schrotflinte zu begrüßen? Ich war mir immer noch nicht sicher, mit wem ich es hier zu tun hatte, aber irgendetwas stimmte eindeutig nicht. Er grinste nur über diesen kleinen Scherz, nickte dann und nahm einen weiteren Schluck Whisky. In letzter Zeit? Ja. Ja, verdammt. Oder zumindest würde ich das, wenn ich Besuch bekäme? Er deutete mit seinem Becher auf mich und setzte sich schwer auf den Stuhl. Ich bekam langsam den Eindruck, dass dies nicht der erste Drink des Tages für Mr. Morgan Tate war. Sie sind der erste lebende Mensch, den ich seit über einer Woche sehe, fügte er hinzu. Sind Sie der Einzige hier? Fragte ich und sah mich in dem Raum um. An der Wand neben der Tür befand sich eine Reihe von Haken und ich bemerkte mehrere Mäntel, die dort hängen. Er schmunzelte. Etwas Unleserliches hinter seinen Augen. Nun, ja. Ich wusste nicht, was er für ein Spielchen trieb, aber ich verlor langsam die Geduld. Könnten Sie das näher erläutern? Ich habe einen ziemlich harten Tag und Sie machen es mir nicht gerade leichter. Der dunkelhaarige Mann trank seinen Drink aus und stand auf. Sicher, warum nicht? Ich nehme an, dass Sie jetzt dazugehören, sagte er und ging an mir vorbei zur Tür mit Zugangsbeschränkung. Ich folgte ihm, als er die Tür aufstieß und einen schmalen, gekachelten Korridor entlang ging, der von grellem Neonlicht erhellt wurde. Ich fühlte mich fehl am Platz, eher als würde ich durch die Flure eines Krankenhauses gehen, als durch ein Gebäude von einer Regierungsgesellschaft, die sich mit Agrarkultur mitten im Busch beschäftigt. Er schaute über seine Schulter und nahm meine Überraschung zur Kenntnis. Ja, nicht ganz das, was Sie erwartet haben, sagte er, blieb vor einer schwer aussehenden Tür am Ende des Korridors stehen und tippte einen schnellen Kot in die Tafel über dem Griff ein. Ich hörte ein leises Klicken und er stieß die Tür auf, so, dass ein dunkler Raum dahinter sichtbar wurde. Er trat ein und das Licht flackerte auf, als ich ihm folgte. Der Raum, in dem wir uns nun befanden, war größer als der vorherige, wahrscheinlich 30 Fuß breit und roch nach Antiseptikum und Chemikalien. Mehrere Reihen von Tischen aus rostfreiem Stahl waren fein säuberlich angeordnet und mit verschiedenen, unbekannten Laborutensilien und Geräten bestückt. Zusätzlich zu diesen Labortischen gab es an der hinteren Wand noch Untersuchungstische, von denen einige mit weißen Tüchern bedeckt waren, die nicht identifizierbare Formen enthielten. Ich unterdrückte ein Schaudern. Es erinnerte mich an ein Leichenschauhaus, obwohl die verdeckten Objekte zu klein waren, um menschliche Körper zu sein. Was ist das für ein Ort? fragte ich und ließ meinen Blick über alles schweifen. Genau wie auf dem Schild draußen steht, Hooper, ist dies das White River Basin Agriculture Research Center, antwortete er und lehnte sich an einen der Tische. Es wurde eingerichtet, um die Wanderungen großer Säugetiere zu beobachten, die möglicherweise mit dem Klimawandel zusammenhängen. Klingt interessant. Er grinste. Nein, das tut es nicht. Nicht mal für mich und ich arbeite hier. Können Sie sich vorstellen, dass vor einer Woche noch 25 Forscher hier gelebt haben? Und gearbeitet haben? 25, Hooper. Hier war die Hölle los, Mann. Ein unangenehmes Kribbeln lief mir über den Rücken und ich bewegte das Gewehr in meiner Hand, dessen Gewicht mich beruhigte, während es an meiner Seite hing. Falls Tate es bemerkt hatte, hatte er es nicht erwähnt. Was ist letzte Woche passiert? fragte ich vorsichtig. Als er sich wieder zu mir umdrehte, war das Grinsen aus seinem Gesicht verschwunden und seine Augen hatten sich geweitet. Was auch immer jetzt in seinen Gedanken vorging. Er fand es nicht mehr lustig. Das war, als Sie kamen, Hooper. Sie? Die? Die Schatten, Mann. Die verdammten Schatten. Sie kamen durch den Sturm. Du erinnerst dich doch an den Sturm, oder? Der Sturm. Ich wusste, wovon er sprach. Ich glaubte nicht, dass irgendjemand hier ihn so schnell vergessen würde. Es war vor etwas mehr als einer Woche, als dieser verrückte Schneesturm aus dem Nichts kam, unvorhersehbar und unerklärlich. Was als wolkenloser und für die Jahreszeit ungewöhnlich warmer Morgen begann, endete damit, dass wir unter fast einem Meter Schnee begraben wurden, als es vorbei war. Der Himmel hatte sich innerhalb einer Stunde von hell und sonnig in eine graue, wütende Granitfarbe verwandelt und die Wolken waren so tief und schwer, dass man sie fast berühren konnte. Unsere Wetterstation auf dem Flugplatz meldete anhaltende Windgeschwindigkeiten von 50 Knoten mit Böen bis zu 85 und für die nächsten 14 Stunden herrschte völliger Whiteout. Wir waren alle im Hangar gefangen, kauerten um die Kerosinheizungen herum und hörten dem Wind zu, der versuchte, die schwere Stahlkonstruktion um uns herum zu zerreißen. Als der nächste Tag anbrach, war er einfach verschwunden und durch den klaren blauen Himmel des vorherigen Morgens ersetzt. Niemand hatte eine gute Erklärung dafür, aber ich hatte gehört, wie ein paar der alten Hasen, die die Maschinenwerkstatt betrieben, im Hintergrund darüber geflüstert hatten. Ich konnte nicht viel von dem verstehen, was sie sagten. Es war mir auch egal, wenn ich ehrlich bin, aber sie klangen besorgt. Damals fand ich es seltsam, dass das Wetter sie so sehr beunruhigte, wie es den Anschein hatte. Diese Jungs waren beide voll Blut-Inuit und knallhart. Es war fast schon komisch, dass sie sich wegen eines überraschenden Schneesturms Sorgen machten. Nein, jetzt wo ich darüber nachdenke, schien es fast so, als ob sie sich mehr Sorgen über irgendetwas im Schneesturm machten. Ich bin mir nicht sicher, da sie ständig zwischen den Sprachen hin und her wechselten, aber diesen Eindruck hatte ich jedenfalls. Die Schatten? fragte ich verwirrt. Sein Blick war einen Moment lang in die Ferne gerichtet. Verloren in seiner eigenen Welt. Im nächsten Moment richtete er sie wieder eifrig auf mich, als hätte er gerade eine Erleuchtung gehabt und sagte, Ja, willst du einen sehen? Ob ich einen Schatten sehen will? Wovon zum Teufel redest du da, Mann? Das ergibt gar keinen Sinn. Aber er war schon wieder in Bewegung und ging quer durch den Raum, zu einer anderen Tür. Er winkte mir, ihm zu folgen, gab sein Code ein und schließt die Tür auf. Wortlos folgte ich ihm, wobei mir Unbehagen ins Ohr flüsterte. Er führte mich einen weiteren Flur entlang, wobei er regelmäßig über die Schulter schaute, als wolle er sich vergewissern, dass ich noch da war. Ich habe einen gefangen. Die anderen Forscher hielten es nicht für möglich, aber ich wusste, dass ich es kann, sagte er, und es hörte sich fast so an, als spreche er mehr mit sich selbst als mit mir. Er blieb vor einer Tür mit der Aufschrift OR2 stehen, stieß sie auf und ging hinein. Ich ging zögernd hinter ihm her, denn ich hatte ein ungutes Gefühl bei der ganzen Sache. Ein langsames Gefühl des Grauens hatte sich seinen Weg durch mein Unterbewusstsein angebahnt, und ich war mir nicht sicher, ob ich diesem Mann noch weiter folgen wollte. Die ganze Situation fühlte sich falsch an, und ich begann zu glauben, dass Mr. Morgan Tate mehr als nur ein wenig gestört war. Wo waren die anderen Forscher, die er erwähnt hatte? Ich würde bezweifeln, dass sie überhaupt existierten, wären da nicht die Größe des Gebäudes und die Mäntel, die ich neben der Tür gesehen hatte. Der Raum, den ich jetzt betrat, war viel kleiner als die anderen und wirkte wie eine Art Kontrollraum. An der Wand zu meiner linken befanden sich schmale Schränke und ein Regal mit Kleiderhaken, an denen mehrere weiße Laborkittel hingen. Zu meiner rechten befand sich eine Konsole mit Monitoren und Tastaturen, und darüber schien der gesamte obere Teil der Wand ein Beobachtungsfenster zu sein, das in einen abgedunkelten Raum führte. An der gegenüberliegenden Wand befand sich eine dieser Schleusentüren, die man in Isolierbereichen von Krankenhäusern sieht, aus rostfreiem Stahl und mit einem kleinen runden Fenster in der glatten Oberfläche. Die Computermonitore waren eingeschaltet und zeigten verschiedene Diagramme und Datenströme an. Tate setzte sich auf einen der Stühle an der Konsole und begann, in die Tastatur zu tippen. Sie sind unglaublich. So etwas, haben wir noch nie gesehen, sagte er abwesend. Ich trat näher an das Beobachtungsfenster heran und versuchte, in dem dunklen Raum dahinter, etwas zu erkennen. Aber alles, was ich sah, war eine tiefe Schwärze. Haben Sie etwas da drin? fragte ich und fühlte mich plötzlich sehr unbehaglich. Ich war mir nicht sicher, ob ich das sehen wollte, was dieser Verrückte mir zeigen wollte. Warum ist das Licht aus? Er blickte kurz von der Konsole weg und schenkte mir ein seltsames Grinsen. Das Licht aus? Das Licht ist nicht aus. Damit stand er auf, beugte sich vor und schlug mit dem Absatz seiner Faust gegen das Fenster, so, dass ich erschrocken zusammenzuckte. Ich verstand nicht ganz, was ich dann sah. Die Dunkelheit, die mir die Sicht versperrt hatte, wurde plötzlich beiseite geschoben, als würde jemand einen Vorhang gewaltsam vor dem Fenster wegreißen und aus dem Blickfeld verschwinden. Aber auch das war nicht ganz richtig. Die plötzliche Bewegung war eher fließend, fast so, als würde der Rauch von einem unglaublich starken und unsichtbaren Ventilator weggezogen. Ein gedämpftes Kreischen drang an meine Ohren, dass ich unheimlich nach einer schlechten Imitation eines Raubvogels anhörte. Ich nahm an, dass der Beobachtungsraum schalldicht war oder zumindest nahezu schalldicht und fragte mich, wie laut das Kreischen gewesen sein musste, damit es meine Ohren erreichte. Ich lehnte mich näher an das Fenster und schaute nach oben und nach links, wohin die Dunkelheit verschwunden war, aber ich konnte keine Spur von ihr sehen. Dann blickte ich in den Rest des Raumes und stieß angesichts des absoluten Grauens, das ich sah, unwillkürlich einen Schrei aus. Ein Dutzend Leichen lag in dem sonst so kargen Raum verstreut. Aber es waren keine Leichen mehr, nicht wirklich. Sie waren nur noch Skelette, die noch immer die Kleidung trugen, die sie bei ihrem Sturz getragen hatten. Die meisten waren unversehrt, aber ein paar waren an den Stellen, an denen sie auf den gefließten Boden aufschlugen, verstreut. Die Knochen waren von allen Resten des Fleisches befreit und waren weiß gebleicht. Was zum Teufel? sagte ich voller Abscheu und Schock, kaum mehr als ein Flüstern. Tate nickte aufgeregt. Es ist unglaublich, nicht wahr? Die anderen sind abgehauen, aber ich konnte zwei von ihnen in den Warteraum locken und dort einsperren. Ich trat zurück, spürte, wie sich mein Magen umdrehte und blickte Tate ungläubig an. Aber, aber die Leichen. Er nickte wieder, fast eifrig. Ja, so habe ich sie angelockt. Die meisten der verbliebenen Forscher sind hierher geflohen, um sich zu verstecken. Siehst du, es muss essen, jagen. Es kann ohne Nahrung nicht überleben. Genauso wenig wie du oder ich. Am Anfang waren es zwei, aber als die Nahrung ausging, wandte sich dieser gegen den anderen. Und jetzt gibt es nur noch den einen. Die Nahrung? Du meinst diese Leute? Ich verstärkte den Griff meines Gewehrs und trat einen Schritt zurück, um ein wenig Abstand zwischen uns beiden zu schaffen. Als die Schatten in der Dunkelheit des Sturms kamen, konnten einige von ihnen in das Gebäude schlüpfen, bevor wir merkten, was los war. Die Hälfte der Forscher wurde in dieser Nacht im Schlaf entführt. Sehen Sie, sie verstecken sich und warten auf den richtigen Moment. Sie meiden das Licht. Ich glaube, es schwächt sie, aber in der Dunkelheit. Er brach ab und ich sah, wie sich ein unbehagliches Lächeln auf seinen Lippen ausbreitete. Fast wie eine Bewunderung, so schien es. In der Dunkelheit. Da leben sie. Dort gedeihen sie. Dort herrschen sie. Ich trat noch einen Schritt zurück, griff mit der freien Hand nach dem Türgriff hinter mir, öffnete ihn und stieß ihn mit dem Fuß an. Du bist verrückt, sagte ich und brachte das Gewehr auf Höhe seiner Brust an. Wenn er es überhaupt bemerkte, gab er kein Zeichen. Seine Augen hatten wieder dieses verrückte Glitzern angenommen und er stand auf und nickte leicht, was mich wohl beruhigen sollte. Es gibt nichts mehr zu essen, Hooper. Es ist schon Tage her, dass ich es füttern konnte. Er machte einen langsamen Schritt auf mich zu und ich tat es ihm gleich und zog mich zurück. Er lächelte und fuhr fort, als würde er einem Kind etwas erklären. Ich kann nur noch mich selbst anbieten, aber das ist nicht genug. Verstehst du denn nicht? Das ist nicht nur ein Ding, nicht nur ein Tier. Es ist weit jenseits unseres Verständnisses, weit jenseits unserer eigenen, primitiven Evolution. Es ist perfekt. Sein Blick wanderte kurz von mir weg zu einem rot leuchtenden Knopf auf der Konsole in der Nähe und seine Hand wanderte dorthin. Nicht, rief ich und hob das Gewehr an meine Schulter. Tun Sie es nicht, Tate. Es gibt nichts, wovor man sich fürchten müsste, sagte er mit einer obszönen Karikatur von Sanftmut in seiner Stimme. Es geht ganz schnell. Seine Hand schwebte über dem Kopf. Ich werde dich erschießen, Tate. Zwing mich nicht dazu. Von dort, wo ich stand, konnte ich durch das Beobachtungsfenster eine weitere dieser Schleusentüren sehen und zu meinem Entsetzen drängte sich an der Schwelle eine wirbelnde Masse undurchdringlicher Schwärze. Ich konnte ihre Vorfreude fast spüren. Es war nicht das erste Mal, dass es gefüttert worden war. Es wusste, was kommen würde. In dem Moment, als ich den Blick von ihm abwandte, drückte Tate den Knopf. Mit einem Fluch drückte ich im selben Moment den Abzug des Gewehres, aber es war zu spät. Das ohrenbetäubende Geräusch in dem kleinen Raum war immens, aber selbst, als das Geschoss die Brust des Mannes durchschlug, hatte er den Knopf bereits gedrückt. Ich sah einen Sitz zu, wie sich die beiden Schleusentüren zurückzogen, und ohne weiter drüber nachzudenken, drehte ich mich um und floh, so schnell mich meine müden Muskeln tragen konnten. Zum Glück brauchte man die Codes zum Öffnen der Türen nicht, um sie zu verlassen, und ich rannte den Gang hinunter und durch den Forschungsraum. Als ich daran vorbeiging und die Tür zum Empfangsbereich aufstieß, hörte ich wieder dieses jammernde Kreischen von irgendwo hinter mir, eindringlich und jenseitig, das durch die leere Einrichtung halte, viel lauter als zuvor. Dann hörte ich ein weiteres Geräusch. Diesmal war es das gequälte Schreien von Morgan Tate. Ich dachte nur kurz darüber nach, als ich die Außentür ruckartig öffnete und in den Schneesturm floh. Ich konnte nur hoffen, dass die Fütterungszeit mir genug Zeit geben würde, um es zurück zu Maggie zu schaffen. Die Luft hatte sich mit einbruchter Dämmerung noch mehr verdunkelt und war kälter geworden. Glücklicherweise schien der Sturm viel von seiner Wut verloren zu haben, denn die Front war inzwischen vorbeigezogen und ließ mich in ihrem relativ ruhigen Kielwasser zurück. Ich lief dem Pfad entlang. Es war gerade noch hell genug, um den Spuren zu folgen, die ich auf dem Hinweg gelegt hatte. Das Gewehr lag schwer in meinem Griff, aber ich wagte es nicht, meine einzige Verteidigung zu verlieren. Als das heulende Kreischen durch die Bäume hinter mir halte, verdoppelte ich mein Tempo und betete, dass es mich nicht finden würde, bevor ich Maggie erreicht hatte. Diese eisige Luft brannte in meinen Lungen und meine Kehle war rau, als ich die schneebedeckte Landebahn erreichte. Beim Anblick meiner leuchtend gelben Maggie, die geduldig auf meine Rückkehr wartete, weinte ich fast vor Freude. Ich erreichte die Ladeluke, klappte sie auf, warf mich hinein und zog sie hinter mir zu, als ein weiterer, dieser eindringlichen Schreie, meine Ohren erreichte. Diesmal näher. Viel näher. Ich wagte es nicht, aus dem Fenster zu schauen, als ich meinen Rucksack und mein Gewehr ablegte und wieder auf den Pilotensitz kletterte. Ich schnallte mein Gurtzeug an und meine Hände tanzten über die Kontrollen. Die Startprozedur wurde zur zweiten Natur. Batteriehauptschalter an, Kraftstoffwahlschalter in die Mitte, Gemischhebel nach vorne, Ölabstellhebel nach unten. Ein schrilles Heulen drang durch die Kabine und etwas Schwarzes bewegte sich draußen, eilte von Fenster zu Fenster, von Tür zu Tür und suchte. Es war jetzt hier und versuchte, einen Weg ins Innere zu finden. Konzentrier dich verdammt. Drosselkappe auf 10%, Kraftstoffdruck auf 5 PSI gepumpt, Motor angelassen. Ich erstarrte. Meine Windschutzscheibe war plötzlich völlig schwarz geworden und hüllte mich in Dunkelheit. Auch, wenn ich in der strukturlosen Leere, die nur einen Meter von meinem Gesicht entfernt war, nicht sehen konnte, spürte ich dessen Verzweiflung. Ich spürte seinen seelenlosen Blick und darunter eine dunkle Bosheit, einen unmenschlichen und fremdartigen Hunger. Ich drückte auf den Anlasser und der 9-Zylinder-Sternmotor begann sich zu drehen. Zunächst langsam, träge und schleppend. Mir gefror das Blut in den Adern, als ich merkte, dass der Motor nicht ansprang. Meine Gedanken schweiften zurück zu den Motorproblemen, die ich vor meiner Notlandung gehabt hatte, und in diesem Moment war ich mir sicher, dass mich mein Glück endgültig verlassen hatte. Doch dann gab es eine Fehlzündung, dann eine zweite, eine dritte, und aus dem Auspuff kamen schwarze Rauchschwaden. Und dann sprang er an. Der große, schöne, Pratt & Whitney-Radialmotor und das laute Dröhnen stieg sanft und gleichmäßig an, als Maggie aus ihrem Schlummer erwachte. Ich drückte den Gashebel nach vorne, die Trägheit drückte mich in meinen Sitz. Ich kümmerte mich nicht mehr um die Fehlzündungen des Motors oder den Sturm. Ein Feuertod in den Bäumen war mir lieber als das, was dieses Ding mit mir vorhatte, da war ich mir sicher. Der Schnee war tief, und selbst mit den großen Tundra-Reifen musste ich mich anstrengen, um nicht umzukippen, als ich an Geschwindigkeit gewann. Irgendwann verschwand die schwarze Masse vor meiner Windschutzscheibe und vor mir eröffnete sich der herrliche Anblick eines offenen Weges. Mit dem Vorbeiziehen der Sturmfront hatte der Wind die Richtung gewechselt und ich hatte jetzt Gegenwind, was für meine Bedürfnisse perfekt war. Ich drückte den Gashebel auf Vollgas und zog das Steuer leicht zurück. Ich spürte, wie die Räder den Boden verließen, jetzt frei vom Schneewiderstand und setzte meinen Steigflug fort, bis ich mich über den Bäumen befand und sanft nach Süden, in Richtung Heimat abdrehte. Als ich die Landebahn überflog, glaubte ich, eine schwarze Gestalt auf dem Boden unter mir zu erkennen, die sich streckte und sich in ihrer vergeblichen Jagd nach mir schlängelte, bevor ich sie in den Bäumen verlor. Nach weiteren zehn Minuten Flug kehrte der Motorschaden zurück, aber Maggie brachte mich wieder in Sicherheit. Sie kümmerte sich immer um mich. 40 Minuten später war ich wieder auf dem Boden in Fairbanks und rollte zum Hangar. Ich hielt das Buschflugzeug kurz vor dem Hangar an, schaltete es aus, schnallte mich ab und kletterte vorsichtig zur Landebahn hinunter, wo mein Körper mit sich selbst kämpfte, was zuerst passieren würde, das Kotzen oder das Ohnmachtsgefühl. Zu diesem Zeitpunkt würde ich gerne beides ertragen. Mike Nichols kam aus dem Hangar gejoggt, als er meinen Anflug hörte und half mir, mich zu beruhigen. Mein Gott, Hoop, du hast uns allen einen Schrecken eingejagt. Das muss ein höllischer Flug gewesen sein. Du siehst aus, als hättest du einen Gespenst gesehen, Mann. Ich konnte nur nicken und stolperte in Richtung des warmen Hangars, dankbar für seine Schulter, an der ich mich abstützen konnte. Kurz bevor wir die Servicetür erreichten, hielt er inne und sah Maggie an. Buck hat mir gesagt, dass du ein paar Probleme mit dem Motor hast, aber er hat nichts von einem Feuer gesagt. Ich runzelte die Stirn und schüttelte den Kopf. Kein Feuer, ich habe ein paar Zylinder verloren. Er stand noch einen Moment länger da, mit einem merkwürdigen Gesichtsausdruck, bevor er die Tür öffnete und mich hineinführte. Hm, seltsam. Ich dachte, ich hätte schwarzen Rauch unter der Motorhaube aufsteigen sehen, gleich nachdem du sie abgestellt hast. Jetzt arbeite ich nicht mehr in Alaska. Ich bin wieder in Florida. Wenn sie denken, sie sehen einen schwarzen Rauch da, wo keiner sein sollte, dann ist es vielleicht kein Rauch. Vielleicht ist es einer der Schatten. Mein Patient im Hospiz sollte tot sein. Doch er stirbt einfach nicht. Hallo Horrorfans. Bevor es mit dem Video losgeht, würde ich euch bitten, mich mit einem Like, einem kurzen Kommentar und einem Abo zu unterstützen. Das hilft mir beim Schreiben und Produzieren der Videos. Mein Name ist Mike Aberdeen. Ich bin Pfleger in einem Hospiz in Köln. Die Arbeit hier mit Sterbenden ist natürlich immer etwas unheimlich, doch vor kurzem bekamen wir einen Patienten, vor dem ich richtig Angst habe. Wie sich rausstellte, hatte ich die auch zu Recht. Doch ich fange ganz von vorne an. Vor einiger Zeit ist Frau K. Berg gestorben. Sie hatte Magenkrebs und wird mir immer in Erinnerung bleiben, weil sie als einzige Bewohnerin im Hospiz die Genehmigung bekommen hatte, ihre Katze mitzubringen. Dank unserer guten Palliativmediziner ist Frau K. Berg ohne Schmerzen verschieden und Mr. Mittens, ihre Katze, hat bereits ein neues Zuhause gefunden. Es ist immer traurig, wenn jemand stirbt, aber das ist nun mal die Arbeit hier. Manchmal stirbt einer die Woche, manchmal einer am Tag. Ich war gerade dabei, ihr Zimmer zu säubern, als unsere Pflegedienstleitung einen Anruf bekam. Kurz darauf betrat sie das Zimmer, das ich gerade putzte. Hör zu, hier muss alles blitzblank sein. Hast du mich verstanden? Sicher, so wie immer. Ist Herr Eppelbaum sowas wie ein Ehrengast oder woher kommt dein Eifer? fragte ich. Herr Eppelbaum wird das Zimmer nicht bekommen. Er und sein Betreuer haben sich zwar tierisch aufgeregt, aber es geht nicht anders. Ich war geschockt. Herr Eppelbaum hatte bereits Wochen auf dieses Zimmer gewartet. Sie müssen wissen, dass Hospizplätze sehr selten sind. Die Leute liegen in den Palliativstationen der Krankenhäuser oder sogar im Altersheim und warten darauf, hier endlich einziehen zu können. Palliativstationen sollten die Patienten eigentlich nach ungefähr 14 Tagen entlassen und ein Altenheim ist überhaupt nicht darauf ausgelegt, Sterbende zu begleiten. Aber er hat so lange darauf gewartet. Was ist denn passiert? Wollte ich wissen. Andrea, unsere Pflegedienstleitung, seufzte. Der Bürgermeister hatte was gedreht. Sie haben irgendwo einen Obdachlosen gefunden, der wohl in den nächsten Tagen sterben wird. Ich schätze, der Bürgermeister will daraus eine PR-Aktion für sich selbst machen. Er lässt den Obdachlosen hier ins Hospiz ziehen. Es wird die Zeitung und das Fernsehen vorbeikommen und er wird dastehen wie ein echter Wohltäter. Das ist unfair. Sicher, aber wir sind ein städtisches Hospiz und er ist streng gesehen unser Boss. Wir haben keine Wahl. Der Obdachlose wird morgen eintreffen, genau wie der Bürgermeister. Wir alle müssen morgen früh um 7 Uhr hier sein, um mit seiner PR-Agentin den Ablauf zu besprechen. Bereits jetzt kotzte mich diese ganze Aktion tierisch an. Denken Sie, dass man uns die Überstunden vergüten wird? Sicher nicht. Am nächsten Tag gab ich mir nur Mühe, meine schlechte Laune zu verbergen, weil Sarah, die PR-Agentin, ziemlich nett war. Sie war ganz anders, als man sich so jemanden vorstellt. Weder arrogant noch unfreundlich. Dazu war sie noch professionell und pflichtbewusst. Sie war bereits eine ganze Stunde früher da und baut in unserem Teamraum eine kleine Präsentation auf. Dafür, dass sie ein altmodisches Whiteboard und kein Laptop benutzte, mochte ich sie noch mehr. Sie erklärte uns alles, was für die Videoaufnahmen und die Fotos wichtig war. Dabei sprach sie mich besonders oft an, denn als zuständiger Pfleger für unsere neuen Bewohner würde ich am meisten mit dem Bürgermeister zu sehen sein. Hier war es wichtig, dass wir es gut rüberbrachten, wie sehr der Bürgermeister sich eingesetzt hat und es sollte so aussehen, als würde er dabei helfen, den ehemaligen Obdachlosen zu pflegen. Immer, wenn sie über den Obdachlosen sprach, schien Sarah irgendwie nervös zu werden. Einmal glaubte ich sogar, dass sie anfing zu zittern. Das konnte ich mir nicht erklären. In der kleinen Kaffeepause, die wir nach einer halben Stunde machten, sprach ich sie an und fragte, ob es ihr gut ginge. Ja, ja sicher. Ich meine, es ist irgendwie komisch. Ich hab mir diesen Kerl, diesen Obdachlosen, gestern im Krankenhaus angesehen. Er hat sowas, was ich eine Aura nennen würde. So, als wäre er gefährlich. Und das, obwohl er halbtot im Bett liegt und weder sprechen noch sich bewegen kann, ich bin verrückt, oder? Vielleicht bist du nur überarbeitet. Viele vertragen auch den Anblick eines Sterbenden nicht. Der Tod macht vielen von uns Angst, erklärte ich ihr. Naja, das ist auch so eine Sache. Die Ärzte meinten, er müsste eigentlich schon lange tot sein. Deshalb haben wir uns mit der ganzen Aktion so beeilt. Sein Puls und auch seine anderen Vitalwerte sind fast nicht messbar. Und doch lebt er noch. Das stand alles nicht in der Zeitung, musst du wissen. Aber irgendwas stimmt nicht mit ihm. Die Blutwerte haben gar keinen Sinn ergeben. So als wären sie nicht menschlich. Und er ist so groß, so ungeheuer groß, musst du wissen. Das gab mir zu denken. Ob sie wohl die Wahrheit erzählte? Vielleicht hatte sie auch ein paar Dinge falsch verstanden. Es war nicht ungewöhnlich, dass der Puls und andere Werte von jemandem, der kurz davor war zu sterben, nicht mehr richtig messbar war. Und eine Blutprobe konnte verunreinigt sein oder beim Test war etwas schiefgelaufen. Ich ertappte mich dabei, wie ich nach Ausreden suchte, die mir das von Sarah Beschriebene erklärten. Doch das war Schwachsinn. Ich hatte keine Angst vor dem Kerl. Erstens war er mein neuer Patient und zweitens kannte ich ihn nicht mal. Und doch war es möglich, dass ich diese Aura schon jetzt spürte? So ein Unsinn. Ich setzte mich wieder und hörte mir Sarahs Vortrag zu Ende an, bevor ich mich an meine eigentliche Arbeit machte. Ich traf die letzten Vorbereitungen im Zimmer des namenlosen Obdachlosen und gab dann mein Bestes, unvoreingenommen zu sein, als er eintraf. Er war ein Patient und war auf mich angewiesen, wenn er seine letzten Stunden oder Tage in Frieden verbringen wollte. Es war eine ehrenvolle und wichtige Aufgabe, die Sterbenden zu begleiten. Ja, ich würde keine Angst vor ihm haben, sondern ihn mit der Liebe versorgen, die ich bisher all meinen anderen Patienten entgegengebracht habe. Das waren meine Vorsätze. Und verdammt nochmal, es dauerte keine fünf Minuten, bis ich sie über Bord warf. Schon als man ihn aus dem Krankenwagen hob, fühlte ich es. Sarah hatte nicht gelogen. Sie beschrieb es als Aura. Ich würde es eher als eine allumfassende, finstere Kälte nennen, die ihn umgab. Ich weiß, dass das für sie vielleicht keinen Sinn ergibt, aber in ein paar Minuten werden sie es verstehen. Wir lagerten ihn in sein neues Bett um, wonach die Kollegen den Raum verließen und zum nächsten Auftrag fuhren. Jetzt war ich allein mit ihm. Der Mann war wirklich groß. Groß und dürr. Ich schätzte, dass er mindestens zwei Meter zehn sein musste. Sein Mund stand ständig offen, seine Augen waren glasig und sein weißes Haar war fast ausgefallen. Ich fragte mich, was diesem Mann passiert war. Man landete schließlich nicht einfach so auf der Straße. Irgendwie riss ich mich von den Gedanken über den großen Mann los und ging rüber in unsere Kammer, wo wir verschiedene Utensilien lagerten. Ich brauchte Kathetermaterial, die schau. Ich schau. es mir kurz vor, als ob der große Mann gelächelt hätte. Doch auch das verdrängte ich schnell wieder. Ich suchte mir alles raus, was ich brauchte, ging zurück ins Zimmer und setzte den Katheter neu. Als ich fertig war, bemerkte ich, dass die Bibel, die bei uns immer auf dem Nachttisch lag, verdreht war. Sie war so umgedreht, dass auch das weiße Kreuz, welches das Cover zierte, umgedreht war. Es zeigte nun das Kreuz des Teufels. Lag die auch vorher schon so? Was soll's, das hatte sicher nichts zu bedeuten. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt, wer immer Sie auch sind, sagte ich, als ich das Zimmer verließ. Der Mann konnte nicht mehr reden. Zumindest hat er das nicht getan, seit sie ihn fanden, doch er lächelte. Sein Lächeln sah finster aus. Am Nachmittag traf der Bürgermeister und dann das Fernsehteam ein. Der Reporter der Rheinländer Post kam als letztes. Es wurden Hände geschüttelt und Nettigkeiten ausgetauscht. Ich fand es widerwärtig mit anzusehen, wie Bürgermeister Paulsen jede unserer jungen weiblichen Pflegekräfte anmachte. Der Kerl war verheiratet und hatte zwei Kinder. Er hatte zur Seite gekämmtes, gegeltes Haar, braune Augen und trug einen feinen Armani Anzug. Auch wenn er am anderen Ende des Raumes stand, konnte man sein teures Parfüm riechen. Irgendwann kam er auch zu mir und schüttelte meine Hand. Sie sind Mike, richtig? Ist mir so, als wäre dies die wichtigste Aufgabe, die ich je übernommen hatte. Ein paar Fotos mit einem Schnösel. Dabei pflegte ich jeden Tag Menschen, die auf mich angewiesen waren. Das war mir wichtig. Wie die Fotos mit diesem Drecksack wurden, war mir egal. Dann gingen wir rüber zu dem Zimmer des Obdachlosen und die Show begann. Ich reichte ihm eine Infusion und er tat so, als würde er sie anlegen wollen. Ich war fasziniert davon, wie gut er war. Nicht in der Pflege, sondern als Schauspieler. Der Kerl würde keinen Finger krumm machen, doch auf den Fotos sah es so aus, als würde er meinen Anweisungen folgen und sich richtig Mühe geben. Ich schätze, Schauspielern ist das, was man als Politiker als erstes lernen muss. Zumindest, wenn man erfolgreich sein will. Es wurden noch ein paar Fotos geschossen und Videos gedreht. Ich wusch den großen Mann und Bürgermeister Paulsen tat so, als würde er mir helfen. Dann zuckte er plötzlich zusammen. Es sah so aus, als wäre er abgelenkt. Hey Mike, haben Sie das auch gehört? Er hat gesprochen, sagte er. Ähm, nein, das ist doch kaum möglich. Der Bürgermeister antwortete nicht. Er sah weiterhin so aus, als würde er jemandem konzentriert zuhören. Doch niemand sprach zu ihm. Das dachte ich zumindest. Da er nur noch abwesend wirkte, beendete Sarah das Ganze und alle gingen nach Hause. Ich fragte mich, was Bürgermeister Paulsen da gehört hatte. Am Abend saß ich bei Frau Peters. Ihre Sauerstoffwerte waren rapide abgefallen und wir waren uns sicher, dass sie die Nacht nicht überleben würde. Sie wusste das sogar schon vor uns. Heute Morgen hat sie meiner Kollegin gesagt, dass sie heute sterben würde. Das passierte überraschend oft. Ich schätze, wir Menschen merken einfach, wenn es mit unserem Körper langsam zu Ende geht. Jedenfalls habe ich mich nach meiner Arbeitszeit zu ihr gesetzt, denn ihre Familie lebte in München. Die würden noch einige Stunden brauchen, bis sie hier waren und Frau Peters wollte nicht allein sein. Sie erzählte mir davon, wie sie vor 60 Jahren ihre Ausbildung zur Friseurin abgeschlossen hat, wie sie ihren Mann kennen lernte, wie sie eine Fahrt mit einem Dampfer über den Mississippi machten und wie ihr erstes Kind auf die Welt kam. Ich hörte ihr gespannt zu, während draußen ein heftiges Gewitter aufzog. Donner grollte und in einiger Entfernung schlug ein Blitz ein. Und jetzt habe ich einfach nur noch Angst, Mike. Es wird schlimm werden, das weiß ich. Das stimmt nicht, Frau Peters. Der Tod ist nicht das Ende. Man braucht davor keine Angst zu haben. Vor dem Tod, davor habe ich keine Angst. Ich habe Angst vor der furchtbaren Dunkelheit, die heute hier eingekehrt ist. Sie wird alle verschlingen. Was war das? Was haben sie gesagt? fragte ich und musste dabei sofort an den großen Mann denken. Doch Frau Peters antwortete nicht. Sie würde nie wieder antworten. Im selben Moment, in dem sie die Worte aussprach, klappte ihr Kiefer nach unten und sie war tot. Ihr Licht war erloschen, einfach so. Als ich ihr die Augen schloss, schlug erneut ein Blitz ein und ich erschrak. Was hatte sie mit der Dunkelheit gemeint, die hier heute eingekehrt ist? Ich ging nach Hause und legte mich sofort ins Bett. Ein guter Schlaf war wichtig, denn morgen würde ich Nachtschicht haben. Glücklicherweise konnte ich schnell einschlafen. Ich glaube, ich habe von einer Fliege geträumt, doch ganz genau konnte ich mich nicht mehr daran erinnern. Ich war nur froh, keine Albträume über den großen Mann gehabt zu haben. Die seltsamen Vorfälle mit dem Bürgermeister, der Bibel und Frau Peters gingen mir nicht mehr aus dem Kopf. Am nächsten Tag fand ich aus Samir würde niemand hier sein. Gary war unser Palliativarzt in Bereitschaft, doch er würde zu Hause mit seiner Frau im Bett legen, bis ich bei einem Notfall anrief. Das kam tatsächlich so gut wie nie vor. Alle Patienten waren gut eingestellt, was ihre Medikamente anging und nachts war es weitgehend ruhig. Wenn jemand nachts verstarb, dann schlief er friedlich ein. Friedlich war auch heute Nacht der Begriff, der meinen Dienst gut beschrieb. Es mag sich vielleicht toll anhören, nur fürs Rumsitzen bezahlt zu werden, doch es ist stinklangweilig. Man nimmt sich Bücher mit, will Filme gucken, doch jedes Mal nickt man ein. So war das einfach, wenn nichts zu tun war. Auch heute Nacht schlief ich wieder vor meinem Schreibtisch ein. Genau wie am Tag zuvor träumte ich von einer Fliege. Sie flog im Zimmer von Frau Peters umher und fraß von dem verfaulenen Fleisch ihrer Leiche, die wohl schon seit Wochen in ihrem Bett lag. Während sie in einem von Frau Peters Augen saß, richtete sie ihren Blick plötzlich auf mich. Dann explodierte die Fliege in einem hellen Licht, das mich blendete. Ich wachte auf, weil eine Lampe brannte und das Signal ertönte, dass ein Patient meine Hilfe bei etwas brauchte. Das war seltsam. Die Lampe in Zimmer 6 war an. Das war das Zimmer des großen Mannes. Bisher war ich davon ausgegangen, dass er sich nicht bewegen konnte. Eigentlich wäre das ja eine schöne und unvorhergesehene Wendung, doch irgendwie hatte ich Angst davor, was er von mir wollen würde. Natürlich war das ebenso Unsinn wie das, was Frau Peters vor ihrem Tod gesagt hatte. Falls der alte Obdachlose es wirklich geschafft hatte, den Knopf zu drücken, der an seinem Bett hing, wollte er sicher nur etwas trinken. Langsam ging ich den Flur hinunter. Zimmer 6 war das letzte, ganz am Ende des Flures. Ich öffnete die Türe. Der große Mann lag regungslos in seinem Knopf, mit dem er mich rufen konnte, hing immer noch an seinem Bett Gitter. Guten Abend, kann ich Ihnen was bringen? Sie haben doch geklingelt, oder? Der einstige Obdachlose gab keine Antwort. Er sagte nichts und rührte auch keinen Finger. Die Augen waren offen und starr zur Decke gerichtet. Der Kerl blinzelte nicht mal. Ich wollte gerade wieder gehen, da sah ich, dass die Bibel wieder verkehrt herum lag. Irgendwie gefiel es mir nicht, dass das Kreuz umgedreht war und ich legte sie wieder so hin, wie sie sein sollte. Doch dabei fiel mir etwas auf. Eine der Seiten hatte einen Knick, als ob ihn jemand als Lesezeichen benutzt hätte. Las der große Mann etwa in der Bibel, wenn ihm keiner zusah? Lag sie deswegen verkehrt herum? Dann hatte ich ihn wohl falsch eingeschätzt. Ich schlug die Seite mit dem Knick auf. Eigentlich wollte ich nur wissen, was er da gelesen hatte. Doch als ich die Seite aufschlug, sah ich, dass jemand etwas mit einem Bleistift hineingekritzelt hatte. Die Schrift war nicht sonderlich hübsch, aber lesbar. Dort stand, Belial ist aufgestiegen. Der Autor konnte ihn nicht aufhalten. Das Inferno war siegreich. Heilige Scheiße, was für ein verdrehter Mist war das denn? Belial ist aufgestiegen? Was sollte das bedeuten? Und wer oder was war das Inferno? Ich hatte keine Ahnung, was dieses kranke Zeug bedeuten sollte, und ich fragte mich, ob der große Mann es geschrieben hatte. Ich legte die Bibel wieder hin, als ich sah, dass er lächelte. Dann verließ ich sein Zimmer, kalt und unwohl. Danach passierte nichts mehr. Ich ging am Ende meiner Schicht nach Hause, schlief schnell ein und ruhte mich einen Tag lang aus. Als ich den Tag darauf zur Spätschicht um 13 Uhr eintraf, waren alle gut gelaunt und es war insgesamt ein schöner Tag. Die Sonne schien und die Vögel zwitscherten. Ich hörte, wie einige meiner Kolleginnen tuschelten und nicht gedacht hätten, dass er nochmal wiederkommt und sich um den Mann kümmert. Zuerst glaubte ich ihnen nicht, als sie mir sagten, dass der Bürgermeister hier wäre. Ohne sein PR-Team. Angeblich besuchte er den großen Mann. Ich schaute aus dem Fenster und sah tatsächlich sein Mercedes dort stehen. Wow! Ich muss zugeben, dass ich auch das nicht erwartet hatte. Er war bei ihm im Zimmer, hatte die Türe verschlossen und deutlich gemacht, dass sie nicht gestört werden wollten. Ich fragte mich, was er dort tat, denn er konnte sich schließlich nicht mit dem großen Mann unterhalten. Nun gut, vielleicht las er ihm ja aus der Bibel vor oder so. Irgendwie konnte ich mir das jedoch nicht vorstellen. Ich suchte ständig nach Ausreden, um am Zimmer des großen Mannes vorbeizugehen, damit ich lauschen konnte. Irgendwann öffnete sich die Tür und der Bürgermeister kam heraus. Er hatte dieselben Klamotten an wie vor einigen Tagen bei unserem Termin, war verschwitzt und hatte Augengringe. Ohne etwas zu sagen, ging er zu seinem Wagen und verschwand. Der große Mann lag in seinem Bett, regungslos und er grinste. Ich machte mir nichts heraus, denn zu der Zeit wusste ich noch nicht, was dem Bürgermeister passiert war. Erst am nächsten Tag wurde es richtig seltsam. Ich hatte Nachtschicht und kam wie immer um 21 Uhr an. Wir machten die Übergabe und ich ging durch die Zimmer, um allen Patienten Bescheid zu geben, dass ich nun für sie da war. Als ich die Türe zum Zimmer des großen Mannes öffnete, stolperte mir war überrascht und wusste nicht, was ich sagen sollte. Der Mann sah furchtbar aus. Er hatte fettiges Haar, einen irren Blick und er stank. Mir fiel doch auf, dass er an seinem Jackett einen Anstecker trug. Darauf zu sehen war ein Smiley, um den herum die Aufschrift Team Peace stand. Ob er wohl die politische Richtung gewechselt hatte? Hören Sie, Mike, ich habe eine wichtige Aufgabe für Sie. Diese Aufgabe muss erledigt werden. Verstehen Sie das? Es ist wichtig. Es tut mir leid, aber so spät darf eigentlich kein Besuch mehr hier sein. Ja, wie dem auch sei, hören Sie zu, ab morgen bekommt dieser Mann, dieser große Mann, jeden Abend eine Flasche des feinsten Weins. Ich persönlich werde ihn liefern. Jeden Abend eine neue Flasche. Haben Sie das verstanden, Mike? Was? Der Mann wird sie gar nicht trinken können. Außerdem kann ich nicht einfach einem Patienten Alkohol geben. Sie tun es oder ich lasse sie feuern und er bekommt den Wein von jemand anderem. Haben Sie mich verstanden? Ja. Was sollte denn dieser Mist? Ich entschied mich nachzugeben, denn selbst wenn ich ihm den Wein hinstellte, würde er ihn nicht trinken können. Ich brauchte und mochte meinen Job und mir war klar, dass er wirklich die Macht hatte, mich feuern zu lassen. Er klopfte mir auf die Schulter und sah erleichtert aus. Gut, danke, danke, Mike, Sie helfen mir damit wirklich weiter. Er wird zufrieden sein. Irgendwie dachte ich, dass er damit nicht den großen Mann, sondern jemand anderen meinte und blickte auf seinen Anstecker. Dann ging er raus zu seinem Auto. Am nächsten Tag telefonierte ich nachmittags mit Giselle, meiner Kollegin. Sie sagte mir, dass der Bürgermeister gerade ein paar Kisten Wein geliefert hätte, angeblich aus eigenem Anbau, mit seinem eigenen Label drauf. Er stank nach Schweiß und Urin und brabbelte wirres Zeug vor sich her. Alle dort waren etwas besorgt über dieses Verhalten. Wir waren uns jedoch einig, dass wir den Anweisungen einfach folgen würden, da der große Mann den Wein sowieso nicht trinken konnte. Ich kam zur Nachtschicht um 21 Uhr und sah mir die Weinflaschen des Bürgermeisters an. Ich wusste gar nicht, dass er seinen eigenen Wein herstellte und fragte mich, wo er das wohl tat. Doch das ging mich auch nichts an. Ich machte meine Runde und begrüßte alle Patienten. Bevor ich jedoch zu Zimmer 6 ging, holte ich mir eine der Flaschen von Bürgermeister Paulsen. Wir lagerten sie in der Teamküche hinter dem Büro, damit sie niemand sah, der seine Angehörigen besuchte. Ich stellte die Flasche ohne ein Glas auf den Nachttisch. So, da haben Paulsen, sagte ich. Natürlich gab er keine Antwort. Neben dem Bein lag die Bibel und natürlich lag sie wieder falsch herum da. Den Knick in einer der Seiten hatte ich beim letzten Mal entfernt. Da war ich mir ganz sicher. Doch da war wieder einer. War das vielleicht der Bürgermeister gewesen? Oder trieb dieser alte Kerl hier ein ganz krankes Spiel und schickte mir Nachrichten? Ich schlug die Seite auf und las was diesmal auf die Heilige Schrift geschmiert wurde. Thunea, die Herrin der Lust ist aufgestiegen. Lust, Lust, Lust. Die Herrin der Lust? Sollte das eine Domina sein? Aber inwiefern ist sie aufgestiegen? Langsam beschlich mich ein Verdacht. Waren das die Namen? Von irgendwelchen Dämonen? Thunea? Belial? Ich glaube, diese Namen irgendwo schon mal gehört zu haben. Was war dieser Kerl überhaupt? Ich ging aus seinem Zimmer, als ich sah, dass der große Mann wieder lächelte. Im Büro dachte ich weiter über ihn und das Rätsel nach, was er darstellte. Wie es Sarah, die PR-Agentin schon am Anfang gesagt hatte, der Kerl stirbt einfach nicht. Seine Werte sind unmenschlich niedrig, seine Haut ist blass und er zeigt keine Reaktion auf seine Umgebung. Und doch scheint er irgendwie wach zu sein. Er schickt mir diese höllischen Botschaften, spricht anscheinend mit dem Bürgermeister und hat ihn so manipuliert, dass er ihm dient. Mit diesen finsteren Gedanken nickte ich wieder ein und hatte furchtbare Albträume. Meine Kollegen waren tot. Hannah, Giselle, Thomas, alle. Eine Fliege sotum sie herum und labte sich an ihrem Fleisch. Ich stand in der Türe und beobachtete das alles, ohne etwas zu tun. Dann sah ich, dass sie gar nicht tot waren. Sie lebten noch, doch sie lagen einfach nur da, mit aufgeschlitzten Bäuchen und sahen zu, wie die Fliege sich an ihnen nährte und ihre Eier in ihnen ablegte. Erst kurz bevor die Frühschicht eintraf, wachte ich auf. Ich war schweißnaß, hatte Augenringe und sah richtig kaputt aus. Ob es so wohl auch dem Bürgermeister gegangen war, bevor der große Mann ihn in seinen Bann gezogen hat? Wir machten wie immer die Übergabe und Zimmer des großen Mannes offen stand. Ich ging herüber, um sie zu schließen, doch dazu kam es nicht. Ich konnte mich vor Schreck kaum bewegen. Die Flasche Wein, die ich ihm auf den Nachttisch gestellt hatte, war leer. Der große Mann lächelte. Ich rannte aus dem Hospiz, stieg auf mein Fahrrad und fuhr nach Hause. Dort verkroch ich einen Horrorfilm geguckt hat. Die Angst zerrte mich fast auf. Was war nur mit mir los? Ich musste mich zusammenreißen. Auch wenn dieser Kerl komisch war, würde er auch irgendwann sterben, wie jeder meiner Patienten. Ich hörte motivierende Musik, sah mir einen witzigen Film an und machte etwas Sport. Das half und ich konnte noch ein bisschen schlafen, bis kam, sagte mir Giselle, dass ich nicht in Zimmer 6 gehen sollte. Der Bürgermeister wäre dort. Inzwischen wunderte mich gar nichts mehr. Ich beschloss, mich nicht mehr darüber aufzuregen, doch die Neugier blieb. Was machte er dort beim großen Mann? Nachdem die anderen alle weg waren, schlich ich langsam zur Türe von Zimmer 6 und lehnte mein Ohr dagegen. Ja, ja, Meister, ja, mein Herr. Verdammter Mist, der sprach tatsächlich mit dem großen Mann. Hörte ich da sogar ein Flüstern? Konnte sein. Ich beschloss, mich nicht zu sehr damit zu beschäftigen, um nicht verrückt zu werden und ging ins Büro zurück. Als ich kurz darauf meine Runde machte und alle begrüßte, kam der Bürgermeister aus dem Zimmer. Er sah krank aus und irgendwie auch ängstlich. Geht es Ihnen gut? fragte ich aufrichtig. Sein Blick war trüb und leer. Die Höllenfürsten werden kommen, murmelte er vor sich hin. Was? Was haben Sie gesagt? Nichts. Sorgen Sie dafür, dass er den Wein bekommt. Ich stelle ihn selbst her, wissen Sie? Es ist eine schwierige Prozedur. Aber ich tue es für ihn. Er blickte auf seinen Anstecker. Dann schlenderte er aus dem Hospiz und sah dabei selbst wie ein Obdachlose aus, der nicht mehr lange leben würde. Ich atmete tief durch, holte die Flasche Wein und stellte sie dem großen Mann auf den Nachttisch. Ich wusste nicht, warum ich das tat, aber ich rückte die Bibel wieder richtig. Vielleicht tat ich es, weil es falsch war, dass das Kreuz auf dem Kopf stand. Eigentlich war ich nie ein gläubiger Mensch und machte mir nichts aus Gott, doch inzwischen hoffte ich, dass es ihn gab und dass er vielleicht ein Auge auf mich hatte. Als ich sah, dass ein neuer Knick im Buch als Lesezeichen diente, schlug ich die Seite auf. Ich musste wissen, was darin stand. Vielleicht konnte ich das, was immer hier auch vor ging, aufhalten. Asael, der Herr der Verderbnis, ist aufgestiegen. Der Arbeitslose konnte ihn nicht aufhalten. Welcher Arbeitslose? Ich legte die Bibel wieder hin und warf dem großen Mann einen entschlossenen Blick zu. Mich würde er nicht brechen. Ich brachte ihm weiter jeden Abend eine Flasche des speziellen Weins und zu unserer aller Überraschung verbesserten sich seine Werte. Obwohl verbessern konnte man das nicht nennen. Sie änderten sich, passten aber weiterhin in keine Skala, die Sinn ergab. Eines Morgens nach der Übergabe mit der Frühschicht ging ich zum Zimmer des großen Mannes um die leere Flasche abzuholen. Zu meiner Überraschung war seine Türe geschlossen und ich hörte leises Gemurmel daraus. Ich öffnete sie einen Spalt. Ja, 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 mein Meister, selbstverständlich. Ich konnte nicht fassen, was ich da sah. Meine Kollegin Giselle kniete neben seinem Bett, hatte die Hände wie zum Beten gefaltet und sprach zum großen Mann. Immer öfter dachte ich nun daran, einfach zu kündigen. War es wirklich so schlimm, auf der Straße zu landen? Wahrscheinlich würde es nicht mal so weit kommen. Pflegekräfte waren gefragt. Doch ich mochte die Patienten hier. Nur weil ich Angst vor dem großen Mann hatte, konnte ich sie doch nicht einfach im Stich lassen. Ein paar Tage später traf ich erneut auf Bürgermeister Paulsen. Diesmal war es mitten in der Nacht. Ich wusste nicht, wie er hereingekommen war. Gehört hatte ich ihn nicht. Er braucht jeden Abend sein Wein. Jeden Abend, Herr Aberdien, brachte er angestrengt heraus. Inzwischen sah er kranker aus als der Obdachlose selbst. Sein Gesicht war voller eitriger Geschwüre und eines seiner Augen war ganz rot. Mir fielen auch die vielen Kratzer auf, die er an den Unterarmen hatte. Entweder hatte er sich mit ein paar Katzen gestritten oder jemand hatte sich gewehrt, als er vom Bürgermeister angegriffen wurde. Ich sagte nichts und er schlurfte aus dem Hospiz hinaus. Da ich eine Stimme am Ende des Ganges hörte, ging ich zu Zimmer 6 und lauschte erneut an der Tür. Aber sicher doch, mein Herr. Ja, mein Herr. Es war Andrea, unsere Pflegedienstleitung. Auch sie stand in seinem Bann. Was wollten die alle von ihm? Wie machte er das? Am nächsten Tag überlegte ich mir, ob ich die Polizei rufen sollte. Doch was sollte ich ihr sagen? Ein Sterbender, der weder sprechen noch sich bewegen konnte, manipuliert meine Kollegen und treibt sie in den Wahnsinn? Wer würde das glauben? Außerdem hatte der Bürgermeister sicher Einfluss auf die Polizei und war auf so einen Fall vorbereitet. Ich wollte nicht, dass sie merkten, dass ich ihnen auf der Schliche war. Als ich dem großen Mann später seinen Bein brachte, sah ich ihn mir etwas länger an. Ich versuchte, etwas zu erkennen. Ein Zucken oder irgendeinen Fehler, den er machte, falls er mir hier nur etwas vorspielte. Doch das machte er nicht. Er lag regungslos da, die geöffneten Augen zur Decke gerichtet. Irgendwie fand ich, dass er etwas jünger aussah, als zu dem Zeitpunkt, an dem er bei uns angekommen ist. Ich stellte ihm den Wein auf den Tisch und nahm mir sofort die Bibel. Mal sehen, was du mir heute zu sagen hast, sagte ich trotzig. Ich schlug die Seite mit dem neuen Knick auf und las. Luzifer, der König der Hölle ist aufgestiegen. Der Mann des zerstört. Die sieben sind bald komplett. Verdammter Mist, der Teufel höchst selbst? Sein Geschreibsel wurde immer verdrehter. Als ich die Bibel zurücklegte, lächelte er wieder. Das konnte nicht sein. Er war doch kein kranker Apostel der Hölle oder sowas. Jemand, der vorhersehen konnte, dass der Teufel bald auf Erden wandeln würde? So ganz verstand ich seine Botschaften nicht. Ich wusste natürlich, wer Luzifer war, doch wer war der Mann des Friedens und was war Havens Rock? Etwa ein Ort? Ich hatte keine Ahnung. Da ich sowieso nichts anderes zu tun hatte, setzte ich mich ins Büro und holte mein Handy heraus. Ich gab Havens Rock ein und bekam sofort einige Berichte über eine Insel in den Staaten. Dort soll es offenbar ein heftiges, lokal begrenztes Erdbeben gegeben haben, welches die Insel in zwei gerissen hat. Das war seltsam. Ich hatte noch nie davon gehört, dass eine Insel in zwei brechen konnte. Und was war ein lokal begrenztes Erdbeben? Viele tausend Bewohner sollen bei dem Unglück gestorben sein und viele weitere wären traumatisiert. Sie berichteten von einem dunklen Mann mit Flügeln und Lichtblitzen am Himmel. Hatte das etwa was mit den Nachrichten zu tun, die der große Mann mir in der Bibel hinterließ? Konnte sein. Ich würde auf jeden Fall dranbleiben. Irgendwann nickte ich jedoch ein und träumte wieder von der Fliege, die jetzt auch mein Fleisch fressen wollte. Zuhause besuchte ich die Seite vom Job Center und sah mich nach offenen Stellen für spezialisierte Pflegefachkräfte um. Natürlich gab es davon eine ganze Menge, doch nicht alle würden mir zusagen. In den meisten Altenhaien geht man oft sehr unmenschlich mit den Bewohnern um. Deshalb habe ich damals auch die Fortbildung gemacht und ging ins Hospiz. Sicher, die Leute starben hier, doch dafür behandelte man sie anständig und es gab nur selten Personalmangel. Wenn man mit dem Tod zurecht kam, würde ich behaupten, dass ein Hospiz der optimale Arbeitsplatz war. Ich würde das ungern verlieren, nur wegen einem seltsamen Unruhestifter, der vielleicht in einem Monat gar nicht mehr bei uns wäre, weil er dann tot war. Doch stimmte das? Würde der große Mann sterben? Anstatt schlechter schien es ihm immer besser zu gehen. Er sah nicht mehr ganz so blass aus, schien jünger zu werden und sogar sein weißes Haar wurde wieder etwas dichter. Doch was war das Endspiel? Auf was würde das Ganze hinauslaufen? Würde er eines Tages einfach aus dem Hospiz heraus spazieren? Quick lebendig und jugendlich? Ich konnte mir keinen Reim darauf machen. Langsam machte ich mich auf den Weg zur Arbeit und bemerkte, wie ich inzwischen richtig Angst vor meinem Arbeitsplatz hatte. Als ich ankam, war es ziemlich still. Im Büro war niemand und in der Küche ebenfalls nicht. Ich ging in den Raum, in dem wir immer unsere Teamsitzung abhielten, doch auch hier war niemand. Das war seltsam. normalerweise sollten alle bereit zur Übergabe sein. Vielleicht gab es ja einen Notfall und man musste sich um einen Bewohner kümmern. Ich ging rüber zu Zimmer 1. Das war das von Frau Kehrstein. Als ich die Türe öffnete, sah ich, dass niemand hier war. Und damit meinte ich nicht nur meine Kollegen. Auch Frau Kehrstein war verschwunden. Das war nicht möglich, denn auch ihr Rollstuhl stand noch in der Ecke. Keiner meiner Kollegen würde um diese Uhrzeit noch dazu ohne Rollstuhl einen Spaziergang mit ihr machen. Panisch stürmte ich hinaus und öffnete die Türe von Zimmer 2. Auch dieses war leer. Genau wie Zimmer 3, Zimmer 4 und Zimmer 5. Ich wusste, was das bedeutete. Oh, ich wusste es genau. Ich musste in Zimmer 6, das Zimmer des großen Mannes. Wenn er nun auch verschwunden war, dann wäre ich mir sicher gewesen, dass der alte Dämon sich verschleppt hatte. Ich atmete tief ein und aus und öffnete dann die Türe. Was ich dort sah, war noch verstörender, als es ein leerer Raum gewesen wäre. Der große Mann lag regungslos in seinem Bett, die Augen zur Decke gerichtet. Er lächelte. Im ganzen Raum verteilt saßen all meine Kollegen und sämtliche Patienten um ihn herum. Den Kopf hatten sie zum Boden gerichtet und die Hände in seine Richtung gefaltet. Sie beteten zu ihm. Was war er nur? Alle waren hier. Frau Kerstein, Andrea, die Pflegedienstleitung, Thomas, Giselle, Hannah und all die anderen. Sie waren alle in seinem Bann. Ich konnte nicht anders und rannte ins Büro, wo ich die Türe hinter mir verschloss. Vielleicht war jetzt doch der Zeitpunkt gekommen, die Polizei zu rufen. Das musste jedoch warten, denn das Telefon klingelte. Irgendwie war ich so erpicht darauf, mit einem anderen, normalen Menschen zu reden, dass ich sofort den Hörer ergriff. Hospiz Köln-Südstadt, Sie sprechen mit Pfleger Mike Aberdeen? Mr. Aberdeen, hören Sie gut zu. Hier ist Aidan Goodman. Der Mann sprach Englisch und ich tat mein Bestes, ihn zu verstehen. Was kann ich für Sie tun? fragte ich in seiner Sprache. Es geht eher darum, was Sie für sich tun können. Sicher haben Sie schon bemerkt, dass sich in letzter Zeit einige Dinge verändert haben. Das geht nicht nur Ihnen so. Was? Woher wusste er das? Es gab einen, den Sie im Wald Wovon sprechen Sie? Von den großen Männern, Mr. Aberdeen. Wie gesagt, wurde einer in einem Wald gesichtet, einer in einer Psychiatrie und ich bin mir sicher, dass einer ein Gast in Ihrem Hause ist. Laufen Sie weg, warnen Sie alle, die dort sind und warten Sie, bis ich Sie kontaktiere. Ihre Nummer werde ich selbst rausfinden. Laufen Sie weg, sofort. Dann legte Aiden Goodman auf. Verdammt, ich wollte mit einem normalen Menschen reden und bekam nur noch mehr Verrücktheiten zu hören. Was meinte er damit, dass es nicht nur bei mir so zugeht? Sollten anderswo noch mehr von seiner Sorte unterwegs sein? Als ich darüber nachdachte, fiel mir die Weinflasche auf, die auf dem Schreibtisch im Büro stand. Einer von den Kollegen wollte sie ihm wohl heute bringen. Das Etikett schellte sich an einer Seite ab, weil es schlampig aufgeklebt war. Plötzlich sah ich, dass es unter diesem Etikett ein weiteres gab. Ich zog das obere ab und zum Vorschein kam ein weißer Aufkleber, der mit einem Kugelschreiber beschriftet worden war. Hatte das der Bürgermeister geschrieben? Immerhin hatte er gesagt, er würde den Wein selbst herstellen. Auf dem Etikett stand Maria Vier Jahre alt, blondes Haar, blaue Augen. Mir wurde augenblicklich schlecht. War das etwa das Blut eines kleinen Mädchens? Ich kippte den Inhalt der Flasche ins Waschbecken, damit ich die Flüssigkeit besser beurteilen konnte. Und ja, ich war mir ziemlich sicher, dass es Blut war. Als die Flasche nicht mehr damit gefüllt war, sah ich, dass sich eine kleine Kugel noch darin befand. Es war ein kleines, zerquetschtes Auge. Es war blau. Mein Kopf spielte verrückt, mein Puls raste. Dieser kranke Bastard hat Kinder ermorden lassen und ihr Blut getrunken. Was immer er war, er hatte sich dadurch gestärkt. Doch damit war jetzt Schluss. Vollkommen egal, ob man mich 20 Jahre ins Gefängnis stecken würde. Ich würde diesen großen Mann nun wieder zurück in die Hölle schicken. Mit der Weinflasche, mit der ich ihn erschlagen wollte, ging ich zu seinem Zimmer. Als ich dort ankam, fiel sie mir aus der Hand und zerschellte in hundert Teile. Der große Mann saß auf seinem Bett. Er hatte sich seinen Kiefer so weit ausgerenkt, wie es für einen Menschen nicht möglich gewesen wäre. Wie eine Schlange wirkte er gerade Hannah herunter. Das konnte ich nur noch an ihren pinken Schuhen erkennen, die aus seinem teuflischen Maul ragten. Andrea und Thomas fehlten bereits. Sie waren wohl bereits verschlungen worden. Ich hatte mich geirrt. Das hier war kein Mörder oder ein kranker Freak. Das hier war ein dunkles Wesen aus der Hölle und ich hatte geholfen, es zu Kräften kommen zu lassen. Während sich meine Kollegen weiter bereitwillig fressen ließen, rannte ich davon. Nicht nach Hause, sondern irgendwo hin, wo Menschen waren. Ich umklammerte mein Handy und wartete darauf, dass Aiden Goodman mich anrief. Das war die Geschichte. Bis jetzt. Ich bin sicher, das Ganze ist noch nicht vorbei. Doch jetzt muss ich Schluss machen. Eine Fliege hat sich neben mich gesetzt und ich mag keine Fliegen. Der Seelenschleier von Autor David Stelzel Schon bei meiner Geburt war ich anders. Ich sah Dinge, auch wenn meine Augen eigentlich noch nicht dazu fähig waren. Ich wusste Dinge und ich spürte Dinge. Ich spürte die ganze Welt, das ganze Universum. Lichter, Seelen, Energie, Bäume, Menschen, Geister und andere dunkle Dinge. Ich weiß, das ist eigentlich nicht möglich, aber ich erinnere mich daran, wie viel Angst ich als Neugeborenes hatte. Keiner konnte mir erklären, was ich da sah und spürte. Das veränderte sich auch nicht im Laufe der Zeit. Sobald ich sprechen konnte, berichtete ich meinen Eltern von diesen ganzen Dingen und wollte, dass sie mir das erklärten. Ich wollte einfach wissen, was diese ganzen Lichter bedeuteten. Zuerst schleppten sie mich zum Augenarzt, der mich untersuchte, aber nichts feststellte, außer, dass ich überdurchschnittlich gut sehen konnte. Dann fing ich an, die dunklen Kreaturen, die ich sah, zu beschreiben und zu malen. Als Antwort darauf schleppten sie mich zum Neurologen, der Scans von meinem Gehirn machte. Es war gesund, nur einige Regionen waren außerordentlich aktiv. Ich habe sowas jedoch noch nie gesehen und wüsste nicht, was das zu bedeuten hatte. Zu der Zeit begannen auch die Verstorbenen mich zu besuchen und um Hilfe anzuflehen. Ich wusste nicht, was sie von mir wollten oder wie ich ihnen überhaupt helfen sollte. Diese toten Leute machten mir einfach nur Angst. Ich machte den Fehler, meinen Eltern auch davon zu erzählen. Ich war drei Jahre alt, als ich das erste Mal vorstellig beim Psychiater wurde. Ein Psychiater ist was anderes als ein Psychotherapeut. Ein Psychotherapeut benutzt Therapiemethoden wie die Gesprächstherapie, um gesundes Denken und gesundes Verhalten zu fördern. Ein Psychiater ist ein Facharzt und Ärzte verschreiben Medikamente. Und genau das tat Dr. Bernstein auch. Er war der Meinung, meine wilden Geschichten über Lichter, Energien und tote Menschen könne man nicht einfach auf lebhafte Fantasie schieben. Ich hätte ernsthafte, auditive und visuelle Halluzinationen. Kinder, die schon in so einem jungen Alter solche Halluzinationen hätten, wären prädestiniert dafür, später mal gewalttätige Verbrechen zu begehen, sagte er. Ich wusste nicht mal, was das bedeutete, doch ich hatte das Gefühl, Dr. Bernstein wollte sagen, ich sei gefährlich. Ich blickte rüber zu meinen Eltern und sah, dass sie nickten. Das verstand ich nicht. Meine Mama und mein Papa sollten mich beschützen, mir die Angst vor den Toten und dem anderen Kram nehmen, aber sie hielten mich für gefährlich. Sie stimmten Dr. Bernstein also zu und so begann die medikamentöse Therapie. Da spürte ich ihn zum ersten Mal, den Schleier, der mich dämpfte, wie sie es in der Psychiatrie sagten. Keine Ahnung, wie die beiden Medikamente hießen, die sie mir gaben, aber sie machten mich ruhig, sehr ruhig, ruhig und lustlos. Insgeheim hatte ich die Hoffnung gehabt, Dr. Bernstein hätte recht und ich hatte Halluzinationen, so dass die Medikamente mich gesund machten, doch die Geister und anderen Dinge sah ich immer noch. Die Medikamente machten mich nicht gesund, sie machten mich krank. Auch wenn ich vorher oft Angst hatte, lachte ich viel, vor allem wenn ich mit meinem Papa tobte. Doch das war mit den Medikamenten vorbei. Zum Toben war ich sowieso zu müde und Lachen? Freude? Ich wusste gar nicht mehr, was das war. Für mein Alter war ich schon recht schlau und hörte auf, meinen Eltern zu erzählen, wenn ich Dinge sah. Doch manchmal waren sie einfach so furchterregend, dass ich er war kein Geist, er war aber auch kein Mensch. Ich erkannte ihn als das, was er war, pure Dunkelheit. Das konnte ich inzwischen gut unterscheiden, Dunkelheit und Licht. Nur leider gab es auf dieser Welt so viel Dunkelheit. Der Schweinemann war weit weg, doch ich sah ihn. Ich sah ihn, weil er mich sah. Er beobachtete mich. Irgendwie hatte ich sein Interesse geweckt. Ich wollte aber nichts mit ihm zu tun haben. Sein Körper sah dem eines Menschen ähnlich, doch seine Haut war grau. Sein Gesicht sah aus wie das eines Schweins. Er hatte eine dicke Schweinenase und mächtige Hauer, die mir Angst machten. Als ich ihn das erste Mal sah, schlüpfte ich einfach zu meinen Eltern ins Bett, ohne was zu sagen. Beim zweiten Mal jedoch musste ich schreien. Ich konnte nicht anders. Er war plötzlich so nah. Ich sah ihn auf dem Dach des Nachbarhauses. Er beobachtete mich immer noch. Meine Eltern kamen zu mir ins Zimmer und fragten mich, wieso ich schrie. Anscheinend hatte ich doch nichts gelernt und ich erzählte ihnen vom Schweinemann. Das brachte mir Er stellte mir bescheuerte Fragen, ließ mich Tintenkleckse deuten und warnte meine Eltern erneut vor mir. Es würde mir gut tun, vielleicht mal ein Monat in stationäre Behandlung zu gehen. Meine Eltern waren zwar besorgt, wollten mich aber nicht wegschicken. Auch den Vorschlag, mich in meinem Zimmer einzusperren und nur unter Beobachtung rauszulassen, lehnten sie erst mal ab. Als wir der Schweinemann auf dem Dach unseres Hauses. Ich konnte ihn zwar nicht mit meinen Augen sehen, aber mit meinen inneren Augen und er konnte mich sehen. Ich sagte nichts, doch ich hatte furchtbare Angst. Erst als es wieder hell wurde, konnte ich einschlafen. Gegen elf Uhr musste ich jedoch wieder aufstehen. Meine Eltern drängten mich jetzt jeden Samstag Morgen raus auf den Spielplatz in unserer Straße zu gehen, weil es ihnen nicht gefiel, wie lethargisch ich durch die Medikamente geworden bin. Wie immer setzte ich mich einfach auf die Bank und starrte vor mich hin, während mein Vater sich einige Meter weiter mit ein paar Nachbarn unterhielt. Jessica, ein Mädchen aus der Nachbarschaft, versuchte wieder, mich zum Spielen anzuregen. Es gab hier nicht viele Kinder, und da sie im Gegensatz zu mir normal war, hatte sie das Bedürfnis, mit anderen zu spielen. Ich hatte keine Lust auf die Rutsche oder auf das Klettergerüst, aber als sie vorschlug, im kleinen Wald neben dem Spielplatz Tannenzapfen zu sammeln, nickte ich und folgte ihr. Irgendwie mochte ich den Wald. Das besondere Licht dort war schön, so rein. Wir hoben ein paar Tannenzapfen auf und steckten sie in unsere Jackentaschen, als ich plötzlich wie versteinert stehen blieb. Der Schweinemann war uns gefolgt. Jessica fragte mich, was mit mir los sei und drehte sich dann auch in meine Blickrichtung. Sie schienen ebenfalls panische Angst zu haben. Moment mal, konnte das sein? Kannst du den Schweinemann auch sehen? fragte ich. Jessica nickte zögerlich. Der Schweinemann lächelte. Ich weiß nicht, was mit dir los ist, Junge, aber du bist komisch. Du strahlst eine Aura aus, die mir gar nicht gefällt. Ich mag dich nicht. Du hast Glück, dass ich dir nichts tun kann. War das so? Wieso konnte er mir nichts tun? Obwohl ich das nicht verstand, war ich ein wenig erleichtert. Aber dem Mädchen kann ich was tun. Der Schweinemann griff sich aus dem Hals heraus. Ich konnte nichts tun. Ich stand nur versteinert daneben und war unfähig, mich zu bewegen. Dann lachte der Schweinemann und verschwand. Erst eine halbe Stunde später trafen mein Vater und Jessicas Eltern ein. Ich kniete auf dem Waldboden und hielt Jessica in meinen Armen. Alles war rot. Überall war Blut. Selbst damals wusste ich schon, dass das kein gutes Zeichen war. Sie hatte zu viel Blut verloren. Ich verstand nicht, wieso der Schweinemann das getan hatte. Jessica war nett. Wieso hatte er ihr weh getan? Als ich wieder etwas klarer denken konnte, saß ich in einem Auto. Ich saß alleine auf der Rückbank. Am Steuer saß ein Mann, den ich nicht kannte. Zwischen uns befand sich ein Gitter. Ich saß in einem Auto der Polizei. Wo waren meine Eltern? Ich kam in eine Einrichtung, in der ich nur eine Person kannte. Dr. Bernstein. In gewisser Weise hatte ich mehr Angst vor ihm als vor dem Schweinemann. Zwei Tage später sah ich meine Eltern wieder. Sie saßen auf einer Bank in einem komischen Raum. Ich saß weiter vorne und musste mir anhören, was Dr. Bernstein einer Richterin über mich erzählte. Er sagte, dass er meine Eltern gewarnt hätte. Es sei besonders tragisch, aber manchmal würden schon Kleinkinder unter starken Halluzinationen leiden und zu gefährlichen, gewalttätigen Ausbrüchen neigen. Um die Welt vor mir zu schützen, wäre es das Beste, wenn man mich in seiner Einrichtung für psychisch Kranke steckte, im Rahmen einer Sicherheitsverwahrung auf unbestimmte Zeit. Die Richterin war überzeugt und stimmte dem Antrag zu. So kam ich in die Klinik für psychisch erkrankte Kinder und Jugendliche. Leitung Dr. James Bernstein und dort sollte ich für sehr lange Zeit bleiben. In den nächsten Jahren kam ich zumindest noch einmal im Monat in den Genuss, meine Eltern zu sehen. Es war seltsam, wenn sie hier waren. Einerseits freute ich mich, andererseits hasste ich sie, weil sie mich diesem Dr. Bernstein überlassen hatten. Ich war sechs Jahre alt, als ich verstand, wieso sie das getan hatten. Es war leichter, Verantwortung abzugeben, als sie selbst zu tragen. Sie dachten wirklich, ich hätte Jessica das angetan und gaben sich selbst die Schuld dafür. So übergaben sie Dr. Bernstein die Verantwortung für das kleine Monster, das ich in ihren Augen war. Dabei hätte ich Jessica nie etwas tun können. Ich wollte niemandem etwas tun. Jetzt saß ich hier in diesem sicheren Zimmer, mit Wänden aus weichem Glas und ohne Mama, ohne Papa. Es gab ein paar Pfleger, aber nur wenige davon waren nett zu mir. Am schlimmsten war es, wenn Dr. Bernstein mich besuchte. Er verstellte seine Stimme und tat so, als würde er mich mögen. Aber ich wusste, er sah mich nur als verabscheuungswürdiges Versuchsobjekt. Irgendwie konnte ich in ihn hineinsehen. In sein Innerstes. Als ich sieben Jahre alt war, ließen sie es zu, dass andere Kinder aus der Einrichtung in mein sicheres Zimmer durften, um mit mir zu spielen. Das war schön, aber auch beängstigend. Ich hatte schon so lange nicht mehr mit anderen Kindern gespielt. Mit Jacob machte ich ein Puzzle und mit Juliana spielte ich Memory. Im Memory hatte ich keine Chance, denn der Schleier der Medikamente vernebelte meine Gedanken immer noch. Da wusste ich noch nicht, dass ich bald erst lernen würde, wie stark der Schleier wirklich werden kann. Und dann kam Andrea. Sie war so alt wie ich und hatte vorher auch nicht viel Kontakt zu anderen Kindern. Sie wollte kein Brettspiel spielen, sondern wollte lieber fangen spielen oder eine Kissenschlacht machen. Ich war mir aber sicher, dass Dr. Bernstein schimpfen würde, wenn ich mich auf so ein Spiel ein ließ. Ich wusste schließlich, dass er uns ohne Unterlass beobachtete. Ich sagte Andrea, dass hab dich und schlug auf meinen Arm wie beim Fangen. Das hätte sie lieber nicht getan. Im selben Moment wurde sie von mir davongeschleudert und knallte mit dem Kopf an die Wand. Ich selbst sah nur noch grelles weißes Licht und fiel vom Stuhl. Dann spielten sich vor meinem inneren Auge viele Szenen schnell hintereinander ab. Andrea, wie sie sich mit ihren Eltern streitet, wie sie etwas Furchtbares mit ihrer Katze anstellte. Dann war Andrea verschwunden und ich sah ein paar Männer in einem Raum aus Licht stehen. Die Männer trugen weiße Kapuzengewänder, die ihre Gesichter verhüllten. Sie schienen sich zu streiten. Worüber konnte ich nicht mehr in Erfahrung bringen, denn ich kam wieder zu mir. Sie hat mir wieder die furchtbare Jacke angezogen. Auch wenn ich dass ich es nicht konnte. Diese verdammte Jacke war so eng. Aber es wurde noch schlimmer. Dr. Bernstein besuchte mich wieder. Er sagte mir, dass sie nett sein wollten und mir andere Kinder zum Spielen vorbeigebracht hätten und als Dank hätte ich Andrea angegriffen. Aber das hatte ich doch gar nicht. Es war nicht meine Schuld. Als mich zwei Wochen später meine Eltern besuchten, waren sie wütend auf mich. Sie hatten anscheinend vorher ein Gespräch mit Dr. Bernstein gehabt. Sie erzählten mir auch, dass Dr. Bernstein jedes halbe Jahr einen Bericht über mich schreiben muss und der jetzige wird leider nicht gut ausfallen. Wenn ich mich nicht benehmen würde, würde ich nie wieder nach Hause kommen. Nach Hause? Das hier war doch mein Zuhause. Wie es im Haus meiner Eltern aussah, hatte ich schon vergessen. Trotzdem versprach ich mich zu benehmen. Es dauerte leider nicht mal eine Woche, bis ich dieses Versprechen brach. Naja, eigentlich tat ich nichts, doch Dr. Bernstein war da anderer Meinung. Ein Pfleger namens Henry reichte mir abends meine Zahnbürste und berührte meine Hand dabei. Auch er wurde gegen die Wand geschleudert und ich kippte einfach um. Wieder sah ich für einen kurzen Moment den Raum aus Licht und die seltsamen weißen Kapuzen Männer. Einer von ihnen sprach. Wir müssen etwas tun. Er ist fort und wird nicht wiederkommen. Wir können diesen Weg nicht weitergehen. Dann wachte ich wieder auf. Wieder hatte ich die Jacke an. Dr. Bernstein kam kurz darauf zu mir. Er sah etwas verwirrt, aber trotzdem wütend aus. Seiner Meinung nach war ich so in meinem Hass und meine Fantasiewelt vertieft, dass ich unglaubliche Kräfte entwickeln konnte. Ich sei gefährlich und sollte das gefälligst lassen. Beim nächsten Besuch meiner Eltern sprachen diese jedoch den Vorfall nicht an. Ich war mir sicher, dass Dr. Bernstein es ihnen nicht erzählt hatte. Auch in seinem nächsten Bericht würde er es nicht erwähnen, denn er konnte einfach nicht erklären, wie ein sieben Jahre alter Junge einen Pfleger, der 95 Kilo wiegt, durch die Luft werfen konnte. Zu seiner Verteidigung musste ich sagen, ich wusste es auch nicht. Ein halbes Jahr lang lief alles gut und sie ließen mich wieder ohne die Jacke zu den anderen Kindern. Ich sollte nur die Regeln beachten, dass ich keinen berühren durfte. Der Schleier der Medikamente vernebelte mein Denken zwar immer noch, aber er war schwach genug, dass ich mich mit den anderen unterhalten konnte. Im Gemeinschaftsraum waren außer mir noch Winnie, Jan und Rebecca. Rebecca war selbst auch zum ersten Mal seit langem wieder unter Gleichaltrigen. Von einigen Pflegern hatte ich gehört, dass sie, genau wie ich, auch oft aggressive Züge zeigte. Sie war schon zwölf und damit deutlich älter und kräftiger als wir anderen. Irgendwann kam sie zu mir. Eigentlich hatte ich keine Lust mit ihr zu reden, doch das schien ihr nichts auszumachen. Ich hasse diesen Ort hier, genau wie du. Ich hasse Bernstein, hasse die Pfleger und hasse die anderen Kinder. Ich bin wie du. Wir sind einfach anders. Guck, das mache ich nur für dich. Erst jetzt sah ich, dass sie etwas aus ihrer Sontasche geholt hatte. Es war eine spitze Waffe, die sie wohl aus dem Griff ihrer Zahnbürste gemacht hatte. Damit konnte man locker jemanden die Halsschlagader durchstechen. Ich wollte nicht, dass sie das tut. Andere zu verletzen war falsch. Als sie ausholte, griff ich ihr Handgelenk. Sie wurde nicht weggeschleudert, wurde aber genau wie ich ohnmächtig. Ich sah während meiner Ohnmacht, wie sie eine übel beleidigte. Dann sah ich erneut den Raum aus Licht. Ich sah ihn von der Mitte des Raumes aus. Unter mir war ein goldener Tisch. Einer der Kapuzenmänner sprach erneut. Ich glaubte, es war eine Art Kriegsrat. Ihre Armeen rücken vor. Sie sind hier. Sie waren noch nie hier. Das ist falsch. Die Natur hat das so nicht vorgesehen. Das geschieht, weil sie etwas haben, was uns fehlt. Führung. Dann wachte ich auf. Nein. Aufwachen konnte ich irgendwie weniger klar, als eben noch in meinem Traum. Ich konnte Stimmen hören, doch sie waren gedämpft. Der Schleier war so stark wie noch nie. Dr. Bernstein musste meine Medikamente drastisch erhöht haben. Alles konnte ich nicht verstehen, aber das meiste. Rebecca war in einer Art Koma und sie meinten, ich wäre dafür verantwortlich. Ich hätte sie erschreckt oder so. Außerdem hatten sie sicher, dass es meine war, mit der ich sie angreifen wollte. Ich konnte mir schon denken, was er in seinen Bericht schreiben würde. Was mich jedoch überraschte war, dass meine Eltern aufhörten, mich zu besuchen. Nach all dem hatte ich trotzdem gedacht, sie würden mich lieben, aber das taten sie nicht. Sie würden mich nie wieder besuchen. Ich hatte niemanden mehr, nur den Schleier und er war furchtbarer und gnadenloser als je zuvor. Die Welt war hinter ihm von mir versteckt. Ich konnte sie nicht richtig sehen, nicht richtig hören und auch nicht mehr richtig spüren. Ich sabberte und starrte in die Leere. Für Außenstehende musste ich ausgesehen haben, als wäre nicht mehr viel von mir übrig. Doch innen drinnen war ich wach, eingesperrt in mir selbst. Ich schrie um Hilfe, doch keiner konnte mich hören. Ich wollte raus, raus aus dem Schleier, doch ich sollte für eine lange Zeit sein Gefangener bleiben. In den nächsten Jahren verlor ich mein Zeitgefühl. Ich wusste nicht, ob ich 100 oder immer noch sieben Jahre alt war. Am schlimmsten war meine Angst, dass ich bald vergessen könnte, wie es ohne den Schleier war. Klar, es gab furchterregende Dinge, wie den Schweinemann, aber ich hatte auch so viele wunderbare Dinge gespürt, wie das Licht in den Bäumen, in guten Menschen oder wie die Liebe meiner Eltern. Das alles war weg. Es wurde mir genommen. Ich wollte das nicht, wollte nicht den Kontakt zur Welt verlieren. Ich wollte mich nicht verlieren. Ich hatte einfach nur Angst. Wieso machten sie das mit mir? Ich wollte nicht mehr eingesperrt sein. Manchmal fragte ich mich, ob sie vielleicht recht hatten. War ich ein Monster, das man hinter den Schleier sperren musste? Hatte ich doch Jessica, Andrea und die anderen angegriffen? War ich wirklich so böse? Ich wusste es nicht. Ich glaube, ich war zehn Jahre alt, als sich etwas geändert hatte. Irgendwas ist ihnen aufgefallen. Sie ließen andere Kinder zu mir, während ich die Jacke trug und sowieso hinter dem Schleier nichts tun konnte, außer meinen Sabber fließen zu lassen. Sie machten eine Studie, ja, so nannten sie es. Es war geheim, das bekam ich mit. Ihnen war aufgefallen, dass mit Kindern, die nicht gewalttätig waren, sondern schwer depressiv oder katatonisch, etwas passierte, wenn sie in meiner Nähe waren. Sie spielten, sie sprachen, sie lachten. Das konnten Dr. Bernstein und die anderen sich nicht erklären. Sie dachten wohl, ich würde nicht mitkriegen, wenn sie in meiner Nähe über mich sprachen, doch das tat ich. Ich war über dieses Phänomen erstaunt und auch irgendwie glücklich. Bisher hielt ich mich für ein Monster, doch anscheinend war auch Gutes in mir. Eines Tages fuhren sie ein Bett in mein Zimmer mit den Glas Wänden. Ich sah das kleine Mädchen, was darin lag und spürte ihre Geschichte. Ich spürte, was ihr passiert war. Ein Freund der Familie hatte ihr furchtbare, widerliche und perverse Dinge angetan und wollte sie danach ertränken. Sie war nicht mal so alt wie ich. Was für ein Mensch konnte einem anderen so etwas antun? Sie ertrank zwar nicht, doch ihr Gehirn hatte großen Schaden genommen, weil es viele Minuten lang keinen Sauerstoff bekommen hatte. Seitdem lag sie in diesem Bett. Beatmet wurde sie durch einen Schlauch und man merkte kaum, dass sie noch lebte, obwohl ihre körperlichen Wunden geheilt waren. Doch die anderen Wunden, die innen drin, waren nicht geheilt. Ihre Seele wurde von dem, was der Mann mit ihr gemacht hatte, fast zerbrochen. Ich spürte das. Ich spürte ihre zerbrochene Seele und ich wollte unbedingt, dass sie heilt, denn sie hatte es verdient, dass sie heilt. Diese furchtbaren Erinnerungen an den Mann und seine Spiele quälten sie hinter ihrem eigenen Schleier, doch das sollte jetzt aufhören. Irgendwelche Werte auf ihren Computern müssen ihnen gefallen haben, denn sie schoben das Mädchen am nächsten Tag wieder in mein Zimmer. Wieder wünschte ich mir nichts mehr, als dass es ihr wieder gut ginge. In den nächsten zwei Stunden passierte nichts, doch dann öffnete sie die Augen. Nur wenige Sekunden später stürmten Dr. Bernstein und andere Ärzte herein und untersuchten sie. Sie waren verblüfft glücklich. Mir war klar, dass sie sich nicht für das Mädchen freuten, sondern einfach darüber, dass ihr kleines Experiment funktioniert hatte. Das Mädchen, dessen Namen ich nicht kannte, besuchte mich jetzt jeden Tag. Zuerst in ihrem Bett. Dann wurde der Schlauch aus ihrem Hals gezogen und sie besuchte mich im Rollstuhl. Kurz darauf konnte sie wieder laufen und besuchte mich selbstständig. Ihr ging es jetzt besser als mir. Das war schön. Sie hatte keine Erinnerung an die schlimmen Dinge, die ihr passiert waren. Die waren jetzt hinter den Schleier gesperrt und da würden sie für alle Ewigkeiten bleiben. Nach einigen Wochen fing sie an, mit mir zu sprechen. Der Schleier erlaubte es mir jedoch nicht zu antworten. Sie sagte, sie habe vom Pfleger Dirk gehört, dass meine Eltern Es täte ihr leid, dass ich ganz allein war und meine Eltern mich nicht mehr lieb hätten, aber sie hätte mich lieb, weil sie wusste, ich habe irgendwas für sie getan. Eine Träne rollte über meine Wangen und tropfte auf die Zwangsjacke, die wieder viel zu eng geschnürt war. Das berührte ihr Herz so sehr, dass sie ihren Arm ausstreckte, um meine Hand zu tätscheln. Nein, das durfte nicht geschehen. Ich durfte sie nicht verletzen. Sie konnte wieder ins Koma fallen oder Schlimmeres. Mit aller Macht wehrte ich mich gegen meinen Schleier und besiegte ihn für einen kurzen Augenblick. Nein, lass das Hau ab, schrie ich und fiel zu Boden. Das Mädchen, dessen Namen ich immer noch nicht kannte, rannte erschrocken davon und die Pfleger kamen herein, weil mir Schaum aus dem Mund quoll. Sie waren nicht besorgt um mich, sie waren nur erschrocken darüber, dass ich aufstehen und brüllen konnte. Das sollte mit meiner Medikation überhaupt nicht möglich sein. Das Mädchen hatte jetzt vielleicht Angst vor mir, aber sie war sicher. Das war das Wichtigste. Jetzt hatte Dr. Bönstein eine Horrorgeschichte mehr, die er über mich erzählen konnte. Und das tat er auch. Ich war inzwischen 18 Jahre alt. Dr. Bönstein hatte mit seinen reißerischen Berichten dafür gesorgt, dass ich weiter in Sicherheitsverwahrung blieb. Momentan kämpfte er dafür, dass ich trotz meiner Volljährigkeit in seiner Anstalt blieb. Ich schätze, er wollte seine Experimente fortsetzen. Mir war es ehrlich gesagt egal, ob ich hier auf dieser Insel blieb oder nicht. Schlimmer war es woanders wohl kaum, aber viel besser vermutlich auch nicht. Inzwischen hatte ich mich an den Schleier gewöhnt und brachte manchmal ein paar Worte heraus. Ich freundete mich mit Dirk an, dem Pfleger, der dem Mädchen von mir erzählt hatte. Es gab auch einige andere nette Patienten hier, doch viele von ihnen haben sich in den letzten Jahren das Leben genommen. Das war in solch einer Einrichtung leider so. Dirk war zum Glück gesund und er hatte auch keine Angst vor mir wie die anderen. Wenn ständig seltsame Dinge um mich herum passierten, dann hatte man natürlich einen entsprechenden Ruf. Manche meinten, ich wäre der Sohn des Teufels, so wie Damien in diesen Filmen. Von denen hatte mir Dirk auch erzählt. Er war ja auch der Einzige, der mit fühlte sich in meiner Gegenwart irgendwie gut, sagte er. Erklären konnte er sich das auch nicht. Das war auch egal. Ich war einfach froh, dass ich nicht für alle auf dieser Welt ein Monster war. Doch wenn ich ehrlich zu mir war, war ich gebrochen. Ich selbst wusste nicht mal, was ich war. Dieser Schleier war weiterhin da und kapselte mich ab. Er blockierte die Dinge, die ich als Kind gespürt und gesehen hatte. Vor allem das Licht. Ich wusste schon gar nicht mehr, wie es sich damals angefühlt hatte. Es war so fern. Ich war überrascht, als ich Dirk abends wieder in meinem Zimmer sah. Eigentlich war seine Schicht vorbei und er hatte nun zwei Wochen frei, in denen er die Insel verlassen und zu seiner Familie fahren würde. Sein kleiner Sohn war neun dass mal wieder ein fieser Sturm aufzog und die neue Schicht nicht auf die Insel gelangen konnte. So mussten Dirk und die anderen ein paar Tage Überstunden machen, bis das Unwetter vorbei war. Zusammen mit dem Sturm trat jedoch noch etwas auf. Ich glaubte, ich sah wieder Dinge, aber nicht die guten Dinge, nur die schlechten. Die Geister und Kreaturen, die ich früher gesehen hatte, waren wieder da, und sie waren auf dieser Insel. Ich sah sie, ich sah, was sie taten. Sie kamen zu uns in die Einrichtung, denn sie suchten etwas. Ich sah mit meinem inneren Auge, wie der Geist einer furchtbar dunklen Seele den Körper von einem von Dirks Kollegen übernahm. Er ging zum Pfleger, der als einziger mit ihm im Überwachungsraum war, packte ihn am Hals und brach ihm in einem kräftigen Ruck das Genick. Jetzt glaubte ich, noch mehr über den Geist zu erfahren. Ich konnte mehr spüren. Es war kein einfacher Geist. Es war ein Dämon. Ja, so nannte man sie. Dämonen. Sie waren hier. Zwei weitere Dämonen brachen ein und übernahmen die Körper von zwei psychisch kranken Straftätern aus dem Hochsicherheitsflügel. Ich spürte auch, dass sie die Menschen, die sie übernahmen, bei der Übernahme töteten. Das waren scheußliche Kreaturen und ich war ihnen hilflos ausgeliefert. Auf dem Weg zu Dr. Bernsteins Büro bewaffneten sie sich mit scharfen Messern aus der Küche. Einem Pfleger schlitzten sie die Kehle auf, einem anderen stießen sie das Messer ins Herz und lachten dabei. Dann kamen sie zu mir. Einer packte mich an der Zwangsjacke und schleifte mich den Flur entlang und die Treppen hinunter. Ich verstand nicht, wieso er mich nicht tötete. Im Keller angekommen, warf er mich zu Boden. Neben mir befanden sich Dirk und Dr. Bernstein. Die beiden waren völlig verängstigt und ich sah jetzt auch wieso. Nicht nur die drei Dämonen im Menschengestalt waren hier. im Schatten des Kellers stand noch jemand anderes. Etwas anderes. Die Haut dieses Dämons war grau und seine Seele noch finsterer als die der anderen. Es war der Schweinemann. Du schon wieder du. Ich wusste doch, dass mit dir was nicht stimmt. Erst strahlst du diese komische Aura aus und jetzt bist du hier an dem Ort, an dem wir die Waffe für unseren Herrn aufspüren sollen. Sie suchten hier nach einer Waffe? Waren sie eine Partei in dem Krieg, von dem ich in meinen Visionen gehört hatte? Wenn wir sie finden, werde ich mit Sicherheit zum Feldherr der Hölle befördert. Ihr drei seid noch übrig. Einer von euch muss etwas über die Energie hier auf dieser Insel wissen. Der Schweinemann schaute mich es bist du einer von uns? Ein verlorener Sohn der Hölle? Könnte es sein. Es gab immer wieder Gerüchte über ein dunkles Kind. Aber ich habe sie nie geglaubt. Du musst es sein. Es kann kein Zufall sein. Zeig uns dein wahres Gesicht. Dann bekommst du diesen Doktor geschenkt. Du kannst ihn in Hölle bis in alle Ewigkeit foltern. Ihr drei tötet den anderen. Er erfüllt keinen Zweck mehr. Ich lachte, als der Dämon sagte, ich könne Börns ihn in der Hölle foltern. Dann wäre der Spieß mal umgedreht, was? Während die drei Dämonen auf Dirk zugingen, kam auch der Schweinemann näher zu mir. Einer der Dämonen zückte das blutige Messer. Dirk weinte. Ich spürte, dass er nur an seinen kleinen Sohn dachte und daran, dass er ihn nie mehr lachen hören wird. Der Dämon nahm die Spitze des Messers in die Hand und wollte es Dirk ins Gesicht werfen. Da war so viel Hass in ihnen, den ich jetzt auch spürte. Ja, los, zeig uns, was du wirklich bist. Der Dämon warf das Messer und in derselben Sekunde durchbrach ich als ich mich erhob und meine weißen, leuchtenden Flügel sich entfalteten. Das Messer prallte an ihnen ab und ich konnte nun wieder alles spüren. Das Licht, die Freude, die Liebe und alles auf dieser Welt. Mit Leichtigkeit verbrannt ich die Dämon in meinem Licht. Denn wo Licht ist, kann die Dunkelheit nicht existieren. Der Schweinemann und seine drei Handlanger waren vernichtet. Jetzt und für alle Zeit. Bernstein wimmerte vor sich hin und Dirk starrte absolut fassungslos auf meine weit ausgebreiteten Flügel. Bitte tu mir nichts, es tut mir leid, bitte tu mir nichts, jammerte Dr. Bernstein. Ich bin nicht wie die Dr. Bernstein. Ich bin nicht die Dunkelheit. Ich bin Licht, schätze ich. Ich verzeihe ihn, sagte ich, aber wie soll ich weiterleben? Deine ganzen Geschichten, der Schweinemann, die Geister und Dämonen, sie sind alle echt. Das kann ich nicht akzeptieren. Wie soll ich damit umgehen? Nehmen Sie doch Ihre Medikamente. Funktioniert relativ gut. Dann verschwand ich aus der Einrichtung und suchte nach einem Weg, mehr über mich zu erfahren. Zwölf Schritte in die Dunkelheit. Vom Reddit-User Cool Kenneth 56 Alle Treffen der anonymen Alkoholiker in meinem Stadtteil schienen warm und einladend zu sein. Alle Leute hier waren freundlich und kannten mich beim Namen. Es gab Umarmungen, Händeschütteln und Schulterklopfen. Die Räume waren gut beleuchtet und die Stühle bequem. Es gab immer frisch gebackene Kekse oder Donuts. Ein kürzlicher Streit mit meinem Sponsor Ralf hatte mich jedoch dazu veranlasst, einige meiner normalen Meetings zu meiden. Ich war bereits auf zwei Meetings pro Woche zurückgegangen, die Ralf mir so deutlich ans Herz gelegt hatte und wollte sie nicht ganz ausfallen lassen. Ich hatte mich in letzter Zeit unruhig gefühlt und musste wahrscheinlich zu ein paar mehr Treffen gehen. Da ich nie der Typ war, der um Hilfe bittet, wollte ich es auch nicht zugeben. Stattdessen beschloss ich, es mit ein paar Treffen auf der anderen Seite der Gleise zu versuchen. White Hall, der schäbige Teil der Stadt, verdammter Ralf. Du bist nur so krank wie deine Geheimnisse, hatte er gesagt. Ich hatte eine Liste geschadet hatte und machte mich daran, es bei ihnen allen wieder gut zu machen. Einige nahmen meine Entschuldigung an, andere nicht. Alles, was ich tun konnte, war, meine eigene Seite der Straße zu reinigen. Es gab ein paar Wieder Gutmachungen, die unmöglich waren, aber ich hatte alle meine Sünden entweder meinem Sponsor, meinem Therapeuten oder meinem Priester gegenüber zugegeben. Das heißt, alle bis auf die eine Sache. Das war es, worauf Ralph immer wieder hinwies. Ich war 15 Jahre lang nüchtern geblieben. Ich hatte es doch verdient, diese eine Sache für mich zu behalten, oder nicht? Verdammter Ralph. Ich entschied mich für eine Gruppe mit dem harmlosen Namen New Hope, die sich im Keller der St. Pete's Church traf. Es gab zwar tatsächlich manchmal Gruppen, die sich in Kirchenkellern trafen, aber sie waren selten so, wie sie im Fernsehen oder in Filmen dargestellt wurden. Das war einfach nicht die Art, wie die Dinge funktionierten. Hollywood hatte die Sache mit dem Kaffee und den Donuts gut hinbekommen, aber bei den meisten anderen Dingen hatten sie das Ziel verfehlt. Leider gab es in der Gruppe New Hope nicht einmal Donuts. Ich wünschte, das hätte ich gewusst. Ich hätte mir welche besorgt. Die anonymen Alkoholiker haben mir mein Leben zurückgegeben und mir ein gutes Stück finanzieller Sicherheit gebracht. Also habe ich nichts dagegen, ab und zu etwas zurückzugeben. Ich machte mich auf den Weg zur Kaffeemaschine und nahm auf den Weg dorthin Blickkontakt mit ein paar Leuten auf. Ich habe mir nicht mal die Mühe gemacht zu lächeln. Das meiste, was ich bekam, waren ein paar Grunzer und Achselzucken, als ich vorbeiging. Ich hatte bereits beschlossen, dass ich nie wieder zu dieser Gruppe zurückkehren würde, also warum sich die Mühe machen, aber ich hatte nicht vor zu gehen. Aufgeben war etwas für Verlierer. Ich schnappte mir einen Styroporbecher vom obersten Stapel, auf dessen Außenseite bereits schwarze, verschmierte Fingerabdrücke zu sehen waren und füllte ihn mit dem Schlamm, den man hier in St. Pete's Kaffee nannte. Ich warf einen Dollar in einen Korb auf den Tisch und ließ mich auf einen Stuhl plumpsen, der am weitesten von allen anderen entfernt zu sein schien. Das hier war nicht wie die üblichen Treffen, zu denen ich gehe. Der Kellerraum der Kirche war etwa 40 mal 40 Meter groß. Es gab acht rechteckige Klapptische, die in einem provisorischen Kreis aufgestellt waren, mit Holzstühlen an der Außenseite. Leider würde es keinen Redner geben. Dies war ein Diskussionstreffen. Höchstwahrscheinlich würden sie etwas aus einem Teil der von den anonymen Alkoholikern anerkannten Literatur vorlesen, das blaue Buch, die Zwölf Schritte oder ein Meditationsbuch und dann durch den Raum gehen und ihre persönlichen Erfahrungen, ihre Kraft und ihre Hoffnung zum Ausdruck bringen. Mir war nicht nach Reden zumute, aber der eine Ratschlag meines Sponsors, den ich schon früh verinnerlicht hatte, war, immer etwas zu sagen, immer ein Teil von etwas zu sein. Obwohl an der Decke zahlreiche Leuchtstoffröhren hingen, schien der Raum kalt zu sein. Vielleicht lag es an der Art der Glühbirnen, die sie oder vielleicht lag es an der Art und Weise, wie das Licht von dem kränklich gelben Linoleum Boden und den einrichtungsgrünen Wänden reflektiert wurde. Es roch auch komisch. Naja, dachte ich, es ist ja nur für eine Stunde. In der Vergangenheit hatte ich doppelt so viel Zeit damit verbracht, das Wechselgeld für eine weitere Flasche zusammen zu kratzen, während ich gegen das Zittern ankämpfte. Im Vergleich dazu würde das hier sicherlich angenehm sein. Darauf lief es doch hinaus, oder? Für mich ist Trinken gleich bedeutend mit Sterben. Es gab Zeiten, in denen ich die schädlichsten Dinge getan hätte, um mich zu betrinken. Dinge, die mir übel aufgestoßen wären, wenn ich nüchtern gewesen wäre und nicht nach dem nächsten Drinkgelächts hätte. Wenn es also bedeutet, eine langweilige Sitzung an einem beschissenen Ort zu haben, um nicht zu trinken, und sei es nur für eine Stunde, dann war es so. Keine schwierige Entscheidung. Ich bin kein Snob, aber ich hatte den Eindruck, dass die Leute dort ein wenig unter meinem Niveau lagen. Ich bin keineswegs reich, aber jetzt, wo ich mein Leben auf die Reihe gekriegt habe, gehöre ich wieder zur oberen Mittelschicht. Die Treffen, an denen ich teilnahm, wurden regelmäßig von Geschäftsleuten, Ärzten, Immobilienmaklern und anderen Fachleuten besucht. Offen gesagt, selbst die Arbeiter bei meinem normalen Treffen schienen im Vergleich zu diesen Leuten zur Oberschicht zu gehören. Diese Leute waren, und ich musste mich daran erinnern, dass ich ehrlich und nicht gefühlslos war, der Abschaum der Gesellschaft. Unrasiert, ungepflegt, tätowiert, fettige Haare, übel riechend. Die AA hatten mich gelehrt, nicht zu urteilen. Nur durch die Gnade Gottes kann ich gehen. Trotzdem war es schwer. Kurz bevor die Versammlung zur Ordnung gerufen wurde, ließ sich ein Mann auf den Stuhl neben mir plumpsen. Oh, komm schon, Kumpel, dachte ich. Zehn leere Stühle, genug, um genügend Abstand zwischen uns allen zu halten, und du musst dich direkt neben mich setzen. Ich seufzte. Naja, wenigstens schien dieser Typ freundlich zu sein. Klein, stämmig, das ist nett gemeint für fettleibig, mit einem roten, runden Gesicht, stellte er sich vor. Hallo, mein Name ist Mike, wie geht's dir? Danny, sagte ich und streckte meine Hand aus. Wenigstens war Mike gut gekleidet, geknüpftes Hemd, Hose, Anzugsschuhe, er trug sogar Parfüm, oder war's der Geruch von Schnaps? Nein, entschied ich, es war kölnisch Wasser. Der Atem des Kerls roch allerdings schlecht. Nicht riechen im Sinne von nach Alkohol, sondern er stank einfach. Seine Zähne schienen weiß genug zu sein, aber es war, als hätte er sich seit Ewigkeiten nicht mehr geputzt. Mike versuchte Smalltalk zu machen. Ich hab dich noch nie gesehen. Wie lange kommst du denn schon zu diesen Treffen? Seit ungefähr 16 Jahren, antwortete ich. Ich war ein Jahr lang dabei und habe dann beschlossen, dass ich noch nicht aufhören will. Ich ging eine Zeit lang wieder raus und bin seitdem nüchtern. 15 Jahre, ein Monat, eine Woche und zwei Tage. Wow! Mike schien wirklich erstaunt zu sein. Und wie viele Minuten? Ich lächelte nur. Mike fuhr fort. Ich komme erst seit einem Monat. Am Mittwoch werde ich 30 Tage alt. Na herzlichen Glückwunsch. Für manche Leute sind die ersten 30 Tage die schwersten. Eine echte Nervenprobe. Mike war eindeutig rosa. Das ist der Ausdruck für anonyme Alkoholiker, die zu Beginn ihrer Nüchternheit denken, dass das Leben plötzlich wunderbar und unbeschwert geworden ist. Nach einer guten Zeit der Nüchternheit wird ihnen klar, dass das Leben, ob es gibt einfach keinen Alkohol mehr, der die schlechten Gefühle verschwinden lässt. Ich hole mir meinen Chip. Mike bezog sich damit natürlich auf das farbige Aluminium Medaillon, das, obwohl nicht überall verwendet, fast zum Synonym für die AA geworden ist. Die Nüchternheits Münzen selbst helfen den Menschen nicht nüchtern zu bleiben. Wichtig ist die Bedeutung, die hinter ihnen steht. Wenn eine Person eine Münze für einen Monat, drei Monate oder einen längeren Zeitraum erhält, vermitteln die Münzen ein Gefühl des Stolzes darüber, dass sie so lange nüchtern geblieben ist und sollen sie motivieren, weiterzumachen. Sollte eine Person das Verlangen verspüren, wieder zu trinken, kann sie mit dem Finger auf die Münze in ihrer Tasche zeigen, um sich daran zu erinnern, welche Fortschritte sie bis zu diesem Zeitpunkt gemacht hat. Dann fragt man sich, ob man all diese Fortschritte wirklich wegwerfen will. Ich habe die Chips nie gemocht. Gelegentlich trat ich einen Schritt zurück und erinnerte mich genau daran, wie viel Zeit ich nüchtern war. Ich erinnerte mich lebhaft an den letzten Drink, aber ich wollte nicht ständig daran erinnert werden. Ich hatte das Gefühl, dass es mir leichter fallen würde, mir die Frage zu stellen, ist es lang genug her? Bin ich jetzt geheilt? Das Gespräch war überraschenderweise sehr angenehm, aber ich war trotzdem froh, als das Treffen begann. Immer das Gleiche. Erst das Geschäftliche, dann das Lesen, dann der Austausch am Tisch. Als es 8 Uhr war, zeigte der Vorsitzende an, dass es Zeit war, das Treffen zu schließen, und die Anonymen Alkoholiker sind keine religiöse Organisation, aber das Beten des Vater Unsers am Ende ist eine Art Tradition in den meisten, aber nicht allen Gruppen. Es ist ein Zeichen der Einigkeit, wenn noch kein anderes. Ich hatte eigentlich nicht vor, danach noch für die Gemeinschaft da zu sein, aber ich blieb immer lange genug, um beim Aufräumen zu helfen. Bevor ich jedoch an der angetrieben. Hey Mann, sehe ich dich hier nochmal? Ähm, wahrscheinlich nicht, ich wohne auf der anderen Seite der Stadt, ich bin heute Abend nur vorbeigekommen, weil, naja, es war einfach praktisch. Ich schätzte, dass das eigentlich keine Lüge gewesen war. Anonyme Alkoholiker mussten vorsichtig sein, wir sollten diese Prinzipien in allen unseren Angelegenheiten verwenden. Lügen ebneten einen schlüpfrigen Weg. Oh, Mike wirkte niedergeschlagen. Es ist nur so, dass sie sagen, dass man sich Telefonnummern besorgen soll. Du weißt schon, um anzurufen, wenn einem nach trinken zumute ist. Und ich habe mich gefragt, ob ich deine haben könnte. Meine Schultern entspannten sich ein wenig. Ach, natürlich, Mike, das ist nie ein Problem. Hab nie das Gefühl, dass du meine Nummer nicht benutzen kannst, ja? Mike würde sie jedoch nie benutzen. Die meisten der Neulinge taten das nie. Ich zückte einen Stift und notierte sie hinten in Mikes Besprechungsprospekt. Hier, bitte sehr. Danke, Danny, sagte Mike und schüttelte die Broschüre. Die werde ich auf jeden Fall benutzen. Du bist ein Lebensrettermann. Ihr alle seid großartig. Mike ging davon. Ich machte mich auf den Weg zum Parkplatz und setzte mich hinter das Steuer meines 2012er Kia. Ich sprach ein kleines Gebet für Mike. Ich hoffte, dass er es schaffte. Wer hätte das gedacht? Vielleicht war die Teilnahme an diesem Treffen Gottes Art, ihn zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu haben. Auf dem Heimweg fuhr ich durch den Drive-Thru vom Burger King, um mir ein arterienverstopfendes Abendessen zu holen. Ich wollte nur noch den Fernseher einschalten, essen, duschen und ins Bett gehen. Es war ein anstrengender Tag gewesen. Ich hatte kaum in meiner Garage geparkt, als mein Handy zu klingeln begann. Ich schnallte mich ab und ging auf den Beifahrersitz ans Telefon. Es war eine alte Angewohnheit, wahrscheinlich keine gesunde, aber ich musste einfach den Hörer abnehmen, wenn es klingelte. Ich konnte den Gedanken nicht ertragen, dass jemand eine Nachricht hinterlässt. Ich hatte Geschichten von anonymen Alkoholikern gehört, die nie jemanden erreichen konnten und die Sache ging nicht gut aus. Sobald ihr Vertrauen in das System gebrochen war, vertrauten sie ihm nicht mehr. Vor allem die Neulinge. Hallo? Danny, ich bin's, Mike. Äh, was gibt's, Mike? Oh, nein, nein, mach dir keine Sorgen. Ich denke nicht ans Trinken. Ich wollte nur die Nummer ausprobieren. Ein Übungsanruf, weißt du? Man sagt, dass man sich daran gewöhnen soll, anzurufen, wenn man nicht anrufen muss und dass es dann einfacher ist, anzurufen, wenn man doch mal muss, richtig? Äh, ja, Mike, das ist eine gute Idee. Also, was gibt's? Ähm, naja, nicht so viel, seit wir uns eben gesehen haben. Ich bin gerade nach Hause gefahren. Das war's, sagte ich mit einem grinsenden Gesicht. Ich esse noch was zu Abend und dann gehe ich ins Bett. Oh, okay. antwortete Mike. Geh du ruhig essen und hab einen schönen Abend. Vielleicht sprechen wir uns ja morgen. Sicher, Mike, morgen. Ich duschte, trocknete mich ab und tappte in mein Schlafzimmer. Ich schlüpfte in ein paar Boxershorts und legte mich ins Bett. Ich dachte nicht, dass ich Probleme mit dem Schlafen haben würde. Ich war körperlich erschöpft, aber wie immer raste mein Verstand eine Meile pro Minute. Ich konnte nie einschlafen, ohne das Radio einzuschalten, selbst wenn ich kurz davor war, wegzunicken. Mein Kopf schlug auf dem Kissen auf und das Gedankenkreisen setzte ein. Auf diese Weise entdeckte ich die Wunder des Talkradios. Als ich einen Experten einschaltete, der mit beruhigender Stimme die Tagesnachrichten rekapitulierte, zog ich die Kette an meiner Nachttischlampe und tauchte das Zimmer in Dunkelheit. Das Kopfkissen war kühl, mein Magen war voll, mein Geist hatte sich beruhigt. Mein Telefon bimmelte. Ich stützte mich auf einen Ellbogen, schaltete mit der Fernbedienung das Radio aus und nahm das Telefon vom Nachttisch. Auf dem Display leuchtete die Nummer des eingehenden Anrufs auf, aber ich erkannte sie nicht. Es war kein Name, den ich gespeichert hatte. Ich überlegte kurz, ob ich den Hörer wieder auflegen und auf die Mailbox sprechen lassen sollte, aber ich wusste, dass ich nicht schlafen konnte, bis ich die Nachricht abgehört hatte und höchst wahrscheinlich denjenigen, um den es ging, zurückgerufen hatte. Ähm, hallo? sagte ich. Danny, Mike klang dieses Mal ernst, tut mir leid, dass ich so spät anrufe. Ich meine, ich weiß, dass du gesagt hast, du wolltest ins Bett gehen und ich wollte dich nicht stören, aber schon gut, Mike, schon gut. Weißt du noch, wie ich sagte, ich würde meinen Chip in ein paar Tagen bekommen? Ja, ich kann nicht glauben, dass es schon ein Monat ist. Weißt du, der Tag, an dem ich meinen letzten Drink genommen habe, war ein besonderer Tag. Jeder Tag ist was besonderes, wenn es der letzte Tag ist, an dem du betrunken bist, besonders. Es war der Jahrestag von, naja, Mike fing an sich aufzuregen. Weißt du, meine Frau und ich, meine Ex-Frau, also, und ich haben an diesem Tag unsere Tochter verloren. Ich schwang meine Beine unter der Bettdecke hervor und setzte mich auf. Oh, das tut mir leid, Mann. Oh, das muss es nicht, Danny. Es ist vor langer Zeit passiert, vor langer Zeit. Es wäre ihr 21. Geburtstag gewesen, brach Mike ab. So lange her, die Verleugnung, die Depression, die Traurigkeit, die Wut. Ich habe danach angefangen zu trinken und nie daran gedacht aufzuhören. Das heißt, bis jetzt. Das ist eine lange Zeit, um daran zu schmoren, Mike. Willst du darüber reden? Nein, Danny, es hat keinen Sinn, in der Vergangenheit rumzuwühlen. Nicht, wenn es mir jetzt so gut geht. Du bist nur so krank wie deine Geheimnisse, Mike. Gott, ich hasste es, wenn mein Betreuer recht hatte. Ja, ja, vielleicht, wenn ich mich ein wenig stabiler fühle, Danny. Vielleicht werde ich dann darüber reden. Im Moment geht's mir einfach nicht so gut. Ich Ich sprach mit Mike. Und als ich überzeugt war, dass Mike den Drang zu trinken überwunden hatte, legte ich auf und versprach, mich am nächsten Tag mit ihm zu treffen. Ich legte das Telefon weg und schlüpfte mit einem Lächeln unter die Decke. Das tat gut. Hilf dir selbst, indem du anderen hilfst. Ich vergaß, das Radio wieder einzuschalten und in dieser Nacht träumte ich von der einen Sache. Ich wachte durch das Geräusch meines Telefons auf. Es war nicht der Weckton, sondern das Klingelzeichen. Ein weiterer Anruf. Ich hatte Mikes Nummer inzwischen erkannt. Das ging mir langsam auf die Nerven, aber so war es eben manchmal. Entweder würde Mike bald wieder zur Flasche greifen oder er würde anfangen neue Kontakte zu knüpfen. In der Zwischenzeit würde ich mich einfach damit abwenden müssen. Guten Morgen, Mike. Denn, mein Freund, schön deine Stimme zu hören. Ja, sagte ich und kratzte mich am Hinterkopf. Es ist jetzt schon sechs oder sieben Stunden her, hm? Oh ja, ich störe dich doch nicht, oder? Nein, nein, sagte ich. Ja, ja, dachte ich. Also, wie ist die letzte Nacht gelaufen? Du hast doch nicht getrunken, oder? Nein, und das habe ich nur dir zu verdanken, Dan. Nun, Mike, du hast dein Telefon genommen und mich angerufen, also kannst du dir selbst ein wenig auf die Schulter klopfen. Das Telefon kann ganz schön schwer sein, wenn es zwischen dir und einem Drink steht. Ha, das ist wahr. Hast du heute morgen ein Meeting? Ähm, nein, Mike, ich habe einen Job. Ich versuchte, nicht genervt zu klingen. Ich muss heute arbeiten. Ich verspreche, dass wir heute Abend zu einem gehen werden. Du suchst es aus, okay, und rufst mich gegen 6 Uhr an. Verstanden, Dano. Um 6, wir sprechen uns dann. Meine schlimmste Befürchtung wurde wahr. Drei weitere Anrufe im Laufe des Tages. Mike hatte eine Gruppe namens As Bill Sees It in meinem Stadtteil auserwählt. Ich beschloss, dass ich an diesem Abend ein Gespräch mit Mike führen musste. In der Not anzurufen oder auch nur, um gelegentlich freundliche Unterstützung zu erhalten, war in Ordnung. Aber es gab sowas wie einen Missbrauch des Systems. Ihr mein immer ans Telefon gehen Politik über den Haufen zu werfen. Ich freute mich nicht auf das Gespräch und es fiel mir schwer mein Abendessen an diesem Abend hinunter zu schlucken. Ich war nicht hungrig, aber ich versuchte wie immer meinen Magen voll zu bekommen. Hungrig, wütend, einsam, müde. Vier Dinge, die ein Alkoholiker nie sein wollte. Jedes dieser Dinge könnte ein Grund eingewickelt in Weißbrot mit Ketchup so wie ich es mochte klingelte mein Telefon wieder. Ich schaute auf den Bildschirm. Mike, schon wieder. Ich beschloss nicht zu antworten und ließ die Mailbox abspielen. Sekunden später klingelte es wieder. Hat der Typ es nicht verstanden? Ich ließ wieder die Mailbox rangehen. Es verging ein paar Minuten und es klingelte erneut. Ich fragte mich, ob Mike seine Meinung geändert hatte. Vielleicht schaffte er es doch nicht zum Treffen. Trotzdem ließ ich die Mailbox weiterlaufen. Zum Glück vergingen weitere Minuten und Mike rief nicht zurück. Ich fühlte mich wie ein Schuft, aber ich konnte einfach nicht mehr damit umgehen. Gegen Viertel vor sieben band ich mir die Schuhe zu und nahm mein Portemonnaie und meine Autoschlüssel mit. Als ich mich auf den Weg zur Tür machte, bimmelte mein Telefon. Mike. Diesmal ging ich ran. Äh, hey Mike, ich bin gerade auf dem Weg nach draußen, okay? Oh Gott sei Dank, Dan, Gott sei Dank. Ich konnte dich nicht erreichen und dann habe ich mir Sorgen gemacht. Ich habe mich gefragt, ob du vielleicht wieder getrunken hast. Mike, beruhig dich, Kumpel. Würdest du, okay, hör zu, warte einfach auf mich bei dem Treffen, wir müssen reden. Mike atmete jetzt wieder regelmäßiger. Oh Danny, du hast mir einen Schrecken eingejagt. Naja egal, du kannst mit mir fahren. Was? Ich schritt aus der Hintertür und drückte den Knopf, um das Garagentor zu öffnen. Als das Tor aufrollte, kam nach und nach ein verbolter grüner Honda zum Vorschein, der in der Einfahrt stand. Mike saß hinter dem Steuer und der Motor lief im Leerlauf. Ich war verblüfft. Ich ging zügig zur Fahrertür und forderte Mike auf, das Fenster herunter zu lassen. Nach einem Moment und mit einem verwirrten Gesichtsausdruck drückte Mike auf den Knopf und das Fenster glitt herunter. Was ist los, Dan? Steig ein. Ich dachte, wir könnten zusammen zum Treffen fahren und danach vielleicht noch eine Tasse Kaffee trinken, was? Ich war genervt. Nein, nein, Mike, kein Treffen und keinen Kaffee. Ich habe keine Zeit für sowas. Ich weiß nicht, was ich mit dir machen soll. Du kannst mich nicht ständig anrufen. Wie zum Teufel hast du herausgefunden, wo ich zum Teufel? Tut mir leid, Dan. Das ist neu für mich. Ich weiß wirklich nicht, wie es funktioniert. Wie es funktioniert? Nachdem wir durch diese Schritte ein spirituelles Erwachen erlebt hatten, versuchten wir, diese Botschaft an die Alkoholiker weiterzugeben und diese Prinzipien in allen unseren Angelegenheiten zu praktizieren. Ich dachte darüber nach und wurde weicher. Okay, Mike, es läuft folgendermaßen, sagte ich ruhig. Ich komme zum Treffen, aber ich fahre selbst hin. Wir reden ein bisschen. Nach dem Treffen komme ich nach Hause, alleine, kein Kaffee, keine Anrufe mehr, es sei denn, du musst wirklich anrufen und hast einen ich gehe jetzt trinken Notfall. Sind wir uns einig? Mike sah ein wenig verletzt aus, antwortete aber, okay, klar, Dano. Ich stieg in meinen Kia und folgte Mike zum Treffen. Wir saßen nebeneinander, aber Mike war untypisch ruhig. Danach trennten wir uns auf dem Parkplatz, ohne ein Wort zu wechseln. Sehen wir uns morgen, Danny? Vielleicht. Oh, hey, heute Nacht gibt's ein Treffen bei Kerzenschein namens Night Owls im... Oh, richtig, tut mir leid. Morgen, Mike, betonte ich. Ich dachte, dass Mike die Botschaft diesmal verstanden hatte, aber vorsichtshalber schaltete ich mein Telefon für den Abend aus, wahrscheinlich zum ersten Mal seit Jahren. In dieser Nacht hatte ich einen Albtraum über die eine Sache. Als als ich am Morgen aus dem Bett stieg und duschte, hatte ich mein Handy fast vergessen. Noch in ein Handtuch gewickelt und mit feuchtem Haar ging ich zum Nachttisch und schaltete es ein. Ich kehrte ins Badezimmer zurück, als es gerade hoch fuhr. Und dann hörte ich einen Nachrichtenton aus dem Nebenzimmer. Ich fragte mich, wer das sein könnte. Sechs verpasste Anrufe von Mike. Eine, nein, zwei Sprachnachrichten, vier SMS. Danke, dass du gekommen bist, denn bist du sicher, dass du nicht zum Meeting gehen willst? Tolles Meeting, hättest dabei sein sollen. Und wir müssen reden. Ich wollte heute keine Konfrontation. Ich schaltete mein Telefon wieder aus, zog mich an und verließ das Haus. Ich wusste, ich wusste einfach, dass Mike an meiner Türe auftauchen würde, nachdem er lange genug keine Antwort erhalten hatte. Ich nahm mir vor, nicht da zu sein. Auch wenn es Samstag war, würde ich in meinem Büro abhängen. Dort gab es eine Couch. Ich könnte ein Nickerchen machen, wenn es nötig mein eigenes Haus, verdammt nochmal. Ich wurde aus meinem eigenen Haus verjagt von einem Stalker. Sollte ich mit der Polizei sprechen? Nein, entschied ich. Ich würde zuerst mit meinem Betreuer sprechen. Ich traute mich nicht, mein Handy wieder einzuschalten, weil ich befürchtete, dass es in meiner Hand klingeln könnte. Als ich in meinem Büro ankam, nahm ich mein Tischtelefon und wählte die Nummer von Ralph. Ralph war keine Hilfe. Zumindest sagte er mir nicht, was ich hören wollte. Ich habe schon viele AAs gehabt, die sich entweder zu viel oder zu wenig Mühe gegeben haben. Ich vermute, dass dieser Mike sich als das eine oder das andere herausstellen wird. Warum bringst du ihn nicht mit zum Treffen heute Abend? Ich treffe euch heute Abend bei der Akzeptanz Gruppe. Vielleicht kann ich denke schon. Ich schaltete mein Handy wieder ein, um Mike anzurufen und ihn zur Akzeptanz Gruppe an diesem Abend einzuladen. Sechs verpasste Anrufe und es war gerade mal Mittag. Ich seufzte und begann zu Mikes Nummer zu scrollen, als das Telefon klingelte. Ich brauchte nicht mal auf die Nummer zu schauen, um zu wissen, wer es war. Hi Mike. Danny, ich habe versucht. Ja, ich weiß, Mike, ich war auf der Arbeit. Ich habe gerade mein Telefon eingeschaltet und gesehen, dass du angerufen hast. Ein eisiger Gedanke lief mir über den Rücken. Wusste Mike auch, wo ich arbeitete? Jedenfalls hat mein Sponsor vorgeschlagen, dass ich dich ihm heute Abend vorstelle. Wir gehen nach St. Andrews zu einem Treffen, das sich Akzeptanz Gruppe nennt. Wirst du mitkommen? Machst du Witze? Musst du überhaupt fragen? Ich würde mir nie die Chance entgehen lassen, den Sponsor meines Sponsors zu treffen. Dann ist er sowas wie mein Großsponsor, was? Wow, ich habe darüber nachgedacht und bin nie auf die Idee gekommen, dass ich Mikes Sponsor sein könnte. Ein Sponsor ist ein genesender Alkoholiker, der erfolgreich persönliche Fortschritte im Genesungsprogramm der AA gemacht hat. Er oder sie wird von einem anderen AA Mitglied gebeten, die individuelle Verantwortung eines Sponsors zu übernehmen. Ein Sponsor teilt seine Erfahrung auf individueller und persönlicher Basis mit einem anderen Alkoholiker, der versucht, seine eigene Nüchternheit durch das AA Programm zu erreichen oder zu erhalten. Er hilft der Person, sich zu konzentrieren und durch die Phasen des Programms zu navigieren. Die Beziehung zwischen einem AA Mitglied und seinem Sponsor ist in der Regel eine sehr enge und intime Beziehung, die nicht leichtfertig eingegangen wird. Ein Alkoholiker muss nicht nur einen Sponsor sorgfältig auswählen, sondern auch der potenzielle Sponsor muss vorsichtig entscheiden, ob es klug ist, ein Sponsoring anzunehmen. Ich gab ihm jedoch den Vorteil des Zweifels. Mike war neu auf diesem Gebiet. Hey Mike, ich bin nur ein weiterer Alkoholiker, der dir helfen will. Ich bin nicht in der Verfassung jemanden zu sponsern. Jedenfalls nicht, bis ich mein Gewissen von der einen Sache befreit habe. Oh, okay. Mach dir nichts draus, Mike. Du bist neu. Du wirst schon merken, wie das funktioniert. Dann kam mir ein Gedanke, der mich vielleicht für immer von Mike befreien würde. Ralph hat mir gute Wahl für dich. Ja, er wird nicht derselbe sein wie du, Dan. Du würdest dich wundern. Wir sind alle auf die eine oder andere Weise gleich. Versprich mir, dass du unvoreingenommen bleiben wirst. Okay, für dich tue ich alles, Dano. Ich legte auf und schickte eine SMS mit der Wegbeschreibung zum Treffen. Dann schaltete ich mein Telefon wieder aus. Ich beschloss doch ein kleines Nickerchen zu machen und rollte mich auf der Couch im Empfangsbereich meines Büros zusammen. Ich schlief fast sofort ein, aber es dauerte nicht lange. Nur 45 Minuten später wachte ich schreiend und schweißgebadet auf. Ich betastete mein Gesicht und stellte fest, dass ich auch geweint hatte. Ich hatte von der einen Sache geträumt. Warum waren die Gedanken daran zurückgekehrt und zwar mit solcher Wucht. Dieser verdammte Rolf, er brachte es zur Sprache und fing an mich zu bedrängen. Das würde einen Sinn ergeben, aber ich hatte das Gefühl, dass Mike etwas damit zu tun hatte. Schuldgefühle, weil ich ihm aus dem Weg ging, ständig über die Schulter schauen zu müssen und Anrufe zu vermeiden oder vielleicht die Tatsache, dass Mike seine Tochter verloren hatte. Ich verdrängte die eine Sache wieder einmal und beschloss, die Straße zu McDonald's zu überqueren, um vor dem Treffen am Abend wenigstens eine Mahlzeit zu bekommen. Ich musste eine vierspurige Straße überqueren, um zu McDonald's zu gelangen. Es war mitten am Nachmittag, das Wetter war klar und da es ein Samstag war, herrschte nur wenig Verkehr. Ich schaute geistesabwesen in beide Richtungen und überquerte die Straße, ohne mir die Mühe zu machen, an die Ecke zu gehen und auf ein Signal zu waden. Ich war etwa auf dem halben Weg, als wie aus dem Nichts ein Auto auf mich zuraste. Der Fahrer fuhr deutlich über die doppelt gestreifte Mittellinie der Straße und übersteuerte, als er mich im letzten Moment bemerkte. Ich hörte die kennt die Zeichen, wenn er einen anderen betrunkenen unter Alkoholeinfluss fahren sieht. Dieser Typ war definitiv betrunken. Wahrscheinlich hatte er den ganzen Morgen in seinem Auto getrunken und war dann am Steuer eingeschlafen, nachdem er beschlossen hatte, nach Hause zu fahren. Das hatte ich selbst schon oft getan. Obwohl ich zu Hause hätte bleiben und in meinem Wohnzimmer zufrieden und sicher trinken können, zog ich es Ich dachte daran, wie seltsam dieses Ritual war und dass es nicht nur mir so ging. An jedem beliebigen Morgen standen auf jedem Parkplatz eine Reihe von Autos, alle so weit voneinander entfernt geparkt, wie es der Platz zuließ. In jedem Auto saß nur eine Person, die scheinbar einfach nur da saß. Ab und zu konnte ich ein Blick hinüber werfen und sehen, wie der Fahrer eine Flasche an die Lippen hob. Fred, ein anderer Teilnehmer an einem der Treffen, ging gelegentlich in einen örtlichen Park und arbeitete dort. Er ging durch die Parkanlagen und sprach die Betrunkenen an, wobei er so tat, als er gerade vorbeigegangen und wollte sich mit ihnen unterhalten. Manchmal reichte seine Anwesenheit aus, um den Betrunkenen zum Wegfahren zu bewegen. Manchmal blieben sie aber auch und unterhielten sich. Manchmal boten sie ihm sogar einen Drink an. Soweit ich weiß, hat Fred nur zweimal einen Betrunkenen dazu gebracht, über sein Problem zu sprechen und Freds Rat anzunehmen. Das mag nicht viel erscheinen, aber es waren vielleicht zwei gerettete Leben, plus zahllose andere, wenn man die unschuldigen Leben mitzählt, die ein Betrunkener auf seinem Weg zur Hölle mitnehmen könnte. Ich begann zu hyperventilieren. Ich rannte den Rest des Weges über die Straße und setzte mich auf den Bordstein, während mir der Magen knurrte. Ich versuchte mich zu beruhigen, aber es gelang mir nicht. Schließlich erbrach ich mich in den Rindstein. Es war nicht das erste Mal, aber in der Vergangenheit war ich immer betrunken oder verkatert gewesen. Mir wurde klar, wie erbärmlich ich ausgesehen haben musste. In der Vergangenheit kümmerte es mich nie. An Essen war nicht zu denken. Ich ging zurück zum Parkplatz meines Büros, überquerte die Straße diesmal mit besonderer Vorsicht und stieg in mein Auto. Ich fuhr direkt zur Kirche. Ich würde fast anderthalb Stunden zu früh sein, aber das war in Ordnung. Irgendjemand aufzutauchen. Manchmal war es schön, einfach aufzutauchen und die Sau rauszulassen. Es war keine Überraschung, dass Mike schon da war, als ich ankam. Er saß draußen auf dem Parkplatz, blieb aber in seinem Auto sitzen. Er sah aus, als würde er dösen. Ich ging hinüber und klopfte ein paar Mal ans Fenster. Mike schreckte auf und kurbelte es herunter. Danny, du bist früh sagte ich sarkastisch. Ich sag dir was, lass uns nach hinten gehen und uns eine Bank suchen. Ich führte Mike hinter die Kirche. Dort gab es eine Art kleine Kapelle im Freien. Nur ein paar Bänke vor einem großen Holzkreuz und mit Blick auf einen kleinen Bach. Ich gab Mike ein Zeichen sich zu setzen und setzte mich daneben ihn. Mike, lass uns reden. Ich fühlte mich erstaunlich ruhig. Ich weiß, dass du das Programm noch nicht kennst und dass ich vielleicht ein bisschen zu weit aushole, aber lass mich dir erklären, wie der vierte und fünfte Schritt der anonymen Alkoholiker abläuft. Sie sind zumindest für mich wahrscheinlich die wichtigsten Schritte von allen zwölf. Sie sind der Beginn der Heilung. Klingt toll, Dan. Nicht wirklich. Ich habe bei meinem Weißt du noch, wie ich dir sagte, dass du nur so krank bist wie deine Geheimnisse? Mike nickte. Ja, Danny, der vierte und der fünfte Schritt fordern uns auf, eine gründliche und furchtlose moralische Bestandsaufnahme zu machen und dann Gott und selbst und anderen Menschen gegenüber die genaue Art unserer Fehler einzugestehen. Ich kann mir vorstellen, wie das helfen kann. Ich habe so viele Manchmal denke ich, dass ich deswegen trinke. Ich schüttle den Kopf. Nein, Mike, du trinkst, weil du Alkoholiker bist. Aber es ist viel einfacher, nüchtern zu werden, wenn man einen klaren Kopf hat, wenn man den ganzen Mist los wird, der tief in einem steckt, den Stoff, aus dem das Bedauern gemacht ist. Werden wir das jetzt tun? Nicht wir, sondern ich. Ich dachte, du hättest deine Schritte bereits getan. Ich nickte. Habe ich, Mike, das habe ich, aber der vierte und der fünfte Schritt ziehen sich durch den Rest. Wir müssen immer wieder eine moralische Bestandsaufnahme machen und diese Schritte wieder und wieder tun, weil wir Menschen sind. Nur weil wir nüchtern werden, werden wir nicht zu heiligen. Wir machen immer noch Fehler. Mike nickte langsam und blieb still. Es war, als wüsste er, dass ich gleich etwas Wichtiges sagen würde und dass es an der Zeit war, den Mund zu halten. Weißt du, Mike, es gab etwas, das ich in meinem fünften Schritt nie zugegeben habe, etwas, das ich oder mich umbringe, wenn ich es nicht loslasse. Oder beides. Was ist los, Denno? Das ist wahrscheinlich ein Fehler, es einem Neuling zu erzählen, besonders diese eine Sache. Eigentlich wäre es besser, dies einem Priester zu überlassen, aber im Moment ist das egal, denn ich muss es zugeben, die eine Sache ist etwas, das jeder früher oder später herausfinden wird, wahrscheinlich früher. Du kannst es mir sagen, Danny, dein Geheimnis ist bei mir sicher. Plötzlich war es so, als wäre Mike zum Oldtimer geworden. Sein Benehmen änderte sich. Er wirkte ganz sicher nicht mehr wie ein Neuling. Diese ganze Art, wie er sich verhielt. Er war von einem nervigen, überdrehten Penner zu einer ruhigen, tröstlichen Seele geworden. Zumindest in meinem Herzen. Ich nahm meinen tiefen Atemzug. Ich bin seit 15 Jahren, einem Monat, einer Woche und vier Tagen nüchtern. Ich habe dir erzählt, dass ich vor etwa 16 Jahren in die Räume gekommen bin. Nun, nach etwa sechs Monaten ist was passiert. Ich war zwar trocken, aber immer noch ein Alkoholiker. Ich habe immer noch dasselbe Verhalten an den Tag gelegt. Dafür ist das Programm übrigens da. Nicht damit wir aufhören zu trinken, sondern damit wir gesünder werden. Nun, Mike, ich... Mir stockte der Atem in der Kehle. Ich bereute es bereits, das Thema angesprochen zu haben, aber ich hatte das Gefühl, dass es jetzt zu spät war. Sprich weiter, Denno. Ich bin ganz ohr. Es war im Spätsommer, gegen sieben Uhr, in der Abenddämmerung. Ich fuhr die Parkside Avenue hoch. Kennst du den Ort? Ja. Ich wohnte früher in einer Sackgasse an der Parkside. Dann kennst du ja den Hügel, etwa auf halber Strecke, wie auch immer. Ich kam über die Hügelkuppe, fuhr dahin. Irgendwie getrübt, stocknüchtern, wohlgemerkt. Ein Mädchen, ein kleines Mädchen, verdammt noch mal. Sie kam zwischen zwei geparkten Autos hervor und rannte mir einfach vor die Füße. Oh Gott, Danny, nein. Doch, ich konnte nicht mehr bremsen. Ich habe sie verdammt noch mal überfahren, Mike. Ein kleines Mädchen. Das ist ja furchtbar. Aber es war unverzeihlich. Du hast es selbst gesagt. Du warst nüchtern. Sie rannte zwischen den Autos hervor. Das konntest du nicht wissen. Nein, aber was ich danach getan habe, war unverzeihlich. Was war unverzeihlich? Ich holte tief Luft. Ich habe nicht angehalten. Ich bin einfach weiter gefahren. Ich geriet in Panik. Es war, als ob ich getrunken hätte. Ich wollte nicht erwischt werden. Im Nachhinein habe ich eingesehen, dass es ein Fehler war. Aber damals, damals habe ich einfach Panik bekommen. Ich habe so gehandelt, wie es ein Betrunkener getan hätte. Ich habe sie dort zurückgelassen, Mike. Vielleicht war sie noch am Leben, aber ich habe sie dort zurückgelassen. Was, wenn sie nur verletzt war und hätte gerettet werden können, wenn ich einfach angehalten hätte. Sie war nicht verletzt. Sie war in dem Moment tot, als du sie getroffen hast, Dan. Das kannst du nicht wissen. Ich habe es nicht gewusst und ich war dabei. Doch, ich weiß es, Danny. Das hat der Sanitäter auch gesagt. Tod bei Aufprall. Ich zuckte mit dem Kopf hoch. Es war, als ob mein Magen unter mir wegfallen würde, wie der erste Hügel auf einer Achtermahn. Was hast du gesagt? Als ich dort ankam, sagte mir der Sanitäter genau das. Tod beim Aufprall. Sie hatte nicht gelitten. Sie hatte wahrscheinlich keine Ahnung, was passiert war. Wovon zum Teufel redest du, Mike? Sie war meine Tochter, Danny. Ich war sprachlos. Ein Moment lang saß ich still. Dann schüttelte ich heftig den Kopf. Nein, nein, du erzählst Mist, ihr Vater ist tot. Ich habe die Geschichte in den Zeitungen verfolgt. Er hat sich zwei Monate nach dem Unfall umgebracht. Er hat sich betrunken und ist gegen einen Brückenpfeiler gefahren. Warum sagst du sowas? Mike standen die Tränen in den Augen. Weil ich es jetzt weiß, Danny. jetzt weiß ich, dass du bereit bist, dich von der einen Sache zu befreien. Du kannst mich mal, Mike. Wie kannst du mir so ein Mist auftischen? Wie kannst du sowas überhaupt sagen? Glaubst du, das ist ein Scherz? Du kannst mich mal. Ich stürmte schluchzend davon und ging in Richtung Kirche. Rolf war inzwischen angekommen und ging selbst hinein. Er bemerkte, wie Danny, was ist los, was ist los? Dieser Penner. Ich habe es ihm gesagt, Ralph. Ich habe ihm die eine Sache gesagt. Und weißt du, was er gesagt hat? Ganz ruhig, Danny. Wenn du soweit bist, dann sag mir doch erst mal, was das eine Ding ist. Da mein Geheimnis kein Geheimnis mehr war, erzählte ich Ralph genau das, was ich Mike gesagt hatte. Und Danny, wer? Mike, der Idiot, der mich belästigt hat. Wo ist er, Danny? Ist er hier? Ich werde mit ihm reden. Ich drehte mich um und zeigte auf die Bank. Er hat dort, er saß genau dort mit mir. Ralph legte den Kopf schief. Danny, geht es dir gut? Nein, ich was? Ralphs Stirn runzelte sich vor Sorge. Danny, ich warte schon seit 20 Minuten, dass du reingehst. Ich sah dich auf der Bank sitzen und mit dir selbst reden und dachte, du würdest beten oder bräuchte es etwas Zeit für dich. Du warst die ganze Zeit allein, Danny. Ich sah mich auf dem Parkplatz um. Kein verbeulter grüner Honda. Ich begann schwer zu atmen alle Anrufe, die ich getätigt und erhalten hatte. All die SMS. Nichts. Der einzige Anruf, den ich in den letzten drei Tagen getätigt hatte, war der, den ich am selben Morgen mit Rolf geführt hatte. In meinem Posteingang befand sich eine einzige Textnachricht. Sie war mit keiner Nummer verknüpft. Ich vergebe dir, Danny. viel Spaß und lass ein Abo und ein Like da. Danke und bis bald.